So, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei der Koalition für Holzbau und natürlich im Quartier Zukunft. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und wir haben heute natürlich ein doch sehr brisantes Thema, nämlich den bezahlbaren Wohnungsneubau. Gestern war ja unter anderem auch der Wohnungsbautag, ich weiß nicht, wer das verfolgt hat, ich habe tatsächlich die ganze Zeit zugeguckt, es war auch ganz interessant, vor allem eine Aussage auch von Herrn Habeck, Robert Habeck, unserem Klimaminister, Wirtschafts- und Klimaminister, der da sagte, das GEG, das Gebäudeenergiegesetz, war gestern, heute ist es wichtig, wie wir bauen, also mit welchen Baustoffen. Das ist eine völlig neue Aussage von ihm und die wir natürlich sehr begrüßen. Interessant war dann auch, was Dietmar Weiberg noch sagte, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, ist von der AGE, Schleswig-Holstein, der sehr, sehr viele Daten auch auswertet, unter anderem auch Baukosten. Und er hatte auch so deutlich zum ersten Mal gesagt, dass der ganze Effizienzhausstandard 40 im Prinzip seinen Wirkungsgrad für die Klimaneutralität überhaupt nicht hergibt, dass es keinen Sinn macht, danach zu bauen. Und das ist das, was die Koalition für Holzbau seit Anfang an eigentlich auch mit vertritt, dass wir den ganzheitlichen Aspekt sehen, den Lebenszyklus, der ist beim Bauen und eben in der Betriebsphase. So, darum wird es heute auch gehen, aber natürlich um die Baukosten. Ich würde ganz gerne einmal noch kurz unser Geburtstagskind begrüßen wollen. Lorenz, willst du die Flasche mit überreichen? Kannst du ja ruhig schon mit hochkommen, die ist nicht so schwer. Die Flasche. Alexander, wo ist er denn? Jetzt ist er weg. Wo ist er denn? Er hat sich hier versteckt vorne. Ach, guten Morgen. So, er hat heute Geburtstag. Genau, einen Applaus für ihn. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht einmal noch ein Foto machen auch, dass wir... Ja, komm mal hoch. Oh, das ist ja wieder lustig. Wäre ich, oder? So, also, dann wünsche ich einen schönen Geburtstag heute noch, auch wenn er hier ist. Ich möchte einmal ganz kurz natürlich auch noch unseren Sponsoren danken. Das ist einmal die Firma Terhalle und natürlich die Buwok auch, die uns da unterstützt. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und ansonsten übergebe ich jetzt, wir haben ja vier Stunden heute netto, die wir darüber diskutieren, wie wir zu guten Baukosten kommen. Und zwar intensiv diskutieren. Vielleicht noch ganz kurz vorweg, der Anlass für diese Veranstaltung war tatsächlich der GdW-Rahmenvertrag. Da haben ja auch gesagt worden ist, dass einige Holzbauunternehmen, das ist ja nun mal unsere DNA auch, sehr hohe Preise angeboten haben. Und so kommen wir natürlich nicht in den Wohnungsbau, in den nachhaltigen Holzbau, wenn wir nicht gucken, wie die Kosten, die Baukosten sich eben auch gestalten. Das war der Anlass für heute und deswegen soll da auch eine sehr offene Diskussion zu stattfinden und bin sehr gespannt auf die einzelnen Vorträge und die Talkrunden natürlich auch. So, Lorenz Nagel, unser Sprecher der Ambassadeure, seit acht Jahren Holzbauerfahrung und wird Ihnen jetzt natürlich etwas sagen zum politischen Raum und Sie allgemein begrüßen. Ja, geht schon? Ja, hallo. Ja, vielen lieben Dank Sonnen für die nette Einladung. Die Gratulationsworte kann ich mir dann sparen an Alexander Habt, das verkürzt das Ganze. Wir wollen ja schnell zur Sache kommen. Herzlich willkommen von unserer Seite natürlich auch an die Politikerinnen und Politiker des Deutschen Bundestages, die heute hier sind, des Berliner Abgeordnetenhaus und des Brandenburger Infrastrukturministeriums. Wir freuen uns auch sehr dann später über die Beteiligung des Bundesbauministeriums von Herrn Fehn-Kresters, der glaube ich noch nicht da ist. Aber dann sicherlich bald kommen wird. Wir haben heute hier eine große Runde mit unterschiedlichen Professionen. Es geht um das Thema Wohnungsbau. Ich glaube, ein der dramatischsten Themen, die wir aktuell haben in der Immobilienwirtschaft. Alleine bis 27 fehlen uns 870.000 neue Wohnungen. Fragt man den einen, sagt er, es fehlt uns eine Million, sagt man dann, das sind nur 700.000. Es fehlen uns aber eine ganze, ganze Menge an Wohnungen. Das bedeutet nicht einfach nur, dass in den großen Metropolen wir ganz viele Dächer über den Köpfen von Menschen fehlen, potenziell oder überhaupt grundsätzlich, sondern es bietet einen ganz viel mehr auch sozialen Sprengstoff. Freiheit und die Wahl des Wohnortes steht einfach nicht mehr für gewisse Zielgruppen zur Debatte. Man muss dahin ziehen, wo man irgendetwas bekommt. Es gibt eine unglaubliche Stornierungswelle im Wohnungsbau, durch die, ich sag mal, seit der Corona-Krise durchgezogen bis hin zur Ukraine-Krise, dem russischen Angriffskrieg, die Zinswende und so weiter und so fort. Die Pipeline-Volumen verringern sich. Keiner fängt mehr was an. Ich als Projektentwickler muss Ihnen auch sagen, es ist jetzt nicht ganz so einfach, ein Wohnungsbauprojekt hochzuziehen. Wenn man das macht, dann ist man halt eben momentan ziemlich alleine auf weiter Flur. Kann natürlich auch ein Vorteil sein. Wir haben eine Studie der Deutschen Instituts für Wirtschaftsförderung, dass es dieses Jahr nur 265.000 Wohnungen neu gebaut werden und es weiter im Verlauf des Jahres um 5,6 Prozent schrumpfen wird. Also wir werden immer, immer weniger Wohnungen bauen, bis wir halt zu einem Zeitpunkt so wenig Wohnungen nur noch neu bauen, dass wir diese sozialen Sprengstoff-Sicht nur in den Köpfen haben, sondern ihn wahrscheinlich auch auf den Straßen sehen werden, wenn wir ihn überhaupt schon nicht sehen. Momentan gibt es ja diese Aussage, wer jetzt noch baut, geht pleite. Wir von der Koalition für Holzbau und da spreche ich jetzt nicht nur uns als Ambassadeurinnen und Ambassadeure an, sondern ich glaube, alle Partnerunternehmen wollen nicht nach diesem Stillstand agieren und weigern uns so ein bisschen das anzunehmen, weil ich glaube, wir müssen uns auch weiterentwickeln. Wir müssen nach vorne gehen. Wer allerdings sagt, dass es nur durch Mietsteigerung möglich ist, es gibt ja ab und zu mal so Worte, so 21 Euro den Quadratmeter und dann hätten wir das Problem gelöst, verliert einige wichtige Zielgruppen aus den Augen. Es bedarf einer ganzheitlichen Wohnbau-Offensive der ganzheitlichen Branche, nicht nur Genossenschaften, nicht nur Wohnungsbauunternehmen, sondern alle Beteiligten müssen daran brennen, für alle sozialen Schichten, von der sozialen Wohnungsbau bis hin zum Eigentumswohnungsbau für eine dreiköpfige Familie mit zwei Einkommen. Hamburg ist vielleicht als ein Positivbeispiel zu nennen, dort gibt es jetzt eine Förderung für Mieten bis 12 Euro. Das ist etwas, was, ich habe mit Herrn Fieseler von Otto Wohlfühlen darüber geredet, das ist etwas, was man realistischer einschätzen kann, wie man die Baukosten, die man heute optimiert, vielleicht hinbekommen kann. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es nicht immer nur um die 6, 7 Euro Miete geht oder auf den Wohnbezugsschein, sondern eben für alle sozialen Klassen und Schichten ein Problem ist, Wohnungen zu bekommen in Deutschland. Wir können positiv fassen, dass zumindest für die soziale Wohnbauförderung auf Bundesebene ein Rekordjahr war oder ein Jahrzehntrekord in diesem Jahr, was die Förderung angeht. Die degressive AFA ist gekommen nach längerem Zweikämpfen, vielleicht Dreikämpfen, vielleicht. Es gibt ein neues KfW-Förderprogramm, klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment. Das sind alles Impulse, die wir positiv einschätzen, die sicherlich helfen werden, aber ob sie den ganz großen Durchbruch bringen und uns die Differenz von 700.000, 800.000, 900.000 Wohnungen bis 27.000 bringen werden, darf dann doch bezweifelt werden. Es gibt einen runden Tisch durch das Bundesministerium ausgerichtet für das serielle und modularische oder systemische Bauen. Dort sind wir als Koalition für Holzbau auch mit unterschiedlichen Personen beteiligt. Wir sehen diesen Art von runden Tische sehr wichtig an, nicht nur um sich auszutauschen über die Möglichkeiten, die es gibt, sondern vor allen Dingen auch darüber zu sprechen, wie wir die Akzeptanz des Modularen, des systemischen, des seriellen Bauens stärken können, weil wir sind fest davon überzeugt, dass es ein Teil der Lösung sein kann. Ich möchte hier an der ganzen Stelle als jemand, der sehr viele Projekte im Holzmodulbau umsetzt, beziehungsweise alle unsere Projekte im Holzmodulbau umsetzt, sagen, dass wir auch von unterschiedlichen Playern der Branche, sei es aus der Planenden, sei es aber auch aus der Behördenseite, die gesagt wird, modulares Bauen steht immer noch für die Platte 2.0. Ich habe da eine ganz klare Meinung, die Leute, die das weiterhin behaupten und sagen, modulares Bauen bedeutet Platte 2.0, die haben erstmals die Augen verschlossen vor den sehr, sehr vielen wunderbaren, baukulturell wertvollen Projekten, die in den letzten Jahren gebaut wurden, verschlossen und zweitens verschließen sie auch die Augen vor der Zukunft des Bauens. Nicht die ausschließliche Zukunft, aber ein Teil der Zukunft und davon bin ich fest überzeugt. Das heutige Kolloquium hat zwei Ziele. Zum Ersten wollen wir den Baukosten auf den Grund gehen und diesmal richtig die Schnittstellen, die Kostentreiber identifizieren und auch benennen und Lösungen auch zu zeigen. Ich habe mir mal drei Zahlen aufgeschrieben. 2010 waren die durchschnittlichen Wohnbaukosten bei irgendwie 2.200 Euro den Quadratmeter, 2020 dann 3.000 und heute sind es so irgendwie 4.300 Euro den Quadratmeter. Wenn man sich diese Zahlen anguckt, dann müssen wir, also es geht gar nicht, wir können nicht, wir müssen uns angucken, warum wir die Kosten so hochgegangen sind und wie wir sie wieder auf ein vertragliches Maß bekommen und was wir dafür als Branche, Mietende, als Kaufende dafür tun müssen. Wir werden heute die Baukosten ins letzte Glied besprechen. Wir werden auch über den Mythos Holzbau ist 20 Prozent teurer sprechen, weil das auch in unserem Auge nicht mehr haltbar ist. Wir sind mittlerweile als Koalition für Holzbau in den letzten zweieinhalb Jahren über 60 Partnerunternehmen angewachsen, von Architektur bis Ausführung und Investment. Der Mythos lässt sich einfach nicht mehr halten, aber es müssen die richtigen Schlüsse gezogen werden. Es geht heute auch um Digitalisierung und KI. Das sind ja Schlagwörter, die man überall hört und irgendwelches Bullshit, Buzzword, Bingo sicherlich häufig hört, aber sie können wirklich helfen und es ist etwas, was uns dazu bringen kann, Prozesse zu streamlinen, Prozesse richtig zu machen, Prozesse so wieder zurückzubringen, wie sie angedacht werden. Aber wir wollen auch verstehen, was die Stellstrom für die guten Baukosten sind. Neben der veränderten Prozesse durch KI und BIM geht es natürlich auch um rechtliche Rahmenbedingungen, also das, was wir als Projektentwickler, als Planende nicht unbedingt beeinflussen können, sondern was der rechtliche Rahmen um uns herum geht. An dieser Stelle vielleicht einmal kurz ein Kommentar zum Schneller-Bauen-Gesetz aus Berlin. Wir haben ja auch Berliner Kolleginnen und Kollegen hier, wir befinden uns in Berlin. Erstmal, das habe ich mir sagen lassen, 110 Maßnahmen in neun Gesetze, viel Beschleunigung von Prozesse, Verfahrensänderungen, klingt erstmal nicht so schlecht. Das können unsere Berliner Kollegen sicherlich besser sein. Die Frage ist auch, ob sich wirklich Veränderungen dadurch ergeben, ob es wirklich angegriffen wird, ob wirklich in die Zweikämpfe gegangen wird. Und was wir so ein bisschen auf der Tonspur, die man nicht zitieren darf, hören kann, ist es, dass tatsächlich für gewissen Aufruhr hinter den Kulissen sorgt. Es gibt Verbände oder Beteiligten, die nicht zufrieden sind mit dem Schneller-Bauen-Gesetz, was ich persönlich super finde, weil das nicht, weil ich streitsüchtig bin, sondern weil ich glaube, dass nur wenn wir wirklich Ärgernis haben und wirklich aneinander ab uns abreiben können, dann können wir wirklich irgendwie mal zu einem wirklichen Veränderung kommen. Also manchmal braucht es, um diesem Zweikampfbild zu sein, vielleicht braucht es mal eine Blutgrätsche, um einen Effekt zu haben. Der Wohnungsbau und die gesellschaftliche Relevanz habe ich eben schon beschrieben. Es geht aber hier nicht nur um die Wohnungswirtschaft im Sinne von, dass wir Wohnungen stellen, sondern es geht um 19 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, das die Immobilien- und Bauwirtschaft beisteuert. Wir wissen alle, es gab schon mal bessere Phasen, also es gibt auch mal schlimmere sicherlich, aber wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Phase aktuell in der Branche. Das bedeutet, dass 20 Prozent des deutschen Wirtschaftsleistungen gefährdet sind, akut gefährdet sind, manchmal schon darüber hinaus sind. Das heißt, wir brauchen auch verlässliche politische Bedingungen, die über Legislaturperioden hinausgehen, weil ich glaube, wir alle können sagen, wenn ein Projekt mal vier Jahre lang dauert, von ersten Idee bis Verwirklichung, dann ist das eigentlich relativ schnell gewesen. Wir brauchen keine psychologischen Ratschläge, sondern wir müssen die Leute, die umdenken wollen und die handeln wollen, die Möglichkeiten geben, dies auch umsetzen zu können. Viele Kolleginnen und Kollegen hier im Raum befassen sich mit genau diesen Punkten und ich bin mir sicher, dass dann auch irgendwann, speziell im Holzbau, die guten Preise kommen werden. Es ist unsere Pflicht als Projektentwicklerinnen und Projektentwickler, als Planende und Bauende, aber auch als Politikerinnen und Politikern, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, der nicht nur für die heutige Generation die Bedürfnisse angepasst hat, sondern auch langfristig ressourcenschonend für kommende Generationen ermöglicht. Ich bin mir sicher, dass wir heute mit dem Kolloquium einen ersten Schritt dafür machen beziehungsweise sehen, welche Leute schon ganz viele Schritte gemacht haben und wir den Grundstein für einen tollen Austausch legen. Vielen lieben Dank und einen schönen Nachmittag. Dankeschön. So, jetzt werfen wir den Blick auf den Bauherrn, nämlich das ist ja das eigentliche Thema, dass der Bauherr ganz andere Anforderungen hat an den bezahlbaren Wohnraum als eben zum Beispiel ein privates Wohnunternehmen, Wohnungsbauunternehmen. Insofern freuen wir uns jetzt auf Thorsten Schulte, der uns die Anforderungen an den bezahlbaren Wohnraum auch darstellen wird, an den Wohnungsneubau. Du kannst gerne schon hochkommen, wenn du möchtest. Ich stelle dich dann trotzdem vor. Du bist Geschäftsführer der GEWOBAK EB Entwicklungs- und Baubetreuungsgesellschaft MbH, eine hundertprozentige Tochter der GEWOBAK, eben ein städtisches Unternehmen mit 74.000 Wohneinheiten, gehört damit zu den ganz großen in Berlin von den sechs Wohnungsbaugesellschaften und die Pipeline, die die GEWOBAK hat, ist tatsächlich mit 15.000 Wohnungen bis zum Jahr 2032 angelegt, richtig? Korrekt. Yes, okay, gut. Er selber ist natürlich Architekt, war bei Dres und Sommer, aber eben auch lange bei Arcades und ist seit drei Jahren? Eineinhalb. Dreieinhalb Jahren jetzt bei der GEWOBAK und wird bauen, reichlich bauen. So, dann freuen wir uns auf die Anforderungen. Danke. Ja, als ich mit Son Jentsch überlegt habe, ob das mal ein Thema ist, was es zu sprechen gilt, verstehe ich das auch so ein bisschen als Werbeblock für die Landesgesellschaften heute und deshalb bin ich auch hier, weil wir wollen, und das ist, wenn ich schaue, wie bauen wir jetzt und wir wollen wir zukünftig bauen, dann ist es unser Wunsch oder meine Einschätzung, dass wir etwa ein Drittel kommissionell bauen werden zukünftig und zwei Drittel in irgendeiner Form seriell. Ob das dann modular oder, na, ich denke, der Fokus liegt eben auf vielleicht der Elementbauweise, weil wir da etwas flexibler sind. Wir probieren das gerade aus in einem großen Bauvorhaben mit 1.550 Wohneinheiten in der Landsberger Allee im modularen Bauen. Da lernen beide Seiten noch etwas dazu und wir merken, da sind wir noch etwas am Anfang. Heute also ein Werbeblock praktisch von den Landesunternehmen für die Branche, weil wir brauchen sie. Und da blicke ich natürlich auch auf das Umfeld von Berlin, wo wir sehen, was für Fabriken gerade entstehen oder welche bereits fertig sind und wir freuen uns auf diese Marktöffnung, die wir da sehen, die unsere bisherige Bautradition und Bauweise, die ja sehr mineralisch geprägt ist, vielleicht noch mal etwas verändern wird. Bevor wir dahin kommen, würde ich aber, um den Werbeblock sozusagen zu vervollständigen, noch mal schauen, wo liegt denn eigentlich die Nachfrage, wo liegt der Bedarf? Und da blicke ich leider nur, auch wenn das hier eine vielleicht bundesweite Veranstaltung ist, auf Berlin, weil bundesweit habe ich keine Ahnung, Berlin, aber verstehe ich es so halbwegs zumindest oder glaube es manchmal zu verstehen. 20.000 Wohneinheiten hat der Senat per anno eigentlich als Fertigstellung gewünscht, 6.500 davon an die Landesgesellschaften übertragen, als Bitte, das zu errichten. Und jetzt würde ich gerne mit Ihnen noch einmal schauen, was passiert gerade in Berlin. Wir hatten in 2023 einen Zuzug von etwa, und nicht nur Zuzug, also einen Saldogewinn an Bewohnerinnen, Bewohnern von etwa 76.000 Menschen, die nach Berlin gekommen sind, als Einwohner plus. 1,9 Menschen wohnen etwa im Durchschnitt in Berlin in einer Wohnung. Daraus ergibt sich schon mal eine Konsequenz, wie ich finde. Was noch hinzukommt, ist sicherlich, dass wir in Berlin, vielleicht geht es Ihnen auch so, Sie haben Ihr Lieblingsrestaurant und plötzlich macht das mittags nicht mehr auf. Und dann fragen Sie, wieso ist das so? Und dann sagt Ihnen vielleicht der Wirt oder die Wirtin, naja, ich habe kein Personal, wir machen nur noch abends auf. Die Dienstleistungsbranche hat gerade in diesem Niedriglohnsektor einen erheblichen Nachholbedarf. Das betrifft nicht nur Restauration, das betrifft auch Hotel, das betrifft Pflege. Viele Bereiche sind davon betroffen. Wenn Sie mit Ihnen sprechen, sagen die, naja, es gibt schon Angebote, es gibt schon Interessierte, aber Sie kommen nicht, weil Sie sagen, ich habe A, entweder keine Wohnung gefunden oder B, sie war zu teuer. Blicken wir noch mal auf die Berliner Verwaltung. Die Berliner Verwaltung hat, das ist jetzt nicht der Niedriglohnsektor, sondern das ist, sagen wir mal, die solide Einkommensgröße, die dann vielleicht 10 bis 13 Euro zahlen kann an Miete. Auch das Segment, was wir Landesgesellschaften bedienen. Da sagt man, dass ein Drittel in nächster Zeit in den Ruhestand gehen wird. Schon jetzt merken wir ja, dass es Defizite gibt in der Bearbeitung von Anträgen etc. Also auch da eine Herausforderung. Man denkt schon auf Landesseite über Beschäftigtenwohnen nach. Also Unterkünfte, die exklusiv für Landesbeschäftigte zur Verfügung stehen. Das zeigt natürlich schon auch, das Land hat erkannt, da gibt es einen tatsächlichen Bedarf, den es zu decken gibt. Diesen Sektor, ob der in den 20.000 enthalten ist, ist die große Frage. Dann haben wir eine alternde Gesellschaft in Berlin auch, so wie in anderen Städten auch, vielleicht in Berlin noch mal ein bisschen besonders. Und wenn Sie das mal gelesen haben, Singles ab, ich glaube, 63, 64 wohnen im Schnitt in 83 Quadratmeter großen Wohnung. Das ist natürlich prima für die. Meist haben die Altverträge, das heißt, sie wohnen vielleicht für 5 Euro. Die Motivation für jemanden, der 5 Euro bezahlt in einer 83 Quadratmeter großen Wohnung, dann in eine kleinere zu ziehen, ist gering. Weil vielleicht die Wohnung nicht nur kleiner wird, sondern auch viel teurer. Die Landesgesellschaften, ich sehe Frau Wermann hier von der DG, wo die Landesgesellschaften bieten eine Tauschbörse an, wo wir es eben den Menschen leichter machen wollen. Und da können sich die, die große Wohnungen haben und die, die kleine Wohnungen haben, matchen. Das ist aber eine sehr, also eine ambitionierte Vorgehensweise, aber sie funktioniert nicht so wirklich. Weil die alten Menschen wollen in ihren Bezirken bleiben. Fahren Sie nach Rellersdorf, nach Marzahn, die Menschen sagen, hier ist mein Plattenbau, hier wohne ich und hier will ich alt werden. Ich will gar nicht irgendwo hin. Das heißt, wir müssen da eine Wohnung schaffen, an der Stelle, wo die älteren Menschen wohnen. Das ist aber etwas, das hat auch nochmal einen Impact. Das heißt, große Wohnungen sind von Menschen belegt, die eigentlich lieber in einer kleineren Wohnung wohnen würden oder wohnen könnten. Und das ist auch nochmal eine Problematik, die wir berücksichtigen müssen beim Bedarf. Letzter Punkt, und dann bin ich mit meinem Werbeblock, warum eigentlich nur 20.000 Wohnungen, auch fertig. Ich war gestern in der BVV in Friedrichshain-Kreuzberg. Vielleicht bin ich auch deshalb etwas ermattet heute. Florian Schmidt hat neulich in einer, nicht dieser, aber in der vorigen BVV eine Folie gezeigt, wo der sozial gebundene Wohnungsbau im Verlauf dargestellt wird. Dieser Verlauf ist in absehbarer Zeit in Friedrichshain-Kreuzberg auf Null. Das gilt für andere Bezirke, die nicht über diese Potenzialflächen verfügen oder diese Möglichkeiten haben, ist es ganz ähnlich. Das heißt, die Sozialbindung läuft in Berlin dramatisch aus. Die Landesgesellschaften halten sich sozusagen an den Kodex und vermieten weiterhin leistbar. Aber das ist eine Thematik, die wird nochmal richtig brisant. Florian Nagel hat es angesprochen, wir haben, Lorenz Nagel hat es angesprochen, wir haben da ja eine Situation aus Bestandsmieten, die irgendwo im Schnitt bei 6, 7 Euro liegen, einem Neuvermietungsmieten, die bei 17 Euro liegen und Neubaumieten, die ab 20 Euro aufwärts losgehen. Und wir bauen nicht billiger. Die Landesgesellschaften bauen, wenn sie nicht Fördermittel in Anspruch nehmen können, nicht preiswerter. Dann kostet das bei uns auch 20 Euro plus. Das heißt, da entsteht etwas, wo man, glaube ich, systemisch nochmal nachdenken muss. Dieses System, man gibt uns Geld, damit wir 6,70 Euro in der untersten Miete erreichen können. Ob das langfristig so funktioniert, weil schauen Sie sich das Delta an zu 20 Euro. Das ist ja enorm, was Sie an Fördermitteln da reinschießen müssen, dass das möglich wird. Ich glaube, das ist endlich. Und da muss man, das ist heute nicht das Thema, aber nochmal, glaube ich, auf politischer Seite nachdenken, wie man da nochmal rangeht und eine vielleicht Einkommensabhängigkeit schafft bei der Miete. Das war sozusagen der Werbeblock. Bleiben Sie dran an dem Thema Wohnungsbau. Allerdings, was folgt aus dem, was ich gerade berichtet habe, es sind günstige Wohnungen, die wir brauchen. Es sind eher kleine Wohnungen, die wir brauchen, weil die großen gibt es eigentlich, sie sind nur vielleicht falsch belegt. Und wir brauchen alternde Gesellschaft, altersgerechte Wohnungen. Sie müssen in irgendeiner Form, ich sage jetzt nicht barrierefrei, weil das ist auch ein Begriff, wo wir auch dran arbeiten. Barrierefrei ist ein Kostenblock, der ist relativ groß. Ich würde mal barrierearm sagen. Das ist sozusagen das, was sich an Bedarf ergibt. So, was machen die Landesgesellschaften jetzt? Die Landesgesellschaften bauen. Warum bauen wir? Weil wir Fördermittel bekommen. Und die Fördermittel im Land Berlin, die WFB-Mittel, die sind für uns relativ attraktiv. Ich glaube, für Private nicht ganz so attraktiv. Weil sie sich für 30 Jahre lang binden müssen an eine bestimmte Mietsteigerung, die nicht so toll ist oder nicht so ein Wirtschaften zulässt, dass sie mit Freude in die Zukunft schauen können. Die Landesgesellschaften trauen uns das zu und schaffen das, weil wir natürlich ein anderes Ertragsmodell dahinter haben. Mit diesem Modell ist es uns möglich, diese momentane Marktsituation in Teilen auszuhebeln. Und jetzt kommen wir noch einmal zu der Kostenseite. Was gibt es an Kostenblöcken, die wir auch nicht verändern können? Das sind die Kosten für Schulplatzabgaben. Das macht bei uns in den Projekten 130 bis 150 Euro pro Quadratmeter aus, wie bei jedem privaten auch. Ein Kostenblock, der, wo ich mich natürlich als Wohnungsbauunternehmen frage, wieso muss ich eigentlich linke Tasche, rechte Tasche, 130 bis 150 Euro pro Quadratmeter dafür zahlen? Ein Kostenblock. Ausgleichsgrundstücke. Artenschutz betrifft uns auch. Wir haben Projekte on hold, wo bestimmte Tierarten uns am Weiterbauen hindern. Wir haben aber auch die Auflage, Ausgleichsflächen zu suchen und zu finden. Etwas, wo ich sage, kann eigentlich nicht unsere Aufgabe sein, Ausgleichsflächen zu suchen und zu finden, weil sie sind rar und sie sind am Markt kaum noch verfügbar und sie sollen auch noch in Berlin sein. Kleine Anekdote am Rande. In Pankow haben wir ein Baugebiet, wo wir 2.500 Wohnungen bauen wollen. Da habe ich voller Freude ein Ausgleichsgrundstück in der Nachbarschaft gefunden. Und die 10 Eindechsen, die wir auf unserem Grundstück hatten, wollte ich eigentlich im wattierten Eimer rübertragen auf das Ausgleichsgrundstück. Und da sagt die Dame vom Artenschutz und von dem Grünflächenamt, Herr Schulte, das Grundstück, was Sie da erworben haben, das ist bereits belegt mit Zordereindexen. Da können Sie die nicht hinbringen. Da war ich natürlich ein bisschen stutzig, weil ich gedacht habe, dafür habe ich sie eigentlich gekauft. Aber selbst das funktioniert nicht und das verursacht auch wieder einen Kostenblock, den wir eben in dieser Folge in den Gesamtbaukosten haben. Die können wir alle nicht verändern. Was wir auch nicht verändern können und da schaue ich immer wieder in erstaunte Augen bei den Bezirken oder beim Senat, wenn wir Bauverzögerungen haben. Jeder Monat Verzögerung kostet auch uns Geld. Das ist bei den momentanen Finanzierungskosten und auch wir sind am Markt diejenigen, die Zinsen zahlen müssen. Und die sind nicht viel anders als bei den Privaten. Das kostet uns Geld. Aber da gibt es null Verständnis auf der Gegenseite. Und wenn, Gegenseite, auf der anderen Seite, Entschuldigung. Und wenn das Rechtsgutachten nicht in sechs Monaten geprüft wird, sondern in neun, dann sagen die, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hatte, ja, ja. Und Urlaub und Elternzeit und so weiter, da kommen ganz viele Geschichten. Und dann dauert so ein Bauvorhaben, Sie kennen das alle, auch wir haben das zwölf Jahre, elf Jahre, zehn Jahre. Nichts Besonderes. Aber das sind einfach auch Kosten, die unsere Projekte belasten. So, an diesen ganzen Blöcken können wir nichts ändern. Das heißt, wir müssen, woran? An Planungskosten und Baukosten. Planungskosten, ich war gestern, nee, vorgestern war das Construction Summit, habe ich ein Unternehmen gehört, wo die gesagt haben, wer jetzt noch Elektrosteckdosen und Schalter irgendwie manuell plant, hat es nicht gesehen. Würde ich auch sagen, man kommt in einen Raum, was ist neben der Tür? Der Lichtschalter, unten ist die Steckdose und dann gibt es rechts und links vom Fenster oder an der Wand, die an die Fassade stößt, Steckdosen. Das ist irgendwie okay. Und nochmal, dazu brauche ich eigentlich keinen Elektrofachplaner, der sechs Jahre studiert hat, um das zu leisten. Könnte man in irgendeiner Form mal automatisieren. Gleichzeitig mit Heizbedarf, Heizschleifen, wie geht das, Fußbodenheizung. Auch da, glaube ich, gibt es Automatismen, wo man eigentlich auch auf der Planungsseite noch kleine Kostenoptimierungen vornehmen könnte. Das ist aber der geringere Kostenblock. Ich würde sagen, da gibt es auch noch ein Feld, was es zu bearbeiten gilt. Der größere Kostenblock liegt in der eigentlichen Bauleistung. Ja, wie gehen wir damit um, mit diesem Kostenblock Bauleistung? Jetzt wissen Sie, die Landesunternehmen oder speziell auch vielleicht die GEWO-Bag, ich will nicht für alle sprechen, wir sind schon sehr mineralisch orientiert in der Vergangenheit. Und da haben wir Firmen, die das schon häufiger für uns gemacht haben, mit denen haben wir die Prozesse durchoptimiert. Da gibt es nur noch zwei Fenstertypen in den Häusern. Wenn es gut läuft, haben wir auch nur noch einen Türtyp. Oder man kann sogar auf eine Tür verzichten, auch wieder so 300, 400 Euro. Balkonplatten wurden zu Ende gedacht, da gibt es einen Typos, der funktioniert am besten, den nehmen wir nur noch. Und dann nehmen wir in allen Projekten schon seit Jahren Fertignasszellen und haben die Anzahl reduziert, sodass wir nur noch drei, vier Typen in einem Großprojekt von etwa 800 Wohneinheiten haben. Das spart alles auf Seiten unserer Errichterkosten. Die sind alle mit Lienmanagement unterwegs, da haben wir die lange getriezt und getrieben. Und wenn Sie auf die Baustellen gehen, dann würde ich sagen, das läuft schon ziemlich gut. Und die sind auch nicht langsam. Und die sind auch schon sehr seriell eigentlich, obwohl sie die klassische Bauindustrie sind, nutzen die Fertigtal-Außenwände, Fertigtal-Innenwände oder Tingleff-Produkte, hier Dämmblähton-Materialien als Außenwand. Also da gibt es sehr, sehr viel Innovation eigentlich schon. Da steht immer noch ein Kran, da gibt es auch immer noch einen Bauarbeiter, der irgendwas Klassisches tut, aber da ist schon sehr, sehr viel passiert. Deswegen kommen wir da auf Kosten von etwa 1.900, wenn es jetzt kein Hochhaus ist, brutto auf brutto Geschossfläche. Das ist schon mal nicht schlecht. Und das ist auch praktisch diese Zielrichtung, die wir haben. Da müssen wir perspektivisch hinkommen. Jetzt, wenn man die GdW-Ausschreibung anschaut, dann gibt es da ja doch eine relativ starke Spreizung. Das hat mich verwundert. Dass es einen Kostendelta gibt zu Holz, das verstehe ich. Das wird sich auch in Zukunft, denke ich, annähern. Das Mineralische wird teurer, das Holz wird hoffentlich preiswerter. Aber dass wir da immer noch diese Spreizung haben, wenn Sie in die GdW-Ausschreibung schauen, die ist ja enorm. Die geht von 2.300, glaube ich, bis 4.400. Und da ist von Beton oder mineralisch fertig oder seriell zu holzseriell alles dabei. Da wünscht man sich natürlich als Bauherr, naja, eigentlich, das war das identische Haus. Mehr oder weniger. Eigentlich müsste das doch alles relativ kompakt beieinander liegen. Das ist nicht der Fall. Das beunruhigt mich so leicht, weil ich glaube, da gibt es auf der Seite der Anbietenden noch ein Stück des Weges zu gehen, um sich in diesem unteren Kostenblock, den wir eigentlich brauchen, anzunähern. Was brauchen wir jetzt neben dem Thema günstigen Wohnraum, Baukosten reduzieren? Was sind unsere Bedarfe? Unsere Bedarfe, und da sind wir eingeschränkt. Wir würden, glaube ich, gerne kleinere Wohnungen bauen oder weniger Quadratmeter pro Einwohner kalkulieren. Sie wissen das alle, wir kommen 1960 von 20 Quadratmetern. Heute sind es in Berlin im Schnitt 37, bundesweit, glaube ich, 47 pro Person. Wir sind aber an die Fördermittel gebunden. Und die Fördermittel geben uns eine Größe vor. Und da wir die Fördermittel brauchen, machen wir die Wohnung genauso, wie es in den Fördermitteln steht. Vielleicht einen Tacken zu groß. Wenn Sie aber, und das habe ich nicht mit Herrn Gäbler, aber mit dem Vorgänger probiert, zu sprechen darüber, können wir es nicht etwas kleiner machen? Können wir nicht vielleicht den Standard etwas reduzieren? Können wir nicht die Raumruhe reduzieren? Dann kommen sofort alle Abwehrmechanismen, weil, puh, diese Diskussion möchte niemand führen, sich mit den Linken vielleicht zu duellieren und mit anderen Parteien zu duellieren und zu sagen, alle müssen ja gleich wohnen. Da würde ich denken, naja, wenn es darum geht, ein Dach über dem Kopf zu haben und vielleicht die Niedrigeinkommen auch zu versorgen, kann ich mir vorstellen, dass auch wieder Leitungen aufputzt gelegt werden und dass vielleicht die 2,45 Meter wieder reichen. Das sind so Diskussionen, die können wir aber nicht führen, sondern da richten wir uns ganz streng nach dem, was uns als Fördermittelgeber vorgegeben wird. Leider, muss ich sagen, da würden wir uns etwas größere Freiheiten gerne wünschen. Das Thema barrierefrei oder barrierearm ist für uns ein großes Thema. Da gibt es erstmal die Anforderungen, dass wir so bauen und auch sehr verständlich, weil wenn wir in die Zukunft schauen, dann ist das das Thema. Nachhaltigkeit, Energieeffizienz. Wenn wir schon immer mineralisch gebaut haben, dann merken Sie schon, das ist in unserer DNA nicht so ganz vorne. Ich persönlich würde mir sehr wünschen und meine Kinder fragen mich auch immer, Papa, wieso baut ihr noch im Beton? Ja, wir haben die Wahl zwischen machen wir viele Wohnungen oder bauen wir ganz toll nachhaltig. Im Moment noch. Wir wollen aber dahin kommen, dass wir viel, viel nachhaltiger werden, dass wir Baustoffe einsetzen, für die ich mich vielleicht nicht schämen muss in fünf Jahren, in zehn Jahren. Deswegen stehe ich auch heute hier bei Ihnen, weil wir das wollen. Da müssen wir hinkommen. Energieeffizienz. Und insofern, wir sind daran interessiert, die Bauprodukte so einzusetzen, wie sie besonders effizient sind. Da, wo Schallschutz vielleicht einen schweren Baustoff erfordert, würde ich nicht versuchen, Holz besonders dick zu machen, um das zu erreichen. Und da, wo Brandschutz ganz komplex ist, da würde ich jetzt auch nicht zwingend auf eine Holzkonstruktion ausweisen. Da sind wir offen sozusagen, was die Materialien angeht und sind an der effizientesten Bauweise interessiert. Und das ist vielleicht auch das, den Impuls, den ich nochmal geben möchte. Überlegen Sie mit uns zusammen, was funktioniert bei Materialien am besten, um dieses Ziel zu erreichen. Weil wir müssen gewisse Standards einhalten, wir müssen, wir können nicht runtergehen im Standard, aber wir sind offen für intelligente Lösungen. Und da ist das Aufputz-Thema vielleicht eines. Wenn das hilft, dann sind die Leitungen eben Aufputz. Dann finden wir eine Lösung in einer Fußbodenleiste oder in einer Leiste, die dann irgendwo zentral hochläuft. Und vielleicht sind es auch Lösungen, wo an der Nasszelle gegenüber direkt die Küche angebracht ist. Also wenn es effiziente Varianten gibt, wo man Haustechnik komprimieren kann, wo man Grundrisslösungen so finden kann, dass ich sinnvoll Kosten einsparen kann, bitte. Das ist die klare Aufforderung. Wir wissen zwar, wie Grundrisse gehen, wir wissen, wie gewohnt werden. Wir wissen, wie die Anforderungen sind. Aber der Appell, sind Sie offen? Und wir sind es auch. Wir sind nicht gezwungen, bestimmte Ausführungen umzusetzen, sondern wir freuen uns auf Vorschläge, die die Kosteneffizienz steigern. Energiestandard. Na ja, da habe ich eine persönliche Meinung und die offizielle Meinung. Wir bauen immerhin immer EH55. Das ist unser klassischer Standard. EH40 halte ich persönlich für eigentlich Unfug. Halt ich auch für Unfug, wenn man mal dahin schaut, was macht eigentlich unser Bestand. Sollten wir uns bei der Energieeffizienz nicht wesentlich um den Bestand kümmern und vielleicht die Netze fossilfrei gestalten und das tun, als zu versuchen, mit noch mehr Dämmung, das werden wir finanziell gar nicht, also das kann man ja ausrechnen und da kommen ganz absurde Zahlen raus, das wird nicht umsetzbar sein. Ich glaube also, Netze fossilfrei zu machen oder fossilarm zu machen, ist der Fokus und der Fokus sollte auf den Bestand gerichtet sein. Ob wir die in Anführungsstrichen wenigen Neubauten in EH40 machen oder in EH55, ist, glaube ich, in der Gesamtschau gar nicht so relevant. Und EH40 hat eben Effekte und deswegen bin ich ein persönlicher Verfechter von 55 Raumlufttechnik. Müssen wir warten, da müssen wir jedes Jahr in diese Wohnung gehen, da müssen wir, was das für ein Aufwand ist, soll ich eine Lüftungsanlage, diesen Termin beim Mietenden zu bekommen und zu sagen, jetzt komme ich mal wieder vorbei und muss mal hier deine Lüftungsanlage, dann ist das Kabel abgeschnitten, weil der Mietende gesagt hat, das hat immer Strom verbraucht, das habe ich abgeschnitten. Das sind so Sachen, die haben wir alle, das wollen wir nicht. Und diese 6 cm Dämmung, die wir da drauf packen, da gibt es auch viele Untersuchungen, dass eigentlich der Standard 70 bei dem Mieterverhalten, was stattfindet, genau die Effekte hat wie 40. Also mein Appell wäre, nicht 40 zu fördern, sondern eigentlich 55 zu fördern, weil auch 55 kostet uns schon Geld, aus meiner Sicht fast ausreichend ist 70. Auch mit diesem Blick, was ich gesagt habe, auf den Bestand. Das haben wir aber nicht in der Hand, wenn morgen Fördermittel kommen für EH40, die so großartig sind, dann werden wir EH40 machen, weil wir die Fördermittel brauchen oder weil es dafür für uns möglich wird. Wir bekommen auch keine Förderung für Kreislaufwirtschaft oder für den Einsatz von Holz. Das habe ich, Sonjens, ich habe gewettet mit dir, glaube ich, vor zwei Jahren, dass es Fördermittel für Holz geben wird, weil es für mich selbstverständlich war, dass das kommt, wenn man dieses Produkt denn fördern möchte. So, es ist nicht da. Und ohne das gibt es für uns keinen Anreiz, ich sage jetzt einfach mal 400 Euro mehr auszugeben für eine Konstruktion. Wäre einfach, wenn es sich durch Fördermittel irgendwie rechnen würde. Was haben wir sonst noch? Das sind die Klassiker, Effizienz. Wir gehen davon aus, dass jede Wohnung im Minimum 80 Prozent Wohnfläche, Grundfläche, dass wir das erreichen. Wir haben in der Regel auch 85, wenn es jetzt nicht Hochhäuser geht. Also wir sind da, würde ich sagen, sehr effizienzgetrieben. Logisch, weil wir wollen das Grundstück auch noch einmal bezahlen. Wir sind natürlich an einer sehr langen Standzeit interessiert. Wir drehen die Häuser ja nicht nach drei Jahren wieder raus, sondern wir werden sie möglicherweise auf ewig behalten. Das heißt, wir erwarten, dass das Haus lange hält. Was wir auch festgestellt haben, dass feste Haustypen, und da denke ich gerade an die Firma Nocara, vielleicht ist sie hier, oder Norbert Ketterer sagt, ja, da steht doch mein Haus. Und dann sagen wir, das ist aber ja prima, aber das Haus ist ja zu lang oder zu schmal oder das passt einfach nicht auf das Grundstück, was wir da gerade haben. Die Idee, einen Haustyp zu produzieren, der sozusagen fix ist, oder in seinen Varianten, Norbert Ketterer lernt ja auch gerade dazu und das Haus ist plötzlich ein bisschen flexibler geworden, aber das, glaube ich, funktioniert nicht. Selbst wenn wir auf der grünen Wiese bauen, haben wir immer noch Bedingungen wie Wasserversicherungsflächen oder irgendwo wünscht sich jemand einen Stadtplatz und zack, hat das Haus einen Winkel, zack, hat das Haus irgendwie, ist schmaler oder wie auch immer, es ergeben sich irre Radwegbreiten. Also es führt immer dazu, dass wir eigentlich diese Standardtypen kaum verwenden können. Da, glaube ich, geht der Weg hin, dass wir, und das ist der Weg vielleicht dann doch zur elementaren Bauweise oder zu Modulen, die auch eine gewisse Flexibilität haben, dass wir da hinkommen. Und wenn man sich die Anlage von Norbert Ketterer anschaut, dann kann die eigentlich auch schmaler, länger, breiter, höher, alles kann die, weil das ist CNC-gesteuert, also da ist jetzt meine Erwartungshaltung, dass ich eigentlich den Plan reingebe vorne und hinten das Produkt so rauskommt, wie es der Plan ergibt, weil da war sowieso kein Mensch mehr zu sehen in der Halle. Dass wir gute Grundrisse bauen, ist klar, und dass wir uns auch schöne Architektur wünschen, ist auch klar. Da stehe ich manchmal wirklich ein bisschen entsetzt vor manchen Häusern, auch den eigenen, und denke, das ist jetzt ein bisschen schade, dass es so geworden ist, aber den Zwang haben wir manchmal auch. Bin ich schon fertig, oder? Ja, ich mache es noch kurz, zwei Minuten. Ich mache es noch kurz, zwei Minuten. Sehr spannend und vor allem sehr offen finde. Aber das war ja auch der Wunsch. Ich mache noch zwei Minuten. Was wir uns also erhoffen aus dem Seriellen, ist natürlich eine Skalierbarkeit und dadurch Kosteneffekte, die auf den Gesamtpreis abfärben. Klar, was wir zukünftig brauchen werden, sind auch digitale Netze in dem Wohnungsprodukt. Das haben wir, muss ich ehrlich gestehen, auch noch nicht als Wohnungsbaugesellschaften voll im Griff. Wir müssen uns angewöhnen, dass die Mietenden auch eben Serviceleistungen erhalten. Das geht von, ich drücke irgendwo auf den Knopf oder wenn ich nicht digital bin, lege ich einen Zettel unten hin. Ich brauche die Befestigung einer Gardinenstange, mein Fernseher muss festgemacht werden, was auch immer. Also solche Serviceleistungen müssen wir anbieten. Das geht auch natürlich zu Assistant Living. Das heißt, wir müssen Methoden finden, wo diese alternde Gesellschaft auch simpel in diesem Produkt, ja, wo Sensorik eingebaut wird, wo ich sehen muss, ist das Fenster offen. Das sind so Dinge und das Bedientableau. Wie geht Energiesparen? Energiesparen geht doch nur, wenn ich den Mietenden zeige, was sie gerade aktuell verbrauchen. Da kann ich doch nicht am Jahresende Ihnen eine Rechnung schicken und sagen, guck mal, so viel hast du verbraucht. Da kann ich nichts steuern. Eigentlich muss das täglich in der Küche leuchten oder blinken, wenn ich den Verbrauch übersteige, den ich mal so kalkuliert habe. Wir wollen natürlich auch, dass wir eine Materialübersicht erhalten am Ende des Prozesses. Kann ich mir nur einfach vorstellen, weil Sie alle sind digital unterwegs, in BIM und was auch immer. Dass da am Ende ein Materialkatalog rauskommt und wir genau wissen, so viel Beton, so viel Schrauben, so viel Holz haben wir im Haus. Kann ich mir vorstellen, muss nicht so schwierig sein. Das wollen wir aber auch und wenn wir kein Fernwärmenetz haben, dann wollen wir in Richtung Geothermie gehen. Müssen wir gehen, weil Wärmepumpen auch nochmal ein ganz anderes Kapitel sind. Also ich brauche bei Geothermie auch immer eine Wärmepumpe, aber ich will nicht rein über Wärmepumpen beheizen oder Wärme erzeugen. Das ist, glaube ich, kein Weg in der Zukunft, sondern wir müssen etwas finden, was tatsächlich da auch erneuerbar ist und da wäre für mich Geothermie ganz naheliegend. Vielleicht als Schlusssatz, Sie merken das hoffentlich, wir sind offen für Ihre Ideen, die Sie mitbringen aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrem Umgang mit den Materialien, aus Ihrem Umgang mit Planung. Wir würden uns freuen, wenn wir auf diesem Wege zueinander finden, wir mit unseren Anforderungen, die sich aus ganz vielen Vorgaben auch ergeben. Eigentlich wollen wir immer das identische Produkt wohnen, aber wir sind durch Fördermittel immer wieder, müssen wir so ein bisschen nach links und rechts springen. Das darf Sie nicht schocken und so freuen wir uns eigentlich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und ich setze auch nochmal viel in den Workshop, den wir im Folgenden dann haben, wo wir nochmal vielleicht tiefer gehen, wo liegen vielleicht Kosteneffekte bei Ihnen oder wo liegen Einsparvolumina auch noch bei uns, die wir gemeinsam nutzen und heben könnten. Und insofern freue ich mich auf den weiteren Tag und freue mich auf Polizienhausen. Und noch ein, zwei Fragen, wir sind zwar total über der Zeit, aber es ist glaube ich ganz spannend und gerade zum Anfang wichtig. Aber nicht, weil der Lorenz so lange gesprochen hat, oder? Ja, nein, weil wir eine Viertelstunde später angefangen haben. Erstmal danke für den offenen Vortrag. Danke. Applaus. Bei all dem, was du jetzt gesagt hast, freust du dich, wenn dieser Gebäudetyp E eines Tages kommt. Gebäudetyp E ist für uns ja bislang nicht interessant, weil er rechtlich nicht sicher ist. Noch nicht. Ja, aber es gibt ja auf Bundesebene dazu Bemühungen. Die Ländervertreter sitzen jetzt dann im Mai auch mit am Tisch beim Justizminister Buschmann, um das voranzutreiben. Es muss natürlich in den Ländern auch umgesetzt werden. Genau, also wenn es da eine Rechtssicherheit gäbe. Ja, genau. Und da blicke ich nochmal auf die aktuelle Schallschutzveränderung. Das ist ja Wahnsinn mit dem Schallschutz. Ja, nicht nur Schallschutz, auch der Brandschutz. Aber das auch. Und das brauchen wir in der Form nicht. Also der bisherige Schallschutz war schon, finde ich, toll. Und wenn sie in anderen Ländern, ich war jetzt vor zwei Wochen in Belgien und habe mir da serielle Produktion in Belgien angeschaut und habe die dann gefragt, und Deutschland? Nee, Deutschland kommt für uns nicht in Frage als Markt. Schallschutz, Brandschutz, Normungsunterschiede und so weiter. Kommen wir mal auf das neue Berliner schnelle Bauen Gesetz. Jetzt Herr Dr. Kollatz ist auch da, Baupolitiker, Sprecher der SPD-Fraktion in Berlin, im Berliner Abgeordnetenhaus. Anna-Maria Dahlke ist auch da, hat gestern mit Staatssekretär Slotti dazu gesprochen. Ganz kurz, was hältst du von diesem, oder freust du dich auf das Schneller-Bauen-Gesetz? Versprichst du dir viel davon? Klar freue ich mich auf das Gesetz. Und ich bin sehr gespannt, wie man die Artenschutz-Dewagen jetzt zukünftig führen wird. Das ist ja, glaube ich, das dickste Brett, was es dazu bohren gilt. Und das ist auch wirklich ein Thema, was uns, wenn ich daran denke, früher war ja der Bürger vielleicht noch derjenige, der in dem einen oder anderen Projekt zu überzeugen war. Und das können Sie aber in einem Dialog mit dem Bürger, das ist auch anstrengend, aber Sie können ihn vielleicht mitnehmen oder überzeugen. Heute spricht man nicht mit den Rotbauchunken oder Zaunerdechsen, sondern man spricht mit wirklich sehr, sehr pfiffigen, gut bezahlten, ausgebildeten NABU oder wem auch immer aus den Umweltverbänden. Die sind auch gut und die sind auch ganz freundlich und klasse. Aber ich verhandle eben nicht mit der Zaunerdechse oder der Rotbauchunke, sondern ich verhandle mit diesen, ja manchmal sehr ideologisch geprägten Menschen. Und das ist, ja, der neue Nachbar, würde ich sagen. Und das ist echt schwierig. Und insofern würde ich mich freuen, wenn es da eine Erleichterung gäbe im Schnellerbauungssitz. Ja, glaube ich auch. Anna-Maria Dahlke, möchtest du ganz kurz noch was sagen zu dem, was du gestern, du brauchst ein Mikrofon, das liegt hier vorne auf der Ecke. Nein, so nicht. Ohne Mikrofon geht das nicht. Jetzt? Ja. Guten Morgen. Mein Name ist Anna-Maria Dahlke, Knauterechtsanwälte, bin im Bau- und Planungsrecht tätig als Anwältin und unterstützt die Koalition für Holzbau zu allen Fragen des Bau-, Planungsrechts, Bauordnungsrechts. Ich konnte gestern mit Herrn Slotti auch über das Gesetz sprechen. Staatssekretär hier in Berlin für Bau und Zustände. Wir haben ja auch bundesweites Publikum hier. Wir hatten zwei Punkte auch besprochen, die Sie gerade angesprochen haben. Das eine ist die Zauneidechse und das Verbringen der Tiere in unmittelbar anliegende Bereiche. Und es soll erleichtert werden, auch außerhalb Berlins Ausgleichsflächen zu suchen. Ich denke natürlich als erstes an Brandenburg, aber es ist noch nicht festgeschrieben, wo. Aber das soll erleichtert werden. Und das zweite ist, auch mit Blick auf die Typengenehmigung, die Gebäudehöhe soll abgesenkt werden von 250 auf 240. Das ist auch im Gesetzentwurf vorgesehen. Also schauen wir mal, der Entwurf ist insgesamt zu begrüßen, aus Praktikersicht. Und ich denke, da ist viel Musik drin und ich hoffe, dass er ohne große Veränderungen verabschiedet werden wird. Ja, das stimmt. Gut, dann herzlichen Dank. So, wir sprechen jetzt über schneller bauen und der Bund setzt auf die modulare und serielle Baumethode und hat dafür eigens auch das Bundesbauministerium unter Leitung von Klara Geiwitz hat einen runden Tisch für das Thema serielles, modulares, systemisches Bauen eingerichtet. Dazu wird uns Lothar Fehn-Kresters, Unterabteilungsleiter im Bauministerium, eben auch für das Bauen zuständig, heute berichten. Wir werden hinterher auch nochmal, das ist ein bisschen neu jetzt ins Programm reingekommen. Wir werden auch nochmal eine kleine Diskussion zusammen mit Alexander Richter, also Bund-Land auch hinterherführen. Kommen Sie ruhig schon hoch, nicht die Leiter nehmen, nein, Stufen. Aber zu Ihnen, es wird nämlich eine Überraschung jetzt sein, Sie haben eine Zimmerlehre abgeschlossen. Da haben Sie, glaube ich, automatisch gleich ein paar Fans hier unten. So, Sie haben natürlich auch Architektur studiert und das an der Universität in Stuttgart. Sie waren auch in Atlanta, Georgia in den USA und waren vorher im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung und sind heute im BMWSB, also sprich im Bundesbauministerium. So ganz hat man diese Verbindung zur Raumordnung, zum Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung noch nicht abkapseln können. Sind Sie da immer noch? Nein, Sie sind nur im Bauministerium. Ja, logisch, Unterabteilungsleiter. Genau, so, und Sie berichten uns jetzt zu dem runden Tisch, zu dem, was das Ministerium daraus macht. Ich weiß, Sie können es noch gar nicht abschließend sagen, weil natürlich noch nicht dieser Lenkungsausschuss noch nicht getagt hatte. Übrigens, die Koalition Holzbauer sitzt auch mannigfaltig, also mit mehreren Personen dort in diesen Workshops mit drin, um das mit auszuarbeiten, weil das natürlich auch zu unserer DNA gehört, das modulare Säle bauen. Ja, ich bin mal gespannt, was Sie da aus dem Hause berichten. Ja, guten Tag in die Runde, Frau Jentsch, Herr Nagel, Thorsten Schulte, gibt andere Berührungen, verrate ich jetzt nicht. So ist es halt hier in dieser Republik und in dieser Stadt und ich freue mich hier sprechen zu können vor Ihnen, jetzt für das Bauministerium. Nein, ich bin nicht mehr im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, wenn ich da auch 20 Jahre war und ein paar Projekte dort abgewickelt habe. Und insofern so diese Berührung zum konkreten Bauen und wie die Baustelle dann aussieht, habe ich ein bisschen. Aber das hilft dann manchmal auch so, wenn man die eine oder andere Vorlage auf dem Tisch hat und sich überlegt, wie könnte es denn gehen. Nichtsdestotrotz ist man natürlich auch in einem politischen Kontext unterwegs und Herr Schulte hat den ja auch gerade schon mal gründlich ausgeleuchtet und den einen oder anderen Wunsch in die eine oder andere Richtung gekickt. Ich denke, solche Veranstaltungen sind ja dann auch genau dafür da. Ich hätte jetzt hier am Zettel zunächst mal was stehen zum Thema, wie geht es der Bauwirtschaft, wie geht es der Wohnungswirtschaft. Das wissen Sie alles selber. Jetzt könnte ich Ihnen nur sagen, wir wissen es auch. Ja, aber vielleicht im Sinne von Zeiteinsparung, Mittagessen und solchen Dingen überspringe ich den Block und Sie glauben mir jetzt einfach, dass wir das ein Stück weit gemerkt haben. Die Ministerin war ja gestern der Wohnungsbautag und so weiter, da ist ja viel darüber gesprochen worden. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht die ganze Breite ausrollen. Kurz angetippt, großer Leitfaden für uns in der Legislatur ist natürlich das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum. Hätte ich eigentlich auch ganz gerne jetzt übersprungen, aber Sie haben mir mit diesem EH40 so eine Flanke gegeben. Da ist ja nun genau, nicht in dem Bündnis, sondern in der Nachfolge jetzt zumindest für diese Legislatur beschlossen worden, dass man diesen EH40 zurückstellt. Und vielleicht ein klein wenig da einmal in die Tiefe gegangen in der Runde, was ist denn da dahinter, hinter diesem EH40 versus einer anderen Betrachtung von Klimazielen. Es ist ja nun so, hoffe ich doch, dass wir uns alle einig sind, dass wir Klimaschutz adressieren müssen, erreichen müssen, die CO2-Neutralität in 2045 erreichen müssen. Wenn wir das mal feststellen, dann kann ja jede Maßnahme, die man nicht tut, nur ersetzt werden durch eine andere Maßnahme. Wir haben Herrn Wissing heute früh gehört, lasse ich beiseite, ich will mich hier nicht so weit aus dem Fenster hängen. Aber mal auf den Gebäudebereich bezogen. Wenn EH40 beschreibt ja Primärenergiebedarf und beschreibt Hüllenqualität. Hüllenqualität, HT-Strich und der EH55, der gerade im Gesetz steht, ist ja im Moment gar kein EH55 im Gesetz, sondern ist ein EH55 bei der Primärenergie und ein EH100 beim HT-Strich. Da sehen Sie, in der Koalition gibt es schon einige Diskussionen zu dieser Hüllenanforderung. Aber alles dieses adressiert jeweils nur die Betriebsphase. Versucht die Treibhausgasemissionen in der Betriebsphase zu reduzieren. Aber wir haben es ja eigentlich mit dem Lebenszyklus zu tun. Mit dem Lebenszyklus von Gebäuden. Die Betriebsphase steht für rund 14 Prozent der CO2-Emissionen, Prozentpunkt drauf oder runter pro Jahr. Der Lebenszyklus von Gebäuden steht für 40 Prozent. 40 Prozent. Also wir können hier als Bausektor, wenn wir ernsthaft sagen, wir wollen was für einen Klimaschutz tun, den Kopf nicht in den Sand stecken. Weil wenn man 40 Prozent ausklammert und Herrn Wissing hört, dann wird es eng. Also wir müssen da was tun. Ich glaube aber, die Low-Hanging-Fruits liegen mittlerweile nach all diesen Anforderungssteigerungen eben im Lebenszyklus. In der Errichtungsphase. In der Errichtungsphase von Gebäuden und im Übrigen, banaler Satz, die Errichtungsphase konform betreiben. Also mit anderen Worten, wenn ich jetzt in der Errichtungsphase CO2 einspare, dann habe ich jetzt CO2 eingespart. Wenn ich es in der Betriebsphase mache, dann habe ich, weiß der Kuckuck, über 50 Jahre oder wie auch immer ich da jetzt rechne, CO2 eingespart. Also mit anderen Worten, das ist auch die schneller wirkende Maßnahme. Und dann ist natürlich die Frage, was kriege ich wo für den Dollar, sage ich jetzt mal. Und Sie haben vielleicht wahrgenommen, dass wir in der Förderung, Neubauförderung, mittlerweile überall eine Lebenszyklusbetrachtung verlangen. Als Bauministerium, weil die Neubauförderung ist in unser Haus übergegangen. Das ist genau dieser Punkt. Das ist genau dieser Punkt. Und wir wollen Ihnen die Chance geben, sich den Lebenszyklus insgesamt anzugucken und ein Stück weit auch zu entscheiden, wo Sie wie viel an CO2 einsparen können, zu welchem Aufwand. Das wissen Sie als Bauherr, das wissen Sie als Nutzer am Ende besser als wir staatlicherseits. Ja, es gibt eine Mindestanforderung, die ergibt sich natürlich primär mal aus dem Ordnungsrecht, aus dem GEG. Unter die kommen Sie dann auch nicht und die adressiert, wie ja gerade gesagt, primär die Betriebsphase. Hat mich jetzt gerade so gejuckt, das nochmal so ein bisschen klar zu rücken. Jetzt können Sie noch was zur Wärmepumpe sagen. Nee, da komme ich ja gar nicht zu meinem Thema. Vielleicht hat da einer eine Frage zur Wärmepumpe. Ja, ich soll was zum seriellen Bauen sagen. Serielles, modulares, systemisches Bauen. Ein wichtiges, eine wichtige Methode, ein wichtiges Mittel, aber natürlich auch nicht das Alleinseligmachen. Das wissen wir ja jetzt auch. Und das ist auch eine wichtige Feststellung für uns hier mal gemeinsam, weil da gibt es ja dann die anderen, die nicht so seriell und modular bauen oder die gar noch mineralisch bauen, die jetzt alle das Gefühl haben, jetzt werden sie abgeschafft. Und dann gibt es die anderen Veranstaltungen, wo wir hingehen müssen und sagen müssen, ja, so schlimm wird es auch nicht. Deswegen sind wir auch ein bisschen vorsichtig zu sagen, wir fördern den Holzbau per se. Unser Ziel heißt, tut mir leid hier in die Runde zu sagen, nicht der Holzbau. Unser Ziel heißt, Treibhausgasemissionen reduzieren. Ja, und was ist denn da ein hervorragendes Angebot? Holzbau. So, jetzt müssen Sie nur noch bei Herrn Schulte den Eindruck erwecken, dass Sie auch wirtschaftlich konkurrenzfähig sind und dann läuft die Sache. Ja, da gibt es natürlich ein paar Parameter, die da auch eine Rolle spielen, CO2-Preis, andere Kostenfaktoren, die so entlang der Strecke entstehen. Zwei, drei Sachen habe ich dazu auch noch zu sagen. Serielles Bauen, erst mal allgemein gesprochen, noch gar nicht beim Holzbau, ist natürlich eine Methode, die nicht nur für den Wohnungsbau in Frage kommt, sondern auch für Gesundheitsgebäude, für Bürogebäude, für Gewerbegebäude und so weiter. Da steckt eine Menge Potenzial drin. Die Standardisierung, die da drin steckt, als Methode, sowohl in der Produktion als aber auch in den Planungsprozessen, dann eben auch über Skaleneffekte, so sollte man doch meinen, in den Baukosten, realisiert sicherlich heute schon auf der Seite der Zeit, der Zeit von Planungsprozessen, aber auch der Zeit auf der Baustelle. Ich glaube, ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist, müsste Herr Schulte mehr Erfahrung haben als ich aus dem Ministerium, wie durchsetzungsfähig es ist, eine Baustelle bei der Nachverdichtung über Jahre den Mieterinnen und Mietern da anzubieten. Ich glaube, da bietet eben auch serielles Bauen eine echte Chance. Und dann hat das Ganze natürlich immer, das hat Herr Schulte auch gestriffen, Verbindungen im Bereich des Digitalen hinein, in die Planungswerkzeuge, in Software, in Automationsprozesse, in Robotik und damit natürlich eigentlich logischerweise dann auch eine Verbindung zu Baukosten. Nein, zu Produktionskosten. Das sind noch nicht die Baukosten. Der Logo, jeder, der jetzt was herstellt und es teurer verkaufen kann, verkauft es teurer. Im Übrigen auch im nächsten Schritt, wenn es gebaut ist und dann teurer vermietbar ist, ist es auch noch nicht die niedrigere Miete. Das ist die ketzerische Anmerkung mal hier so zwischendrin. Also das müssen wir uns dann schon noch auch differenzierter angucken. Serielles und modulares Bauen ist nicht wirklich was Neues. Jean Prouvé und solche Leute aus den 20er Jahren, also da gab es natürlich eine lange Tradition, wo man sich immer wieder an diesem Thema abgearbeitet hat und immer wieder festgestellt hat, dass es dann auch Grenzen hat, dass es auch Nachteile hat. Aber viele dieser Nachteile können wir, glaube ich, auch überwinden, indem wir heute Methoden haben, diese digitalen Methoden, indem wir eine viel größere Varianz anbieten können, als es, ich sage es jetzt mal, in diesem vertrauten Kreis hier Marzahn und Hellersdorf bieten. Und insofern, ich sage an der Stelle immer in unkundigeren Kreisen, aber ich mache es auch hier mal, den Golf gibt es mit allen möglichen verschiedenen Sitzen drin und mit allen möglichen verschiedenen Scheinwerfern und so weiter, aber fünf Zentimeter breiter gibt es nicht. Und da gibt es halt da so gewisse Grenzen. Und es wird insoweit auch immer einen Teil geben, wo es dann eben nicht passt. Wir leben in einer Zeit, wo wir am Bau Personalmangel haben, massiven Personalmangel haben. Und insofern ist auch die Produktion im Werk, die Produktion in einer Vorfertigung nicht nur schneller, sondern auch eine Riesenchance, die nötigen Arbeitskräfte am Bau zu binden, andere Arbeitsbedingungen zu bekommen. Frau Jentsch hat ja gesagt, ich habe Zimmerer gelernt. Jetzt sage ich mal so, in den 80er Jahren, da stand man doch auf dem Dach mit seinem Hämmerchen und dann lief das Wasser da oben rein und da unten raus. Wollen nicht alle. Es war der Stift, der da hoch musste. Wir haben andere Konkurrenzsituationen des Baus. Ich bin, sage ich jetzt mal ganz, oute mich, Jahrgang 64, da waren die meisten da. Da musste man nicht fragen, wer es macht. Da musste man sich darum kümmern, dass man es machen darf. Da haben wir andere Rahmenbedingungen und die müssen wir natürlich auch adressieren. Wir sind in Konkurrenz bei jungen Arbeitskräften und da muss der Bau dann eben auch interessant sein. Jetzt komme ich mal zum Holz im Speziellen. Holz als nachwachsender Rohstoff, indirekt habe ich das ja praktisch schon gesagt, bindet eben CO2 im Zuge des Wachsens und ist insofern gar keine, erst mal nicht ein CO2-Emittent, sondern eigentlich eine Senke. Natürlich, wir haben beim Bauen eine ganze Menge andere Prozesse, Transport und Schneiden und weiß der Kuckuck, wo wir dann auch wieder CO2 emittieren, je nachdem, wo die Energie herkommt und so weiter und so fort. Ganz banal ist es dann auch nicht. Aber es gibt jedenfalls eine Riesenchance, einen ökologischen Vorteil im Holzbau zu generieren. Nachhaltiges Holz wäre natürlich dann auch ein wichtiges Thema und die Verfügbarkeit von nachhaltigem Holz, das ist natürlich dann auch ein Riesenthema. Streife ich jetzt mal nur kurz. Gerade Holzbau ist natürlich auch eine Chance bei Nachverdichtung. Also gerade wenn ich zum Beispiel diese berühmten 50er-Jahre-Häuser, hat man ja viel in Berlin im Speziellen, die eigentlich fünf Stockwerke haben, aber niedriger sind als das fünfstöckige Haus nebendran aus der Gründerzeit, die aber von der Last her nicht viel hergeben. Und wenn ich dann da jetzt eben in der Gründung nichts machen will, dann kann ich vielleicht was mit einer geringeren Last oben draufstellen, aber nichts mit einem Massivbau. Wer ist da im Vorteil? Holz. Leichtbau. Insofern, vielleicht ist es auch gar nicht nötig, alle Vorteile nur zu generieren, indem man fördert. Vielleicht ist es einfach auch nötig, sich ranzuarbeiten an diese Vorteile. Ich glaube, das ist vor allem auch ein Thema von Akzeptanz, von Akzeptanz und dem Gefühl von Gleichwertigkeit von Holz. Ich habe da kein Problem mit, aber ich habe mal in meinen frühen Jahren meinen Eltern ein Haus bauen dürfen und mir ist es nicht gelungen, ihnen zu erklären, dass ein Holzhaus keine Baracke ist. Das ist jetzt sowas halb und halb. Also es steckt irgendwas noch in diesen Köpfen da. Und ich glaube, das ist jetzt nicht eine Frage von Förderung, sondern es ist eine Frage von Bilder in den Köpfen erzeugen, was das an Qualität hat. Und da muss man dann auch sehr aufpassen, was man an Bildern erzeugt. Also dass man nicht einfach nur schnell und quick and dirty da was produziert, weil dann kann man natürlich auch genau da, wo man eigentlich hin muss, kann man das dann sozusagen aus Versehen unterlaufen. Herr Schulte hat schon angesprochen, das ist ja eine der 187 Maßnahmen aus dem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, diesen Rahmenvertrag 2.0, serielles und modulares Bauen mit dem GdW. Da steckt ein Vorgängervertrag dahinter von 2018, jetzt 2023 nochmal. Was steckt als Grundidee dahinter, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen? Es gibt die Wohnungsbaugesellschaften, die viele davon jahrzehntelang überhaupt nicht gebaut haben. Die anderen haben was gebaut, aber wenn, dann mineralisch und garantiert nicht seriell. Und insofern, und wenn man dann fragt, warum nicht, dann sagen, es gibt ja kein Angebot, wo soll ich denn jetzt da was seriell bestellen? Also so wie man es vom Golf ja gewöhnt ist. Da muss ich es zusammenklicken. Es gibt ja kein Angebot. Und die Anbieterseite wiederum sagt, ja, was soll ich da, da muss ich ja eine Erstinvestition bringen. Da muss ich ja irgendwo ein Werk hinstellen. Das ist ja nun gerade wie skizziert. Auf welcher Basis soll ich denn das tun, wenn es da keine Nachfrage gibt? So, das war der Grundgedanke. Wir bringen mal Angebot und Nachfrage zusammen. War ein langer Prozess damals noch mit der Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, Frau Ettinger-Bringmann, mit dem HDB, Dr. Stiepelmann. Wie geht das? Und dann haben wir festgestellt, oh, 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 das geht ja im Kern, gerade wenn man Wohnungsbaugesellschaften erreichen will, auch nur dann, wenn wir vergaberechtlich auch das knacken. Also da sind die unterschiedlich aufgestellt. Aber wir haben uns jedenfalls den Ehrgeiz entwickelt, das auch vergaberechtlich so weit wie möglich abzuarbeiten, dass also aus einem solchen Rahmenvertrag, Rahmenvertrag für die 3000 Mitgliedsunternehmen des GdW, ein Mitgliedsunternehmen legitimiert ist, auf der Basis dieser Vergabe zu bestellen. Ja, es ist eben doch nicht wie beim Golf, der nur mit den Rädern das Grundstück berührt. Da gibt es eine Erschließung zu machen, da gibt es irgendwo einen städtebaulichen Kontext zu beachten. Also ganz so golfig geht es dann nicht. Aber immerhin, der Grundgedanke, den haben wir da abgearbeitet. Damals hatten wir neun Rahmenvertragspartner. Jetzt sind es 20 Rahmenvertragsunternehmen mit 25 Wohnungsbaukonzepten. Man sieht, der Markt hat irgendwo erkannt, da sind ja sicherlich auch einige hier im Raum, da gibt es eine Chance, da macht es Sinn zu investieren. Ich hoffe, auch die Wohnungsbauunternehmen haben erkannt, da gibt es eine Chance, da setzen wir uns mal mit auseinander. Ich hoffe, auch die Kommunen haben erkannt, das ist nicht so, dass dann immer nur grauslicher Städtebau rauskommt, sondern die Dinge sind auch ein Stück formbar. Ja, sie passen vielleicht nicht überall. Das sind immer so diese Schwarz-Weiß-Diskussionen, was richtig deutsches, Untergang oder Rettung. Ja, da passt es halt und da passt es halt nicht. Lokal angepasst werden muss es natürlich irgendwo und irgendwo gibt es dann natürlich auch noch die mineralischen und irgendwo die konventionell Errichteten. Die Vorlaufzeiten können wir natürlich auch massiv reduzieren, dadurch, dass ein Vergabeprozess schon gelaufen ist, dass man diesen Katalog hat, dass es eben schneller möglich ist, so ein Projekt dann in Angriff zu nehmen. Die Preise, Herr Schulte hat das ja auch schon mal angesprochen, Statistisch ist der Durchschnittspreis für Wohnfläche 3.200 Euro in der Errichtung, so sagen uns die Auguren. Die Preise, die hier aufgerufen waren, haben eine enorme Spanne zwischen 2.370 und 4.370. Es ist jetzt den Nachfragern überlassen, zu überprüfen, ob das mehr an Preis, auch das mehr an Qualität bringt. Das mag ja auch wieder in jedem Fall unterschiedlich sein. Es ist ja jeder auch unterschiedlich aufgestellt. Sie mögen als Landesunternehmen sehr stark an sozialen Wohnungsbau gebunden sein. Es ist ja nicht so, dass hier nur öffentliche Wohnungsbauunternehmen, sondern es sind ja auch private, die dann irgendwo anders am Markt agieren und die suchen sich dann halt vielleicht auch was anderes raus. Mengeneffekte sind auch als Steuerungsinstrument in dem Rahmenvertrag vorgesehen. Es gibt auch eine Preissicherheit, die natürlich, wenn man das konventionell macht, erst planen, dann ausschreiben, dann bauen. Da erlebt man ja so das eine oder andere Abenteuer. Hier haben wir lediglich eine Materialpreis-Gleitklausel. Ich glaube, das ist auch sinnvoll, weil ich kann dem Auftragnehmer ja nicht auch noch das als Risiko überbürden. Da muss man sich dann auch irgendwo mal zu einem vernünftigen Risikoausgleich verständigen. Und wir hoffen natürlich intensiv, dass Nachfrage und Angebot jetzt hier zusammenkommen. Natürlich spielt der gerade vorhin übersprungene Kontext von Zinssätzen, von Baupreisen und so weiter da eine massive Rolle. Und insofern können wir nur, wie gesagt, den Teil habe ich ja jetzt ausgeblendet, haben natürlich auch eine massive Aufgabe, als Bauministerium Einfluss zu nehmen auf dieses größere Bild. Wenn wir jetzt aber hier auf den seriellen Wohnungsbau gucken, dann haben wir eben da ein schon sehr leistungsfähiges Angebot, das wir jetzt in einer Roadshow an den Markt bringen wollen, die Kenntnis in die Fläche bringen wollen, um entsprechend dafür Abnahme zu sorgen. Es gibt ein erstes Bündnis-Investoren-Konferenz, merkt schon, der ist sperrig, der Name. Erste Bündnis-Investoren-Konferenz, wo also versucht wird, Investoren zusammenzubringen mit Anbietern von Seriellenbauen am 30. April, Ende dieses Monats in Leipzig. Also das sind so Industry Days, nennt man es an anderer Stelle, wo man sozusagen mal zeigt, was gibt es da, wo man sich unverbindlich informieren kann, welche Möglichkeiten da sind. Das sind Beiträge, die wir aus der Geschäftsstelle für serielles Bauen betreiben. Darüber hinaus gibt es eben diesen runden Tisch, der schon angesprochen wurde von Frau Jentsch, der am 5. September letzten Jahres die Lenkungsgruppe installiert hat. Sechs Working Groups, ja, Englisch und mit Working, also das muss klappen. Ja, es sind natürlich viele Unterthemen. Ich habe auch schon von dem einen oder anderen Akteur gehört, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das alles bespielen? Das ist immer so dieses Problem, ja. Es gibt dann kräftige Akteure, die setzen sich überall hin und es gibt andere Akteure, die schnaufen. Ja, also uns geht es ehrlich gesagt auch ein bisschen so, dass man natürlich auch irgendwo sehen muss, dann auch Aufwand nutzen, im richtigen Balance zu halten. Aber darf ich da mal kurz... Mach mal ein bisschen schnell. Ja. Gut. Darf ich da noch Fragen stellen? Schauen wir mal. Machen Sie doch glatt, oder? Haben Sie doch vorhin auch gemacht, als es schon über die Zeit war. Ich glaube, da habe ich jetzt keine Chance, jetzt so lange zu reden, dass Sie mir keine Frage mehr stellen. Nee, da muss ich auch einschalten. Ja, gut. Okay. Sanieren, saniertes Sanieren ist natürlich auch noch ein Thema, aber eines primär des BMWK. Ja, wir arbeiten hier zusammen an dieser Stelle ein wichtiges Thema, weil natürlich, ich hatte vorhin über EH40 mich ausgelassen. Eigentlich müsste ich mich auslassen, wenn man über Klimaschutz redet, über Sanieren im Bestand. Aber da darf ich jetzt nichts mehr zu sagen, weil Frau Jentsch will noch eine Frage stellen. Oder zwei. Ja, ich würde ganz gerne da noch mal konkreter werden, wie es jetzt weitergeht mit dem runden Tisch. Ja. Sie hatten jetzt was von einer Roadshow erzählt, Sie hatten was von einer Investorenkonferenz berichtet. Kommt das beides nach dem runden Tisch, nachdem die letzte Sitzung? Das ist schon terminiert auch? Ja, ich hatte, glaube ich, sogar das Datum gerade gesagt, für der Investorenkonferenz war, das muss ich mal hier blättern, Ende April, der 30. April. So schnell. Und das ist natürlich dann immer eine Runde, wo man lokal, also das ist jetzt kein einmaliges Format, sondern wo man lokal, das ist jetzt in Leipzig, versucht die Interessenten und die Anbieter zusammenzukriegen. Ja. Es geht ja bei diesem runden Tisch darum, dass wir die Akzeptanz für den modularen seriellen Wohnungsbau auch in der Architektenschaft, bei den Ingenieuren, aber eben auch in der Bevölkerung mit erreichen. Auch bei den Bauunternehmen, da gibt es ja schon genügend zu. Auch nicht alle. Nee, aber die, es gibt ja trotzdem sehr starke Modulbauer, ohne Frage. Da aber zur Akzeptanz zu kommen, und da wünschen wir uns neben den Roadshows natürlich auch, dass sowas wie ein Leitfaden eben auch eine Kommunikationsstrategie mit dahinter steckt. Ist das schon besprochen? Klar? Oder läuft das alles über diese Roadshow? Ja. Ja, das wird über den runden Tisch laufen. Ich bin jetzt gar nicht ganz drittsicher, was diese Working Groups alles im Einzelnen sind. Das wissen Sie wahrscheinlich am Ende besser, weil da sitzen Sie drin, ich nicht. Und was sicherlich ein ganz entscheidender Faktor ist, sind die Kommunen. Die Kommunen da mitzunehmen. Der Städtetag ist da auch eingebunden. Der Städtetag sind ja noch nicht alle Kommunen. Insofern, da wird man arbeiten müssen dran. Das wird man auch nicht in einem Schnipp weg haben. Genauso wie Sie auch erst mal die Dinge skalieren müssen auf der Seite der Herstellung. So ist es eben auch auf der Seite der Nachfrage. Bei den Wohnungsbauunternehmen, aber auch bei den Kommunen. Dass man das bearbeiten, bergern muss. Akzeptanz, aber auch tatsächlich Genehmigungspraxis. Das sind schon auch die Hürden, die wir haben. Ja, was wir jetzt auch noch nicht aufgerufen haben, ist dieses Thema Typengenehmigung. Aber Sie, ja. Nee, das kommt ja danach erst. Kontrolle der Fragen überlassen. Danke. Aber wir beenden an der Stelle jetzt auch. Wir müssen, wenn ich auf diese kleine Uhr hier gucke, dann denke ich, oh Gott, sind wir schon drüber. Das ist das Maß, dass wir drüber sind, ja? Ja, wir sind sehr drüber. Wir sind schon 25 Minuten drüber. Aber ich bin nicht allein schuld, oder? Nein, auf keinen Fall. Aber ganz herzlichen Dank. Und wir sprechen uns wieder, ne? Ja. Ihr hattet heute früh so schön Gabor Steingart geschrieben. Da geht es aber um die Zinspolitik. Investoren dieser Welt brauchen frisches Geld wie Fisch das Wasser. Stimmt. Jedes Projekt muss auch finanziert werden. Und deswegen werden wir jetzt über die Finanzierung reden mit André Mayer, beziehungsweise er wird vortragen. Ich sehe ihn allerdings im Moment nicht. Das macht nichts. Das ist schön. Ich freue mich. Sehr gut. Die GLS-Bank, eine Genossenschaftsbank, die natürlich nur für nachhaltiges Bauen und auch Sanieren finanziert. Dazu wird er jetzt auch berichten. Ganz kurz zu ihm selber. Diplom an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Sind Sie kein richtiger Banker? Doch. Ja? Ja. Da gibt es auch noch die Punkte für Banken, ne? Betriebswirtschaft mit Fachrichtungen. Achso. Na, ich habe jetzt nicht da reingeguckt in die Hochschule. Insoweit nicht, nein. Nein. So. Aber die GLS-Bank ist schon seit 50 Jahren am Markt, eben Privatkunden und Geschäftskunden. Einige finanzieren vielleicht auch mit Ihnen. Aber ich überlasse Ihnen jetzt die Bühne und rede gar nicht länger, sondern Sie legen jetzt los und Ihre Leinwand ist auch da. Super. Gut. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Jentsch. Ja, in der Tat, wir sind noch nicht ganz 50 Jahre. Das wird aber in diesem Jahr soweit sein. Die Feier wird am 1. und 2. Juni sein. Aber gerne nochmal eine Einladung an alle. Wird allerdings in Bochum, nicht in Berlin sein. Ist eine öffentliche Veranstaltung. Kommen Sie gerne vorbei, feiern Sie mit uns gemeinsam. Und da wird es auf jeden Fall auch zum Thema Nachhaltigen bauen und auch Holzbau, das eine oder andere, mit an Informationen geben. Ja, vielen Dank für die Einladung, Senni Jentsch. Als GLS-Bank beschäftigen wir uns mit dem Thema bezahlbarer Wohnraum schon eine ganze Weile. Die Frage, was ist genau bezahlbarer Wohnraum, da will ich jetzt ganz kurz nochmal eingehen, vielleicht das mal von der anderen Seite betrachten, von der Seite der Mieter und Mieterinnen und daraus versuchen abzuleiten, wie dann vielleicht auch eine Finanzierung aussehen kann. Um Ihnen da nochmal einen kurzen Einblick zu geben, wie wir als GLS-Bank auf bestimmte Themen raufschauen, die Herausforderungen aktuell am Markt, haben wir jetzt auch schon gehört, was das Thema Baukosten anbelangt, was das Thema Mangel an Wohnraum anbelangt. Wir können erkennen, dass wir in den Ballungszentren einen sehr starken Mangel an Wohnraum haben, aber auch eine Verschiebung auf das Ländliche erfolgt, wo vielleicht auch dieser Wohnraum umgenutzt werden muss und sollte. Und für uns als GLS-Bank ist das Thema Neubau ein ganz wesentliches, im Wesentlichen in Ballungszentren, aber auch das Thema Umnutzung, Sanierung, wir haben es jetzt auch gerade schon gehört, das sind Themen, die eigentlich noch oberere Priorität haben zum Neubau. Das heißt, wir müssen mit dem Gebäudebestand, den wir haben, erstmal verantwortungsvoll umgehen, gucken, was daraus sich entwickelt. Vielleicht das auch mit der Aufstockung, haben wir auch gerade schon gehört, auch im Holzbau, da entsprechend die Themen vornehmen, beziehungsweise die Veränderungen vornehmen. Was wir mit unseren Krediten oder mit den Geldern unserer Kunden versuchen, ist, den Wohnraum preisgünstig zu finanzieren und wir versuchen das halt auch, und wir können es an den Themen sehen, wir haben es geschafft in den letzten Jahren durchschnittlich 10 bis 15 Prozent unter dem Mietspiegel jeweils zu bleiben, das heißt also, die Finanzierung auch wirklich von günstigem Wohnraum damit zu unterstützen. Das gelingt uns nicht nur im Neubau, das muss man ganz klar sagen, also der Neubau stellt uns auch vor die Herausforderung, wir kommen alle an den Preisen nicht vorbei, das ist ganz klar, das gelingt uns aber im Wesentlichen halt auch über die Umnutzung von Bestandsimmobilien, beziehungsweise von der Sanierung von Bestandsimmobilien und das ist nach meiner Einschätzung auch eines der wesentlichsten Themen, wenn wir auf den Lebenszyklus schauen, gerade im Bestand die bestimmten Themen, beziehungsweise energetische Instandsetzungen wieder voranzubringen. Aus den Herausforderungen, die wir jetzt am Markt sehen, haben wir für uns ein Zukunftsbild entwickelt und das ist so ein Stück weit auch die Guideline, an der wir uns lang bewegen, an der wir die Kredite vergeben. Eine Basis dafür haben wir in unseren Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen gelegt, das heißt also, es gibt wirklich konkrete Themen, wo wir die Finanzierung nur mit hinbegeben wollen. Zukunftsbild im Bereich Wohnen, wir haben das für verschiedene Branchen auch gegliedert, ist bezahlbare Mieten, klimaverträgliches Bauen, gemeinschaftliche Wohnformen und auch, dass Immobilien keine Spekulationsobjekte sind, das heißt also, man wirklich sich nur auf das Thema Exit konzentriert, auf das Thema Gestehung und dann zum größten Preis wieder zu verkaufen, das ist überhaupt nicht unser Ansinnen, das wollen wir auch überhaupt nicht mit fördern und unterstützen. Um jetzt zu dem Thema zurückzukommen, was heißt bezahlbarer Wohnraum für uns? Ich habe Ihnen mal zwei Kennziffern mitgebracht. Bezahlbarer Wohnraum heißt, dass circa 30 Prozent maximales Haushaltsankommen für die Miete beziehungsweise auch für die Finanzierung des Wohnraums ausverbracht werden. Im Spagat dazu sehen wir die 60 Prozent, das war auch in der Eingangsfolie zu sehen, die wir jetzt häufig schon erkennen können, dass die halt gebraucht werden, um die Mieten beziehungsweise auch die Finanzierung zu stemmen, wo jetzt gesagt wird, wir befinden uns da eher an einer Armutsschwelle oder an einer Armutsgrenze, wenn so viel des monatlichen Einkommens für diese Themen verwendet werden kann. Wie vorhin schon gesagt, ich versuche mal, das von der anderen Seite her abzuleiten und zu gucken, was steht uns zur Verfügung. Die Daten, die Sie jetzt hier sehen, zu den monatlichen Einkommen, sind schon etwas älter, das heißt, sie sind jetzt noch nicht inflationsbereinigt und die letzten zwei oder drei Jahre, ich meine, die waren aus dem Jahr 21 oder 22 von der D-Statis. Ich habe mir mal einen Ein-Personen-Haushalt angeschaut, wir sehen hier auch wieder die 50 Quadratmeter, also das ist so der Zirka-Schnitt, den wir in Deutschland im Moment haben. Das ist sicherlich auch eine Frage, wo man ansetzen kann, wir haben es auch vorhin schon gehört, können die Wohnungen nicht doch ein bisschen kleiner und effizienter dann auch sein, können wir bestimmte Verkehrsflächen nicht auch in die Außenbereiche verlegen, etc., also das sind sicherlich alles Diskussionen, die man dann auch führen kann, um auf bestimmte Niveaus runterzukommen. Wenn wir uns das Niveau von einem Ein-Personen-Haushalt anschauen, gelangen wir dazu, dass wir bei, das sieht man leider jetzt wahrscheinlich hinter den Stühlen nicht genau, bei 2,50 Euro Nebenkosten, bei 10 Euro pro Quadratmeter 30 Prozent dieses Nettoeinkommens dann auch für das Thema Wohnen verwenden werden oder müssen, besser gesagt. Den Spread sehen Sie bei 20 Euro, das sind ja die aktuellen Preise, die wir dann eher sehen in der Neuvermietung, wären wir halt bei den 50 Prozent, also schon nah an dem Thema Armutsgrenze, denn da dran, natürlich noch nicht ganz, aber das ist sicherlich ein Thema, was uns doch deutlich bedenken geben sollte. Vielleicht noch ein Wort zu den kleinen 2,50 Euro Nebenkosten. Auch das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir sehr stark in das Thema Lebenszyklusanalyse reingehen müssen, nämlich da auch wirklich darauf achten, dass wir bei diesen geringeren Nebenkosten bleiben und da sehe ich ganz klar das Thema erneuerbare Energien mit enthalten. Das Thema CO2-Abgabe, CO2-Emissionen wird uns da sicherlich das eine oder andere an Punkten mitbringen. Wir sehen das jetzt aktuell in den Beleihungswertermittlungen bei uns bereits, dass das Thema CO2-Emissionen im Betrieb insbesondere in der Vermieterschaft dann zu Abzügen auch von den Werten führt und damit natürlich auch zu geringeren Finanzierungsoptionen führt. Das heißt, bei den sehr, sehr schlechten Gebäuden sehen wir teilweise bis zu 10 Prozent Abzug. Also da auch nur noch mal der Appell, genauso wie Sie es vorhin gesagt haben, das Thema Nebenkosten, Lebenszyklusanalyse wird eins werden, was uns noch viel, viel stärker begleitet und wo wir halt wegkommen zu der statischen Betrachtung, Fertigstellung des Gebäudes, dann wirklich halt eher die langfristige Betrachtung. Ist zumindest meine Einschätzung. Schauen wir noch mal ganz kurz auf den Mehrfamilienhaushalt. Wir sind hier bei einem durchschnittlichen Einkommen von 3.600 Euro netto. 90 Quadratmeter ist auch eher so die Standard-3- bis 4-köpfige Familie gedacht, die wir da zugrunde gelegt haben. Und hier sehen wir halt auch, dass wir bei 18 Euro schon circa 50 Prozent des Nettoeinkommens verbrauchen werden. Mal ganz kurz zurück. Jetzt im Vergleich zu den Zahlen, die Sie gerade gesehen haben, das ist der IBB-Wohnungsmarktbericht aus 2023, also relativ aktuell, wie die aktuellen Bestandswohnungen in der Vermietung angesehen werden, zu welchen durchschnittlichen Preisen wir die Neubauvorhaben oder auch mögliche Wohnungen mit an den Markt bringen. Hier kann man schon die Tendenz entsprechend erkennen, mit der Einordnung zuvor sind wir da halt in den Bereichen, wo wir eigentlich nicht mehr wirklich über bezahlbaren Wohnraum sprechen können, was das Thema Neubau anbelangt. Und das hat den falschen Knopf gerade gedrückt. Lassen Sie uns dann gemeinsam auf mögliche Ansätze schauen, die es dafür gibt. Günstiger bauen, hatten wir auch gehört, das ist natürlich der Appell, ist eins der wesentlichen Themen, wo wir dann ansetzen können. Öffentliche Förderung einbinden, Förderung werden sicherlich auch nicht unendlich gehen, das ist ganz klar, aber auch da, es kann natürlich über unterschiedliche Wege erfolgen. Unterschiedliche Wege kann auch heißen, dass wir bestimmte Verantwortung mit übernehmen. Da sehen wir unter Punkt 5 das Thema Erbbaurechte, also Verantwortung der Kommune, bestimmte Themen jetzt mit zu unterstützen und vielleicht auf die Langfristigkeiten hin mit zu projizieren. Das heißt, ich kannte zum Beispiel die Grundstücke mit meiner Verantwortung auch erst später in die Bezahlbarkeit oder in die Refinanzierbarkeit reinlaufen lassen, sodass ich am Anfang für das Thema Finanzierung vielleicht einen größeren Anteil habe oder diesen Anteil, den ich jetzt brauche, auch besser abbilden kann. Also das heißt, öffentliche Förderung beziehungsweise öffentliches Verständnis, suffiziente Flächennutzung hatte ich auch gerade entsprechend schon mitgesagt. Was wir als wesentliches Thema noch sehen, ist auch die Einbindung der Genossenschaftsmitglieder in dem Fall, also der künftigen Bewohnenden, dass die sich am Thema Eigenkapital mitbeteiligen, sodass wir darüber vielleicht auch ein Gemeinschaftsgefühl, Gemeinschaftsgedanke mitbekommen, der diese, das Bezahlbarkeit oder das Thema Bezahlbarkeit noch ein Stück weit mit nach vorne bringen kann. Ich habe mal versucht, so eine kleine Rechnung mit aufzumachen, will der im Wesentlichen jetzt auch gar nicht auf alles eingehen, sondern auf zwei, drei Faktoren. Wir befinden uns jetzt hier bei einer Immobilie, die im Land Berlin entstehen soll, die im Erbbaurecht entstehen soll. Sie sehen da unten auch bei der Cashflow-Betrachtung das Thema Erbbauzins mit berücksichtigt und wir sind jetzt mal mit Blick auf das Thema GdW-Ausschreibung bei einem durchschnittlichen Preis pro Quadratmeter Wohnfläche von 4.000 Euro. Das sind die beiden grünen Spalten. Wir haben 2.500 Quadratmeter Wohnfläche zu 4.000 Euro pro Quadratmeter versucht aufzugliedern. Wir werden jetzt hier im Wesentlichen vier unterschiedliche Finanzierungsbausteine sehen, das heißt auch vier unterschiedliche Nutzungsarten. Nutzungsarten heißt dann also auch in dem Thema der Finanzierungstypen. Sie sehen die unterschiedlichen Schritte des Landesförderinstituts der IBB, wie die Finanzierung sich auch darstellen. In Summe kann man festhalten, und das sehen Sie in der oberen Spalte, dass wir hier einen Spread haben von 15 Euro in der freien Vermietung bis hin zu 7 Euro in der sehr stark geförderten Mietbindung. Das heißt also, es gelingt uns hier, auch wie wir das vorhin gemacht haben, kein einseitiges Quartier mit in die Finanzierung zu bekommen, sondern wirklich ein gemischtes Quartier, wo wir halt auch unterschiedliche Einkommensschichten oder Einkommensklassen dann auch im Prinzip mit abbilden können. Letztendlich muss man dazu sagen, unter Investorengesichtspunkten ist es kein sehr attraktives Modell, weil es nicht darauf ausgelegt ist, dass man damit eine Rendite ermöglicht, sondern es ist darauf ausgelegt, dass wir bezahlbaren Wohnraum in der Form schaffen, dass die Mieten halt maximal bei 15 Euro sind. Jetzt muss man dazu sagen, die Statistik von vorhin ist halt eine Statistik, die über alle Einkommensklassen hingeht. Das heißt, wir haben natürlich auch die Idee oder die Hoffnung, dass sich in den Immobilien dann auch Menschen wiederfinden, die natürlich auch ein entsprechend höheres Einkommen mit haben und sich die 15 Euro auch mit leisten können. Summa summarum, muss man sagen, wir sind hier bei einer Kapitaldienstbelastung. wenn man das mal anschaut, das kann man fast analog zu einer Rendite mit auch sehen, weil wir faktisch keinen Überschuss haben von 2,6 Prozent und dann kann sich jetzt natürlich jeder Investor nochmal fragen, ob das eine interessante Rendite ist, auch auf das eingesetzte Einkapital vermutlich nicht bis ins allerletzte. Also das muss man auch ganz klar sagen, ist aber auch nicht unser Ansinnen, hatte ich vorhin schon gesagt. Als ergänzenden Baustein, der vielleicht gar nicht so bekannt ist, ist das KfW-Programm 134 anzusehen. Das heißt, wir befinden uns hier im genossenschaftlichen Bereich. Wenn man hier auch dieses Programm nochmal benutzt, also auch die Eigentümerinnen und Eigentümer, also die Genossen und Genossen mit in die Finanzierung mit reinnimmt, das sieht man unten in der Ecke, dann würden nochmal circa 2,70 Euro bei einer Gleichverteilung der Quadratmeter Finanzierung bei 2,70 Euro pro Quadratmeter einen Zuschlag nochmal zu der Miete bekommen oder beziehungsweise Finanzierungskosten dazu bekommen. Heißt aber im Umkehrschluss, auch ich bin nach einer bestimmten Laufzeit, in dem Falle sind es dann halt auch 30 Jahre, 100 Prozent Eigentümer der Genossenschaft beziehungsweise meiner Genossenschaftsanteile. Das heißt also, das ist in dem Fall dann kein verlorenes Geld. Vielleicht mit Blick auf die Uhr und die knapp 15 Minuten, die mir Sanyansch für dieses sehr einfache Thema gegeben hat. Kurze Zusammenfassung, Kostenreduktion durch günstiges Bauen erleichtert uns natürlich auch nochmal die Themen in der Finanzierung, das ist ganz klar. Die Einbindung von öffentlichen Förderungen, hatte ich jetzt auch schon angesprochen, sind wesentliche Themen, die wir auf jeden Fall mit brauchen, um das mit bewerkstelligen zu können und nach unserer Einschätzung der finanzielle Einbezug der zukünftigen Bewohnenden ist auf jeden Fall ein wesentlicher Baustein, den wir hiermit unterstützen können und im Zweifel natürlich auch die richtige Bank als Finanzierungspartner. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, das nennt man, das ist Ihr Partner für die Finanzierung, oder? Das nennt man jetzt, glaube ich, das ist Ihr Partner für die Finanzierung, so schmeichelnd. Nein, ganz herzlichen Dank. Ich gehe dann tatsächlich jetzt schon zu den Baukosten über. Also, die Leinwand kam direkt hoch, Wolfgang Moderecker kommt. Ganz kurz noch mal zu den Zahlen, die auch gestern auf dem Wohnungsbautag genannt worden sind. Da wurde genannt, dass sie von 2020, erstes Quartal bis zum vierten Quartal, 23, also sprich in drei Jahren um 42 Prozent gestiegen sind. 42 Prozent in drei Jahren. Das ist schon recht enorm. Jetzt schickt sie mir die Studie, dass ich es mir anschaue und dann sagt sie die Zahlen. Nein, du kannst, du gehst ja jetzt ins Detail. Ich glaube, Wolfgang Moderecker, warte mal, jetzt ist es schon wieder hier mit der Größenordnung. Ich mache es so, schau da jetzt. Ich hoch, genau, jetzt auf Augenhöhe. Ist immer so. So, er wird jetzt tatsächlich seine Diskutanten auseinandernehmen, also nicht auseinandernehmen im Wörtlichen, sondern sprachlich, zahlenmäßig, dass wir genau wissen, wo ist sozusagen der Spagat zwischen Massivbau und zwischen Holzbau. Das möchte ich ganz gerne auch rausgekitzelt haben. Warum? Und ja oft viele Unternehmen holen sich ja zwei Angebote ein. So, aber Wolfgang Moderecker kennt, glaube ich, jeder. Wer kennt ihn nicht? Darf sich ruhig die Hand heben. Da, ehrlich, willst du was zu Bildwort sagen oder soll ich über dich reden? Das ist ja mal besser. Wenn du über mich sprichst. Nee, nee, lass mich ruhig ein paar Worte dann noch sagen, wenn es sein muss. Okay, mach das. Ihr werdet mich schon noch kennenlernen. Genau, das wird jetzt sehr imposant. Jetzt ganz kurz noch zur Zeit. Wir sind ja jetzt im Verzug mit 20 Minuten. Das holen wir aber mit dem Mittagessen auf. Das heißt, es muss schneller gegessen werden. Die Diskussion wird genauso lange bleiben, kann bleiben, aber wir haben ja eine Stunde fürs Mittagessen, das holen wir dann ein bisschen raus. Okay, na dann, viel Spaß. Ja, wir haben natürlich jetzt das Glück, dass wir wirklich über Baukosten reden. Sie haben den Benchmark nochmal genannt, 2370, glaube ich. Und da werden wir einfach mal diskutieren, wo wir wirklich stehen. Ich würde gleich mal anfangen und das Line-Up holen, Eva. Du startest schon mal los, während du dich raufsetzt, würde ich was zu dir sagen. Eva Weiß, seit langem bei der BuWalk immer dort für die Projektentwicklung verantwortlich, mittlerweile auch Vorstand bei der Deutschen Wohnen, oder? Also Doppelrolle, aber kommt natürlich aus dem Bauen und ganz tief drin und kann natürlich aus der Projektentwicklerrolle ziemlich genau sagen, was was kostet und für was man welches Geld ausgibt, oder? So, glaube ich, können wir das mal so im Line-Up sagen. Dann würde ich weitermachen mit Thorsten Schulte. Thorsten war schon hier, also bitte schön einfach nochmal. Jetzt bist du wahrscheinlich nicht ganz so tief drin, aber ich hoffe, du bist gut vorbereitet worden zum Thema Zahlen. Ja, genau, machen wir so. Und dann würde ich weiter mit Anders Übelhack. Er ist Kalkulation Akquise bei Züblin Timber. Jetzt haben wir irgendwie so eine Ding kommen, dann setze ich mich mal auf die andere Seite rüber, weil da war ich noch nie. Handmikrofone habt ihr alle. Und wir würden mal loslegen. Also, erste Frage war so ein bisschen anders als im Leitfaden, weil der Zahl aus dem Rahmenvertrag steht jetzt hier und jeder hat jetzt eine Zahl mit diesen 2370. Für welches Geld baut ihr wirklich? Also, ich fange mal bei dir an, Thorsten. Ja, dann sage ich was dazu. Also, die 1950, die ich eben genannt habe, die haben wir in unseren Joint-Venture-Konstruktionen, dort, wo wir eben nicht europaweit ausschreiben müssen, dort, wo wir mit Partnern wirklich zusammenarbeiten, die wir sehr früh binden und dann genau die Effekte eintreten, die man sich eigentlich immer wünscht, dass nämlich der Partner mit in den Planungsprozess oder die Baufirma mit im Planungsprozess involviert ist und man gemeinsam Kostenoptimierung durchführt. Dann kommt man zu solchen Preisen. Wenn wir europaweit ausschreiben, sieht das natürlich anders aus bei unseren Vergaben. Landen wir eher über den 2000, also 2200, 2150 in dem Bereich liegen wir, wenn wir klassisch vergeben über Ausschreibungsergebnisse. Und dann aber, und das ist ja ein weites Feld, was ist Was ist drin und was ist draußen? Da werden wir jetzt gleich nochmal reinkommen und dann sagen, also, ihr müsst ja im Lebenszyklus kalkulieren, also euch nützt ja nichts, wenn ihr billig baut. Das ist anders wie bei der EFA, die kann sagen, und weg damit und nahm mir die Sintflut. Hauptsache, ich komme über die fünf Jahre Gewährleistung drüber. Nein, also, Spaß beiseite. Ihr müsst ja über lange Sicht sehen und sagen, was kostet euch das die nächsten 50 Jahre? Ja, aber nochmal zurück zu der Größenordnung. Also, die Größenordnung ist tatsächlich, und deshalb ist es so schwierig, eine Zahl zu nennen, das wird Frau Weiß möglicherweise auch so gehen. Baue ich 200 Einheiten oder baue ich 25 Einheiten in Mitte, da ist einfach eine breite Spreizung auch bei den Preisen. Oder bauen wir ein Hochhaus? Beim Hochhaus habe ich eine andere Effizienz, ich habe andere Kosten und dann ist der Preis natürlich anders. Insofern ist das jetzt mal so eine Annahme für, ich sage jetzt mal, 200 Einheiten auf einer Fläche statt Randlage und da kommen wir zu solchen Preisen, wo wir also kompakt und relativ frei von vielen anderen Zwängen bauen können. Dann kommen wir zu dieser Preisvorstellung. So, die Zyklusbetrachtung, da bin ich tatsächlich heute nicht ganz so super gebrieft. Wir rechnen ja für über 20 Jahre. Das ist sozusagen das, was der Gesellschaft davon uns erst mal verlangt. Und über die 20 Jahre ist die Betrachtung eben leider nicht so relevant. Interessanter wäre es ja, wenn ich eine ganz andere Betrachtungsweise wählen würde, nämlich sehr, sehr viel langfristiger. Das ist aber eben eine Frage, die unsere Gesellschaft damit vorgibt. Insofern spielt das, und da sind wir jetzt bei einer Wohnungsbaugesellschaft, wir haben ja ganz viel S in den Themen, das heißt, wir bauen günstigen Wohnungsbau, wir sind in der Energieklasse irgendwie nicht schlecht, sondern auch eher weit vorne. Also es kommen ganz viele Aspekte, wo wir ja schon gut sind. Wir sind effizient, wir sind... Hast du vorhin gut vorgestellt, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Und am Schluss, wenn es nur noch die eine Balkonplatte gibt, dann kann es schon auch sein, dass es ein bisschen triste wird, aber das hoffe ich, da können wir ja noch mal drüber reden. Also die 2370 sind für ihn kein Benchmark mehr, der ist schon mal unter 2000 und wir bleiben jetzt mal so bei diesen 200 Einheiten Greenfield Plain Vanilla. Keine Zauneidechse, habe ich mitgekriegt. Eva, was geht? Was ist so der Buwok-Standard? Also wir kommen nicht unter 2000, auf überhaupt gar keinen Fall. Und ich rede jetzt wirklich mal über Brutto pro Quadrat, mit der Wohnfläche, nur die 300er, 400er Kosten, dann sitzen wir bei einer Benchmark etwas über 3000 bis hoch zu knapp unter 4000. Das ist so im Moment das, für das wir vergeben und für das wir auch bauen. Die Studie, die Sun vorhin gerade angesprochen hat, die landet bei den 300er, 400er ungefähr bei 3, 4. Also da bist du so in dem Range. Jetzt müssen wir ja danach noch mal schauen, was macht es denn eigentlich teurer und warum und wer ist bereit, für was zu bezahlen? Also bei uns ist tatsächlich ja auch immer eine Tiefgarage mit dabei und so weiter. Das kostet natürlich immer sofort Geld und wir haben tatsächlich auch immer noch auch unterschiedliche Balkone, wir haben unterschiedliche Fassadengestaltungen, wir haben nicht nur einen Gebäuderiegel mit 200 Einheiten, wir haben dann halt mit den 200 Einheiten... Das wird jetzt bei euch auch nicht sein, oder? Also Architektur wird jetzt nicht komplett auf der Strecke bleiben. Nee, Architektur bleibt nicht auf der Strecke, aber es ist natürlich so, dass wir Tiefgaragen weglassen. Lass uns da gleich noch mal drüber sprechen. Ich würde so in dem Line-Up den Anders noch mal mit dazunehmen und sagen, du bist für die Akquise verantwortlich, du musst den ganzen Krempel kalkulieren. Was geht und wo kommst du raus? Na ja, erst mal vorneweg noch mal. Ich bin für die Akquiseverhandlung für Zyplin Timber. Also ich bin der Holzbaumensch. Jetzt ist Zyplin natürlich ein Laden, der, ich glaube, der Holzbauumsatzanteil ist bei zwei Prozent. Also das ist jetzt natürlich, also das muss man vielleicht auch noch mal einordnen. Wo kommen wir raus? Klar, es kommt drauf an. Es kommt drauf an und das ist ja hier schon sehr gut angeklungen, Größenordnung des Projekts. Also wenn wir uns einen GdW-Rahmenvertrag anschauen, haben wir ja auch mitgemacht. Und dann ist das natürlich ein Haus, das da ausgeschrieben ist, das jetzt mal per se nicht das Allereffizienteste ist, wie das der Herr Schulzen vielleicht bauen würde, sondern das ist einfach eine Benchmark. Ich finde, das ist ein sehr gutes Verfahren, um einfach verschiedene Bauweisen zu vergleichen, dem Kunden die Möglichkeit zu geben, was ist denn eigentlich vielleicht auch, was zu mir passt. Ich weiß nicht, wie Sie das bewerten. Aber wo seid ihr denn rausgekommen? Bei knapp 2,7. Okay. Das ist jetzt die 2,7 jetzt auch ums Nummer 1 zuordnen im Vergleich. Das ist ja jetzt inklusive Planungskosten beim GdW brutto pro Quadratmeter Wohnfläche entscheidend. Auch das haben Sie ja vorhin in dem Vortrag schon gesagt, ist ganz klar die Wohnfläche zur brutto Geschossfläche. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wir haben jetzt gerade einen Vergleich gemacht. Die Sun Yens hat zu mir gesagt, du musst mal sagen, was ist denn da Holzbau und was ist denn der Massivbau und was kostet das da im Unterschied? Als Beispiel 4-Punkthäuser. 4-Punkthäuser, 5-geschossig, schön, eigentlich klasse in Holzbau geplant. Da sind wir höher wie diese 2,7. Warum? Weil natürlich wir viel mehr Außenhülle haben. Die Effizienz ist da bei 0,62 gewesen. Und da kommt der Investor und sagt, was ich übrigens sehr gut finde, ich habe hier die Benchmark. Kann ich sagen? 2.800 Euro. Wohnfläche brutto. Lieber Firma Zyblin, wenn du das hinkriegst, dann bauen wir zusammen. Da haben wir uns gedacht, ja, schauen wir uns genau an. Dann sind wir rausgekommen beim reinen Holzbau bei knapp 4, beim Holz-Hybrid-Bau bei 3,5. Und jetzt kommt, das mache ich ja mit meinen Zyblin-Kollegen, also die die anderen 98% machen, die waren auch bei 3,2. Also weil es nämlich gar nicht darum geht, zu sagen, jetzt ist der Holzbau so viel und jetzt ist jetzt bitte, ich habe jetzt nicht gesagt, wie viel der Holzbau teurer ist, weil es ist natürlich auf dieses Projekt bezogen. So, und der entscheidende Punkt ist aber der, auf den ich hinaus will und ich glaube, das war ihr erster Satz, wenn wir vorher darüber reden, was habe ich denn überhaupt im Budget, dann muss auch so ein Laden, wie wir uns nicht erstmal hinsetzen und 47 Wochen kalkulieren, sondern können relativ schnell sagen, naja, wenn wir auch mit dem Kalksanstein und mit dem Polysterol bei dem Verbundsystem nicht hinkommen, dann ist irgendwie was anderes im Argen und das liegt nicht am Holzbau oder am Nichtholzbau. Aber ich nehme jetzt bei dir mal mit, eigentlich, wenn du das Beispiel bringst, dann liegt es ja am Städtebau, also am städtebaulichen Entwurf, weil wenn ich Punkthaus habe, Effizienz, Hüllfläche zu Volumen, also das sind ja so Architektur, zweites Semester hätte ich jetzt mal gesagt, so A-zu-V-Verhältnis und so, die ganz einfachen Basics, oder? Naja, ein Stück weit schon, aber natürlich gibt es Grundstücken, das anders her, also ich mache jetzt dem Architekten und dem Investor kein Vorwurf, was wir machen, also insofern ist ja auch die Frage, welche Grundstücke stehen zur Verfügung und wie müssen wir denn die bebauen? Ja genau, jetzt sind es zwei Betrachtungsweisen, Eva, du bist im Bauträgergeschäft unterwegs und du kannst sagen, Punkthochhaus, was weiß ich, Achterstock, lässt sich richtig gut verkaufen, kriege ich einen Business Case hin. Bei dir, Thorsten, ist das Problem, du musst es vermieten. Also ist dann so, So eine Miete, die schon feststeht, ne? Also ihr schaut euch dann den Bewahrungsplan an und sagt, sind wir raus oder wie schaut dann das Modell aus? Also wir haben ja auch das Glück, dass wir Grundstücke erworben haben vor einigen Jahren, das ist ja auch mit der Laufzeit, die ich eben beschrieben habe, sind die jetzt sozusagen baureif, das heißt, wir haben Grundstücke erworben, die waren relativ günstig und da machen wir das, was geht. Und das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn ich über 200 Einheiten spreche, dann spreche ich über die Grundstücke, die eher in Stadtrandlage liegen. Wenn wir in Lichtenberg bauen, dann bauen wir eben üblicherweise neugeschossig. Und wenn wir in Pankow jetzt in Stadtrandlagen bauen, dann bauen wir lang der Straße vielleicht noch sechsgeschossig mit Staffel und in der Folge dann eben aber auch viergeschossig oder fünfgeschossig oder auch zu der bestehenden Einfamilienhaussiedlung in einer zweigeschossigen Reihenhausbauweise. Also da sieht die volle Vielfalt. Ich habe jetzt, damit wir überhaupt über Preise irgendwie vergleichbar sprechen können, diese 200 Einheiten mal genommen, weil das wäre so der Fall, wo ich sage, das kommt bei uns relativ häufig vor, weil die Grundstücke sind immer etwas größer. Und ich habe jetzt mal unsere Prenzlauer Berg-Einzelfälle, die wir da haben, wo wir eine Lücke schließen und 25 Wohneinheiten, die wir dann... Also wir nehmen mal seine Punkthochhäuser weg und die Baulücken weg und sagen, wir sind jetzt so auf der grünen Wiese und schauen, was wir machen. Eva, was wären aus deiner Sicht so die preisbildenden Parameter, wo man sagt, da geht's, da geht's nicht, da lässt sich's optimieren. Also was wären so aus eurer Punkt, wenn wir hergehen, 200 Einheiten, grüne Wiese, was ist das, was es ausmacht? Tiefgarage haben wir als erstes schon mal gehört. Tiefgarage ist auf jeden Fall ein Thema, die Effizienz ist ein Thema, also das hatten wir jetzt auch schon, Nutzflächenfaktor, Verhältnis BGF zu Wohnfläche ist ein Riesenthema, sobald ich da unter die 0,73 rutsche, wird's schwieriger, also logisch. 0,73, das ist ja für einen Architekten das schon hart, wenn du schon auf der zweiten Dezimalen unterwegs bist. Optimal ist natürlich 0,75 logischerweise, alles, was drüber ist, ist super, aber 0,75 ist das, was wir am liebsten haben. Ein Tick drunter geht noch, aber wenn ich dann zum Beispiel eine 0,67 oder sowas habe, dann wird's halt schwierig, ineffizient, und dann ist die verwertbare Wohnfläche einfach im Verhältnis zu gering. Was ist der, was ist jetzt, bin ich kein Wohnungsbauarchitekt, da gibt's sicher Leute, die Architektenwohnungsbau sind, was ist so die Stellschraube, die es dann ausmacht? Weil am Ende hast du ja ein Treppenhaus, das ist, wenn du das QNG zertifiziert haben willst, irgendwie ein Meterlichtes Maß und zwei Läufe, also dann weiß ich, wie breit es ist, ist es 2,18 oder 2,20? Also wo ist da die Stellschraube? Also es gibt eine Menge Stellschrauben natürlich, aber es ist eine Gratwanderung immer zwischen der architektonischen und städtebaulichen Qualität und der Anforderung, die ich habe, zum Beispiel an ein Entree in ein Wohngebäude hinein. Will ich eine großzügige Eingangssituation haben mit einem wunderschön gestalteten Briefkasten, mit einer Briefkastenanlage, die nicht einfach nur in irgendeine Wand gepresst ist und das ist jedes Mal das Thema. Sobald ich anfange, Effizienz nach vorne zu setzen, verliere ich häufig Qualitäten oder Wohnqualitäten, Aufenthaltsqualitäten und das ist so ein bisschen immer wieder die Gratwanderung, in der wir uns bewegen. Aber der Briefkasten wird ja jetzt nicht das sein, was die Effizienz beeinflusst. Nein, aber ich meine jetzt so ein... Nein, aber ich würde das schon gerne verstehen, weil am Schluss, Leute, ihr seid die Profis. Also was sind so genau die Punkte, wenn man auf den Grundriff drauf schaut, wo du sagst, mit sowas brauchst man nicht mehr um die Kurve kommen? Na perfekt ist natürlich ein innenliegendes Treppenhaus, möglichst effizient, möglichst schmal, ein Aufzug, möglichst wenig Erschließungskerne ist das Thema. Dann habe ich aber automatisch nicht belichtete Flure, ein nicht belichtetes Treppenhaus, eine schmale Eingangssituation und von dort aus verteile ich am besten auf vier bis fünf Wohnungen. Und das ist so ein bisschen... Da büße ich einfach Qualitäten ein. Das ist so. Laubengangerschließung von außen ist auch super, will aber heutzutage nur der geringste Anteil der Leute haben. Lass uns mal bei dem Thema ganz kurz bleiben. Also das ist so der Horror. Du gehst so rein in das dunkle Treppenhaus, das ist in der Mitte, der Aufzug ist in der Mitte. Das ist natürlich schon mal super, weil der Aufzug immer genau an der Podesthöhe rauskommt, wo er auch rauskommen soll. Aber würdet ihr sowas bauen, Thorsten? Ja. Ja. Ja, klar. Das müssen Sie ja bauen. Sonst kommen Sie ja irgendwie den Kosten hier hin. Also das klingt jetzt natürlich nach deinen Worten baut ihr den Horror? Ja, ein bisschen schwierig. Aber ja, unsere Aufgabe ist, preiswerten Wohnraum zu schaffen, dass Menschen ein Dach über dem Kopf haben. Und da ist jetzt, das ist einfach eine andere Klientel, die wir bedienen als die Bubok. Und bei uns ist das normal, eine innenliegende Erschließung und ein etwas länglicher Flur, der auch, wenn man in 10 Meter oder 12 Meter gegangen ist, an Attraktivität verliert. Und dann findet man seine Wohnung. Aber das ist so. Was soll ich das schönreden? Nein, nein, aber deswegen glaube ich, müssen wir super offen drüber reden, wenn man von solchen Sachen spricht. Eva, sowas ist als Bauträgerimmobilie schwer zu verkaufen, oder? Also nein. Also würdet ihr sowas bauen? Nein. Also ungern. Äußerst ungern. Also auch wir bauen natürlich zum Teil solche, nicht ganz, nicht ganz so schlimm, nicht ganz den Horror, sage ich mal. Aber auch wir haben natürlich bei jedem Bebauungsplan preisgebundenen Wohnungsbau, den wir auch bauen müssen. Aber wir haben den großen Vorteil und das ist der Unterschied zu den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften. Wir können quer subventionieren über das Gesamtgebiet hinweg. Das heißt, wir schaffen dann trotzdem, sage ich mal, etwas attraktiveren, preisgebundenen Wohnungsbau. Aber ich kann mir das Geld halt über die freifinanzierten Mietwohnungen oder über den Eigentumswohnungsbau zurückholen, sage ich mal in Anführungszeichen. Wie hoch ist dieser Faktor, was wir jetzt so gerade angesprochen haben, dieser Effizienzfaktor? Also wie viel macht es am Schluss auf einen Quadratmeter Baukosten aus? Also du hast es so angesprochen, 0,75. Was ist so der untere Wert? Also 0,75 ist das Optimum, was man erreichen kann. Was ist so der schlechteste Wert, wo wir sagen, sowas würden wir nicht bauen? Also was war das Schlechteste, was du gebaut hast? 0,65 oder? 0,62. Okay, also nur jetzt mal so, jetzt sind wir so ganz hart auf ganz bösen Zahlen unten. Aber jeder, der das nächste Mal ein Geschossgrundriss auf den Tisch kriegt, rechnet. Was ist das so bei euch? Ja, tatsächlich ist das auch die Benchmark, die wir uns auch mal anschauen. Wenn uns jemand fragt, was kostet das Haus? Dann schauen wir erst mal, macht es denn überhaupt Sinn? Also ich habe da vielleicht auch ein Beispiel. ein tolles Projekt im Südwesten von Deutschland. Total klasse geplant, alles super. Effizienz 0,52. Da muss ich dann auch sagen, macht gar keinen Sinn. Da kommt raus und es geht 1 zu 1 ein. Das war die Frage gerade, aber es geht 1 zu 1 einfach ein. Da kommt halt dann raus, pro Quadratmeter Wohnfläche brutto 7.000 irgendwas Euro. Das heißt, dann brauche ich auch nicht weiterdenken. Und da muss ich auch mich nicht drüber unterhalten, ob jetzt da ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig Holz drin ist. Das ist der Punkt, über den wir gerade gesprochen haben. da geht es leider, oder was heißt leider, das ist einfach, glaube ich, Realität. Jetzt bin ich selbst Architekt, aber nicht mehr praktizierend. Ist das irgendwas, was das immer wieder neu erfunden werden muss? Oder kann man wirklich sagen, hey, so bestimmte Grundrissttypologien haben wir in der Schublade, die haben wir zum 27. Mal durchgefrühstückt. Und das ist was Effizientes. Also gibt es so den, die Buwok-Typologien an Grundrissen? Also es gibt nicht den einen Buwok-Typ, aber es gibt natürlich eine Menge Erfahrungswerte und man weiß einfach, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und was wir in den letzten Jahren natürlich gemerkt haben, und das ist, glaube ich, etwas, das treibt, das ist auch nichts Buwok-Spezifisches, das ist absolut, was jeden umtreibt. Wir müssen effizienter werden, wir müssen kompakter werden. Du hast es vorhin auch angesprochen, der Punkt ist ganz klar, wir müssen kleinere, kompaktere Wohnungen haben, weil das, was den Nutzer nachher am Ende interessiert, egal ob ich vermiete oder verkaufe, was kostet es mich? Und da geht es nicht um den Preis pro Quadratmeter, da geht es um die Gesamtsumme. Und das ist im Endeffekt immer wieder der Punkt. Und da ist dann früher eine Zwei-Zimmer-Wohnung war mit 65 Quadratmetern schön und großzügig. Heute würde man das einfach nicht mehr machen. Heute sitzt man da und sagt, eine 48 Quadratmeter Zwei-Zimmer-Wohnung oder so? Ja, also 55 Quadratmeter sind auch in Ordnung, aber 65 macht man nicht mehr. Dann sagt man eher, ich gebe fünf Quadratmeter mehr und versuche ein drittes Zimmer reinzubekommen. Und auch das hat uns zum Beispiel die Corona-Welt ja ein bisschen gezeigt. Auch die halben Zimmer gewinnen plötzlich wieder an Attraktivität, weil sie flexibler machen, weil sie, sag ich mal, mehrfach nutzbare Zimmer schaffen. Aber vor fünf, sechs Jahren hat jeder bei Zimmern unter zehn Quadratmetern gesagt, das geht gar nicht. Das neun Quadratmeter Kinderzimmer, glaube ich, das ist das Kleinste, was du bauen darfst, oder? Ja. Also Thorsten, steigst du auch? Jetzt haben wir bei Eva schon mal festgestellt, bei Eva weiß ich, sie steigt immer ganz tief ein. Aber als, ich meine, so muss man sich ja mal so auf der Zunge zergehen lassen. Deutsche wohnen im Vorstand, aber auf der Zimmerebene ganz unten im Grundriss. steigst du auch so tief ein? Also ist es notwendig, dass man dann in Projekten so tief mit einsteigt? Naja, ich schaue meinen Kollegen an, der das dann häufiger für mich übernimmt, weil ich auch schon lange kein praktizierender Architekt mehr bin. Aber ich steige natürlich dann ein, wenn irgendwas nicht stimmt im Projekt oder bei der Effizienz. Und dann schauen wir uns gemeinsam an, woran liegt es? Liegt es eben an einer mangelhaften Erschließung? Das ist ganz häufig der Fall, dass man diese Erschließungsproblematik nochmal überdenken muss, dann leider zu etwas längeren Mittelgang-Erschließungen kommt vielleicht. Aber das ist einfach ein Kostentreiber, wenn wir auf die Effizienz schauen. Und dann sind es Grundriss-Typologien, die wir ja alle seit Jahren eigentlich durchhaben und wo wir genau wissen, was funktioniert oder was nicht funktioniert. Aber sie kommen natürlich in Berlin zunehmend, wenn Sie an Schallschutz denken, dann haben Sie plötzlich den Zwang, durchgesteckte Wohnungen machen zu müssen und so weiter. Und dann kommen Sie wieder in so Situationen, wo das Schmerzen verursacht, wo Sie eben wegkommen von einer Effizienz und wieder andere Erschließungswege finden müssen, weil es die Vorgabe aus diesen äußeren Einflüssen gibt. Und das stört uns dann. Noch mal zu zwei Themen würde ich gerne noch erwähnen. Zum einen, der frau-finanzierte Bereich fehlt uns natürlich. Und gerade durch diese attraktiven Förderkonditionen, die wir gerade haben, also diese WFB-Mittel, sind wir geneigt, tatsächlich um die 90 Prozent gerade in unseren Häusern, diese Fördermittel einzusetzen. Weil wir natürlich im frei finanzierten Bereich gedeckelter sind, als vielleicht eine Bubok gedeckelt ist. Ihr habt keine Erlösmöglichkeiten, keine anderen. So, und wir haben ja, der Erlös steht fest, wenn wir anfangen zu bauen. Das ist das Doofe. Und deswegen ringen wir natürlich auch beim Senat darum, lasst uns auch gelegentlich eine Mietanpassung durchführen, bitte. Weil wir dadurch eben auch den ganzen Rest finanzieren müssen. Also das ist, diese 90 Prozent sind für uns auf der einen Seite der Möglichmacher vom Wohnen, auf der anderen Seite natürlich langfristig betrachtet Null Fantasie im Geschäftsmodell. Weil nur noch 10 Prozent in diesem Restbereich liegen. Und da gibt es jetzt, kursiert ja gerade in der Presse, wir haben tatsächlich vier Wohnungen bei der GEWO-Bag, die für 18 Euro vermietet werden, weil die, glaube ich, am Chamisso-Platz in Kreuzberg liegen oder so. Ja, die gibt es, aber das ist bei 74.000 Wohneinheiten, finde ich, jetzt nicht so richtig erwähnenswert, aber es steht in jeder Zeitung. Normalerweise sind wir eben unterhalb des Mietspiegels mit diesem frei finanzierten Bereich. Und damit gewinnen wir aber jetzt, damit können wir den Baupreis eben nicht retten, sondern wir müssen einfach, und da sind wir bei Effizienz, wir gehen bei der Effizienz eben, also wenn es ein Hochhaus ist, dann sind wir mit 0,72 oder 0,73 einverstanden. Aber bei unseren klassischen Nutzungen muss es deutlich über 0,8 liegen. Und da sind wir eher bei 0,85. Das führt zu, ich will jetzt das Wort Horror nicht nochmal hören, aber das führt... Ich glaube, jetzt kann sich jeder vorstellen, wie Mittelflurlösungen und innenliegende Treppenhäuser dann ausschauen. Und das hat man in den 60er-Jahren, glaube ich, Land auf, Land ab geübt. Und es ging halt auch und es wurde viel Wohnraum geschaffen. Also ich will nur sagen, weil das sind natürlich die großen Hebel, weil die schlagen eins zu eins durch. Also das war ja so von dir auch so ein bisschen die These. Lass uns mal... Also ihr gebt ja, vielleicht letzte Frage, ihr gebt den Planern diese Kennzahlen auch vor, oder? Klar. Also so nach dem Motto, eine Leistungsphase 2 bezahlen wir nur, wenn auch bestimmte Zahlen geliefert werden. Ja, so schlimm sind wir nicht. Aber wir arbeiten dann zumindest ab einem gewissen Punkt gemeinschaftlich eine Effizienz heraus, weil das ist das, was am Ende der Kostentreiber ist. Und wenn wir auf die Kalkulation schauen, ist das die Stell... oder eine der Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und die Tiefgarage und andere Themen kommen eben dazu. Jetzt lass uns mal schauen. Jetzt unterscheiden wir die beiden und sagen, okay, aus dem Zwang heraus, weil das Erlösmodell so ist, schauen eure Effizienzen so aus. Du sagst, boah, das können wir unseren Endkunden nicht zumuten. Die sind bereit, auch für bessere Qualität mehr zu bezahlen. Das unterscheidet vielleicht auch den Audi vom Golf. Und trotzdem ist es ein Auto und hat vier Räder und so weiter. Was sind die nächsten Hebel, auf die ihr schaut? Also jetzt, ich fange mal bei dir an. Du hast gesagt, Effizienz ist an Gott gegeben und da kommt hinten der Preis raus. Aber was sind so die nächsten Stellschrauben, auf die ihr schaut? Ja gut, vielleicht nochmal eine Ergänzung zur Effizienz. Wenn wir jetzt auch über Richtung mal, warum soll ich denn vielleicht auch was in Holz bauen sprechen? Bei der Wohnflächeneffizienz, wenn wir die Außenwand bei gleichem U-Wert, sagen wir mal, zehn Zentimeter dünner bauen können, dann will man natürlich Wohnfläche. Das bringt uns nur da was, wo jemand auf diese Wohnfläche tatsächlich auch einen Erlös hat. Also Stichwort geförderte Wohnungen. Vielleicht bringt es uns gar nichts. Dann habe ich auch lernen müssen, dass es ja dann manchmal gar nichts bringt, wenn wir da zwei Quadratmeter pro Wohnung rausholen, weil es ja eigentlich keinen Effekt hat. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, klar, wenn wir auf der grünen Wiese bauen und sagen, naja, wenn wir bauen mal ein bisschen größer, dann ist es auch egal, ob die Wand ein bisschen dicker ist. Aber in dem Umfeld, wo zumindest nach meiner Perspektive ja die Wohnungen gebraucht werden, ist das ein Faktor. Und der kann mal bei so einem Gebäude schnell fünf Prozent ausmachen. Vorhin habe ich mal so ein bisschen gesagt, Holzbau ist teurer, weil, oder ist so gewesen, aber das ist jetzt rein bezogen auf diesen Vergleich ohne Berücksichtigung der Wohnfläche. Also kann ich natürlich sofort sagen, dieser Gewinn, jetzt eher in Richtung Buwok gedacht, vielleicht jetzt weniger bei Ihnen in der Schulden, dieser Gewinn, den muss ich natürlich auch einpreisen. Und da habe ich natürlich auch wieder fünf Prozent rausgeholt. Dann reden wir über Bauzeit und diese Dinge hole ich wieder was raus. Lass uns mal bei der Konstruktionsart bleiben, machen wir Bauzeit gleich nochmal. Eva, ihr baut ja beides. Also sowohl Holz als auch Massivbau. Sind das Argumente und was sind so die Themen, auf die ihr dann da schaut? Also ist es so, dass man sagt, im Holz hole ich nochmal ein bisschen Fläche raus? Ja, ist klar, ihr könnt die ganz hart verkaufen. Also für uns ist jeder Quadratmeter Fläche absolutes, also wahres Geld. Macht mal 5.000 Euro aus, ja. Ja, mindestens, genau. Also es ist tatsächlich so und von daher ist es für uns natürlich extrem wichtig, da möglichst effektiv auch auf den Baufeldern unterwegs zu sein. Das ist das eine. Das zweite ist, je mehr ich zerfasere, je mehr ich Würfelhäuser baue statt einen Riegel oder ähnliches, umso mehr Außenhülle habe ich, umso mehr Erschließungskerne habe ich wieder und so weiter. Das heißt, das ist auch ein Thema des Kostentreibers. Das heißt, je weniger Baukörper ich habe, umso kompakter kann ich bauen und umso besser, umso besser habe ich die Kosten im Griff. In Bezug auf die Konstruktionsart ist es tatsächlich ein Thema, wir sind viel mit Holzhybrid unterwegs momentan und Holz ist tatsächlich im Moment auch noch teurer, nicht so massiv viel teurer, wie es immer propagiert wird, aber das wäre es uns dann grundsätzlich auch wert, weil wir sehr auch auf die CO2-Bilanz schauen und auf die Energieeffizienz im zweiten Faktor, aber im ersten schon eher auf die CO2-Emissionen. Aber ein Thema ist tatsächlich, die Konstruktionsweise ist nicht unbedingt der Kostentreiber. Also die Spreizung haben wir tatsächlich, der standardisierte konventionelle Bau, egal ob Stahlbeton jetzt oder KSV, ist tatsächlich nicht so viel günstiger. Okay, was ist es dann? Also was sind dann die Spreizungen, die Sie verursachen? Jetzt haben wir klar, Architektur, Städte, Bau, Planung, das gibt ab und zu, kannst du es dir nicht aussuchen? Also städtebaulicher Wettbewerb, kann schon sein, dass halt irgendwas rauskommt, was jetzt nicht so cool ist? Also es sind tatsächlich, es sind die Erschließungswege, es sind alles, was in den Boden geht, also Tiefgarage, selbst wenn es nur Mieterkeller sind, alles, was in den Boden geht, kostet Geld. Dann habe ich automatisch häufig auch sofort mit Altlasten oder Kontaminationen zu tun, ist ein Thema. Artenschutz hat nichts mit der Bauweise zu tun, das hat, glaube ich, jeder mit zu tun und diese Tierchen lassen sich nicht mit sich reden, da kann ich Ihnen recht geben, das ist leider so. Und ansonsten sind es halt Gebäudestrukturen, also Vorsprünge, Balkone, Fassadenelemente, Dachausbildungen und ähnliches, das sind halt auch Kost, können auch Kostentreiber sein. Können, sind Kostentreiber, wahrscheinlich definitiv. Also ist jetzt bei euch so ein bisschen die Frage, wie viel Schnickschnack am Gebäude will man sich leisten und was hat welchen architektonischen Effekt? Genau, also tatsächlich arbeiten wir viel mit Fassadenelementen und Vor- und Rücksprüngen, allerdings ist es wie gesagt immer eine Gratwanderung dann zwischen Kostentreiber oder also so der Kosten-Nutzen-Effekt. Anders, ist es tatsächlich so, dass, also jetzt, wenn du die Eva hörst, müsste er für dich entspannt sein und sagen, naja, ob du es in Holz oder massiv machst, macht es jetzt eigentlich nicht den Unterschied, sondern es ist der Schnickschnack drumrum, der es dann teuer macht. Ja, also ich glaube, das ist auch relativ trivial, dass das so ist. Also wenn ich einfach eine gerade Kiste hinstelle, die ist günstiger, als wenn ich was mit ein bisschen Ecken und Vorsprüngen und Lodgien und so weiter mache, macht aber natürlich auch die Qualität aus. Und das ist jetzt wieder zielgruppenspezifisch. Von der Baukonstruktion kann man sagen, natürlich kostet eine Ecke Geld und eine einspringende Lodgia mit unseren Anforderungen, wie wir dann unten das andichten müssen und uns da Gedanken drüber machen, das ist tatsächlich ein Kostentreiber. Und der ist jetzt erstmal auch wieder unabhängig, Holzbau oder Nichtholzbau. Jetzt macht man sich natürlich vielleicht dem Holzbau ein bisschen mehr Sorgen, weil man sagt, okay, so eine Balkonplatte, die da auskragt, die würde ich schon irgendwie auch zweilagig abdichten wollen. Und mein Bruder hat eine Wohnung in München, da bin ich hingekommen und habe gesagt, die ist ja noch gar nicht fertig. Dann ist da einfach eine Betonplatte vor seinem Dings. Also der muss jetzt nicht sozial gefördert wohnen, ja, zum Glück. Aber da bin ich dann erstmal 30 Zentimeter runtergestiegen, um auf die Platte drauf zu kommen. Ich habe gesagt, wie geht es weiter? Sagt er, naja, jetzt muss ich mir halt selber einen Rost reinbauen, ja und? Genau, der baut sich selber einen Rost rein, das war ganz normal. Und das ist ein Münchner Bauträger, sehr renommierter, also top Sache. Komm aus München, was beschwerst du dich? Nein, nein, ich beschwere mich gar nicht. Ich will einfach nur sagen, wenn ich jetzt natürlich sage, wenn wir über Konstruktion reden und ich sage, ich schaue mir so eine Betonbodenplatte an im Außenbereich, wo es dann halt auch mal draufregnet und dann sage ich, naja, dann ist das halt so. Und dann, der hat für seine Wohnung auch 600.000 Euro gezahlt. Ja, ich sage das mal so ganz offen, dass man drüber eben vor den Röhrchen dran und fertig. Nur was, worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist ja die Frage, wie gehe ich damit um und ist dann an der Stelle die Holzbalkonplatte tatsächlich das, was wir unbedingt durchdrücken müssen. Also jetzt mal, wenn wir über Konstruktion und Baukonstruktion reden, weil die Abdichtarbeiten sind grundsätzlich gleich teuer, ob ich die jetzt auf dem Holz drauf mache oder ob ich den Benut drauf mache. Nur beim Beton kann ich es mir vielleicht sparen. Ich war vorhin bei der Außenwand und ich glaube, wir müssen schon auch schauen, wo setzen wir unseren Holzbau sinnvoll ein. Nochmal, wir waren bei der Konstruktion. Ist es dann die Kiste, also jetzt mal so ganz hart, Thorsten, du schreckst ja von nichts zurück. Ist es dann die Kiste ohne Lodzja und Balkon? Ich habe auch ein bisschen Hunger schon. Ja, ja, ja. Nein, aber wenn man jetzt wirklich, also wir haben ja die soziale Aufgabe oder du hast die soziale Aufgabe, kostengünstigen Wohnraum zu schaffen. Ist es, also es wäre ja dann auch ein Mittel der Wahl. Wir hören von unseren Bauunternehmen, mit denen wir dann enger zusammenarbeiten in den Joint Venture Strukturen schon, dass es an Bauteilen und anderen Sachen schon Stellschrauben gibt. Das heißt, wir versuchen auch, Baukonstruktionen tatsächlich zu vereinfachen. Das ist das, was ich eingangs auch mal sagte, dass wir die Fenstertypen reduziert haben, die Türtypen reduziert haben, vielleicht auch mal keine Tür machen von einem Raum zum anderen. Die Balkonplatte, die gerade erwähnt wurde, klar, die hat bei uns keinen Belag und die hat einen integrierten Abfluss und das Ding ist immer so fertig dorthin gesetzt und kann erst mal alles das, was sie können muss. Damit haben wir bestimmte Kosten einfach schon mal per se eingespart. Raumhöhe hat Lothar Finkresters eben erwähnt. Auch das ist etwas, wenn wir jetzt zunehmend auf 2,50 Meter oder noch geringer gehen, dann spart das Kosten. Und so gibt es viele Effekte, die, und das ist auch diese Thematik Fertig-Nasszellen, die wir grundsätzlich einbauen, da die Stückzahl oder die Vielfalt zu reduzieren. Das ist ein echter Kostenaspekt, sagen uns die Firmen. Und für mich auch nachvollziehbar. Und jetzt, das ist mein persönliches Thema, jetzt noch versuche ich die Badewanne zu eliminieren aus den Wohnungen, weil ich sage, das ist hart, aber das tut weh. Das Verhältnis von Nutzen zu Fläche, also Nutzungszeit zu Fläche. Mir jetzt nicht so, weil ich nicht so der Vollbader bin, aber es gibt natürlich Menschen, die das gerne tun. Aber das hat ja Kostenfolgen, weil ich muss im Keller oder wo auch immer in meinem Haus, Wirtschaftsraum, muss ich irgendwo ein Gerät installieren, was es schafft, eben in diesen 8 Minuten oder wie lange man dafür Zeit hat, alle Badewannen des Hauses voll zu bekommen. Das ist eine Vorhaltung von Wärmeerzeugung, die ich persönlich ablehne. Deswegen sage ich, die Wanne muss weg. Ja, so, aber das ist jetzt. Naja, ihr lacht. Also wir müssen doch mal schauen, ja, wir müssen doch mal schauen, wo die wirklich großen Hebel sind. Also jetzt kann mal jeder für sich mitnehmen. Also unter 0,7 braucht das Bauen nicht mehr anfangen. Also das ist mal der Dreisatz, den wir jetzt hier mitgenommen haben. Dann von nichts zurückschrecken. Also hier Lodgia und Balkon echt super schwierig. Ja, nie wieder raus. Nee, nee. Lass uns noch mal die Themen weiterspinnen. Jetzt hast du vorhin gerade gesagt, Thorsten, die Fertigsanitärzelle, das klingt jetzt so ein bisschen abfällig. Eigentlich ist es ja ein industrielles Produkt. Also baut ihr noch individuelle Bäder? Darf ich mal eine kleine Anmerkung machen? Ja, ja. Wir sollten nicht Fertigzelle sagen, sondern wir sagen Badmodul. Badmodul, Badmodul. Ja, ja, da geht es schon los. Also warum belegen wir denn so eine Vorfertigung mit so einem negativen Wort wie Zelle? Also lasst uns doch das mal als Modul bezeichnen und dann haben wir dann auch eine andere Wertschätzung vielleicht bei dir. Ja, genau. Ich wollte nur meine Horrorgeschichten hier einfach mal. Nein, lass uns mal beim Badmodul bleiben. Ist ja in Ordnung mit und ohne Badewanne. Aber Eva, baut ihr noch individuelle Badmodule oder ist es fertig und wird fertig geliefert? Wir bauen grundsätzlich fast ausschließlich noch individuelle Bäder. Tatsächlich? Ja, aber wo wir uns davon entfernen, ist tatsächlich, wenn es in den systemischen Bau geht. Weil da macht es einfach Sinn. Und dann, und das... Aber warum baut ihr noch hier individuelle Bäder? Ich frage nur, weil ich meine... Darf ich ketzerisch antworten? Ja, ja. Komm. Weil es dann noch billiger ist. Tatsächlich? Das funktioniert dann nur mit der Stückzahl. Also der Skalierungseffekt muss da sein. Und deswegen sage ich, sobald ich dann in den Skalierungseffekt gehe oder generell mich in diese Richtung der Branche bewege, dann leben wir auch super mit Badmodulen, mit vorgefertigten Badmodulen. Die kann man in unterschiedlichsten Ausführungen machen. Da kann man sagen, okay, ich habe vier verschiedene Badmodule oder fünf, habe die für die unterschiedlichsten Wohnungsgrößen bereits vorher bestimmt, habe vielleicht auch unterschiedliche Qualitätschargen. Selbstverständlich. Drei Qualitätsdinger drauf. Genau. Drei Modultypen und fertig. Und dann habe ich sofort in mehreren Punkten eine sehr gute Lösung. Erstens, es ist in der Fabrik vorgefertigt. Ich habe einen wesentlich geringeren Mängelstatus. Also was natürlich für uns in der Gewährleistungsphase super ist. Das Zweite ist, ich habe, ich brauche auf der Baustelle weniger Fachkräfte, weil die werden reingesetzt und angestöpselt. Also da kann ich auch nicht viel verkehrt machen. Da sind wir beim Thema Geschwindigkeit, oder? Das ist ja schon Naja, wir sind beim Thema Geschwindigkeit, wir sind vor allem auch beim Thema Qualität. Mein Züblin hat, ich sage es jetzt mal vor der Corona-Zeit, Größenordnung dreieinhalbtausend Badmodule im Jahr verbaut. Also so in allen Bereichen, natürlich vorzugsweise im Hotelbau oder im Appartementbau. Im Wohnungsbau hängt es ganz maßgeblich halt davon ab, wie groß ist denn das Bad? Also sind wir wieder bei der Badewanne? Und wie viel Platz will ich denn dem Kunden geben? Und da wird auch zwischen ihren beiden Anforderungen ein Unterschied sein, vermute ich mal. Also Badmodule macht halt ab einer Stückzahl Sinn, definitiv. Und ich würde es auch wirklich so sehen als Qualitätsthema, weil, haben Sie auch gerade angesprochen, weil ich halt sagen kann, dann habe ich auch eine Sicherheit, dass das funktioniert, bis zu vorgefertigten Schächten, die ich damit anschließe. Also das macht alles total Sinn. Trotzdem, unsere Erfahrung ist halt, wenn es ein eher individualisierter Wohnungsbau noch ist, ja dann ist halt irgendwie dann, wenn man dann die Nachunternehmer abfrägt, ist es halt dann doch nochmal irgendwie billiger. Und was tut man dann? Und wenn ich anfange, Badmodule in einen konventionellen Bau zu packen, dann habe ich das Problem mit den Bautoleranzen. Das kommt noch dazu. Also dann fange ich plötzlich an, auf der Baustelle flicken zu müssen, weil das Badmodul, ich sage mal in Anführungszeichen nahezu perfekt. Exakt passt und natürlich hier, klar. Genau, und dann gibt es die kleinen Bautoleranzen und jetzt passt es halt nicht mehr in diese Ecke rein, weil der Schacht halt sich um zwei Zentimeter aus dem Lot bewegt oder ähnliches. Und das sind dann Themen, dann fange ich an mit Kernbohrungen und muss irgendwo die Schächte anders anschließen. Da wird es dann schwieriger. Deswegen, also es lohnt sich aus unserer Sicht dann sehr massiv, wenn ich mich wirklich im systemischen Bau bewege, wo ich auch einfach ganz andere Toleranzgrenzen habe. Ja, oder wenn ich es halt in der Planung entsprechend frühzeitig berücksichtige. Also wenn ich eben ganz klar sage, hier gibt es Prämissen, die mich dahin führen, dass sich die Planung so aufsetzt, dass ein Badmodul Sinn macht. Das geht ja bis dahin, dass ich dann das Ding hinten auch angeschlossen kriege. Also das ist ja manchmal auch so, kriegt man so eine Planung, soll ein Badmodul bauen und dann ist dummerweise der Anschluss, wo wir die ganzen Dinger hinbauen, halt genau vor der Wand. Das ist irgendwie dann ja baupraktisch für so ein bauausführendes Unternehmen dann durchaus schwierig, da irgendwie die Lösung zu finden. Und der Punkt mit dem Einsetzen, übrigens ein Punkt für den Holzbau, also wir bauen ja Badmodule, dann werden wir die Holzbau-Dings hochstapeln, also beim Skario in Halbbronn, bei diesem ersten Holzhochhaus. Das ist ja auch Stadtsiedlung Halbbronn, eine städtische Wohnungsbaugesellschaft. Da sind Badmodule drin, weil wir halt komplettes in Holz gebaut haben. Und da gab es dieses Toleranz-Thema logischerweise nicht. Und da hat es dann auch absolut Sinn gemacht. Thorsten, ihr baut nicht, also ihr baut massiv mit Badmodulen. Ist dann Toleranz ein Problem oder nicht? Und wenn sie sagt, Eva kann es kostengünstiger bauen und gebt ihr dann da zusätzliches Geld aus oder sagt ihr, ihr kriegt es das? Naja, ich würde es gern verstehen. Vielleicht ist das eine Leistung, die wir dann meist bei Eva direkt einkaufen, wenn das da preiswetter geht. Ich brauche aber Badewannen. Toleranz, würde ich sagen, haben die Firmen im Griff, weil, wie eingangs auch schon beschrieben, wir sind ja beim konventionellen oder mineralischen Bauen, sage ich jetzt mal, auch schon sehr fertig, teillastig unterwegs. Da kommen Fertigteil-Außenwände, da kommen zum Teil auch fertige Innenwände. Die Toleranz ist da also schon mal, bezieht sich eigentlich nur noch auf die Ortbetondecke. die Ortbetondecke liegt auch auf vorgefertigten Filigrandecken auf. Also das ist mit den Toleranzen, finde ich, schon, hat man schon sehr weitgehend eigentlich gelöst. Und insofern ist jetzt bei uns überhaupt nicht die Problematik, dass wir dort in Schwierigkeiten geraten, wenn eine Fertignasszelle kommt, liegt auch an dieser langen, also das machen wir glaube ich schon seit vier, fünf Jahren, kommen eigentlich nur noch fertig, wie hieß das, nicht nasszellen, sondern fertig. Zellen darfst du es nicht mehr sagen. Ich muss ja raus aus dieser Ecke kommen zum Einsatz. Und das hat auch noch weitere Effekte, nämlich wir können die Module bereits im Werk abnehmen. Also es hat so einen ganz schönen Effekt. Ich glaube, dass es eine super schöne, anmutende Qualität auch hat, wenn man es gut macht. Also ich glaube schon, wenn man das vernünftig macht, dass da auch was Gutes rauskommen kann. Genau, sehr verlässlich, qualitativ eben sehr sich in dann hoffentlich positiver Art wiederholend und eben auch in der Mangelbehaftung deutlich geringer eigentlich als Last zu sehen, weil die Anschlüsse sind einfacher herzustellen und ja, dadurch, dass wir die Bäder bereits im Werk abnehmen, haben wir da auch einfach Zeit. Es ist auch immer so eine Sache, wenn ich 200 Wohnungen, wir sind ja auch so Bauprojekte, wo wir 900 Wohnungen herstellen, muss ich auch dann abnehmen und wenn ich schon mal die Nasszelle sozusagen abgeschlossen vorfinde, dann weiß ich, dann ist die noch so wie im Werk vor hoffentlich sechs Monaten. Kleine Ergänzung von meiner Seite, ein Effekt, der auch entsteht, ist natürlich die Planungsdisziplin. Also ich muss nämlich dann, wenn ich eine Badmodul baue, brauche ich ja einen Vorlauf, genauso wie im Gesamtmodulbau, wenn ich hier den Nagel anschaue, habe ich einen Vorlauf, also muss ich mir schon frühzeitiger alle Dinge überlegen. Das ist ja im Holzbau auch das, was wir schon seit 100 Jahren machen, das wir eben vorfertigen und das führt dazu, dass ich mir als Planer oder mit dem Planerteam, im besten Fall im gesamten Team, überlegen muss, wo mache ich denn den Durchbruch hin und wie schließe ich das an und wie ist denn da Brandschutz geregelt und wie ist denn das mit der Manschette an der Stelle? Und das mache ich halt sehr viel früher und damit läuft es auch reibungsloser, damit läuft es schneller und damit geht es qualitativ besser. Und das ist so ein Zusatzeffekt, den man hat, wo man nämlich, wenn man konventionell baut, dann sagt, naja, mal platt gesagt, das löse ich halt später, das Problem und dann hat man eigentlich gar keine Zeit, das Problem zu lösen und dann geht es halt schief. Und ich glaube, ich weiß nicht, Sie nicken, also ich glaube, das ist genau der Punkt, warum eigentlich so ein Modul, ich bin jetzt auch sehr stark Badmodul-Fan, ehrlich gesagt, schon Sinn macht, aber ganz offensprochen, wenn es halt dann irgendwie sieben verschiedene Bäder in 20 Wohnungen sind und ganz schnell sagt dann einmal jemand, der gespiegelt, dann reden Sie mal mit so einem Hersteller, der sagt nämlich dann, naja, also unter 60 fange ich eigentlich gar nicht, das stehe ich früher gar nicht auf, so ist das. Und das ist vielleicht bei uns noch anders als bei der Eva, dass bei uns Sonderwünsche ausgeschlossen sind. Gibt keine, ja klar. Genau. Okay. Lass uns das Thema Bauzeiten nochmal kommen, so ganz am Schluss. Also was sind so die, weil natürlich Geld mittlerweile auch was kostet, wieder was kostet, was sind so die großen Hebel bei schnell? Ich glaube jetzt mal, Thorsten, wahrscheinlich mineralisch und Holz macht es zeitlich einen Unterschied oder ist Holz nochmal wirklich schneller? Ich muss bei schnell sowieso immer ein bisschen lächeln, weil wenn ich so eine Projektlaufzeit von zehn, elf Jahren habe, dann ist die, wenn sich die Bauweise dann um vier Monate verkürzt, das ist natürlich großartig, aber das ist auf diese Gesamtbetrachtung nicht so. Klar, weil Planungszeiträume einfach Faktor zehn zu Bauzeiten sind mittlerweile, oder? Also kleine Ergänzung, stimmt aus ihrer Perspektive, aus unserer Perspektive stimmt es nicht, weil natürlich die Managementkosten einfach pro Bauzeit betrachtet werden. Die laufen linear durch. Ich habe einen Projektleiter auf der Baustelle, ich habe einen Bauleiter, ich habe einen Polier und wenn ich den eben drei Monate weniger auf der Baustelle habe, dann habe ich drei Monate weniger diese Kosten. Das ist jetzt das eine. Und jetzt die andere Seite der Medaille, wenn ich natürlich die Zeit wieder in der Vorfertigung verbrate oder jetzt kommt der entscheidende Satz, im Vergabeprozess der Bauphase verbrate, dann habe ich nichts gekonnt. Also es hilft mir ja nichts schneller zu bauen, wenn ich vorher in der Planungsphase dafür die drei Monate, die ich vielleicht einspare, da wieder länger gebraucht habe, weil da hockt ja dann eben in der Projektleiter auch rum. Also der Schlüssel ist der, das haben Sie auch vorhin schon gesagt, der Schlüssel ist eigentlich dieses partnerschaftliche Bauen und das würde ich, wenn wir bei Bauzeit sind, würde ich das vielleicht auch nochmal als kleine Anregung mit einbringen. Bauzeit hat viel mit Baustellenbesetzung und mit Baumanagement zu tun und da liegt der Haupthebel übrigens. Und jetzt mache ich das mal auf einer ganz anderen Ebene. Volkswirtschaftlich betrachtet, wenn wir ein Planen und Bauen Verfahren machen, wo wir als Firma einen sechsstelligen Betrag investieren müssen, so wie alle anderen, die hier sitzen auch, um das Angebot zu legen in irgendeiner Phase X. Und das machen fünf Firmen auch noch. Ja, dann kann man sich ja ausrechnen, was das volkswirtschaftlich bedeutet. Ich übersetze das jetzt mal. Dann heißt das ja auch, dass der GU-Zuschlag, über den wir ja immer so reden, dass der natürlich dann auch höher ist. Also das ist auch ein Plädoyer, was ich auf jeden Fall auf dieser Bühne unterbringen will, dass es Sinn macht, sich frühzeitig mit Partnern zusammenzutun, vielleicht zu sagen, das ist das Budget, da wollen wir hin, wie schaffen wir denn das? Und vielleicht nicht unbedingt, Sie haben es vorhin auch gesagt, europaweit ausschreiben zu müssen, um zu glauben, es wird dann irgendwie billiger. Also das, sehen Sie es mir nach, das musste ich auf der Bühne hier loswerden. Absolut richtig. Eva, gibt es die Partner bei euch, dass man sagt, die festen Partner und es gibt die funktionale Baubeschreibung und es gibt den Grundriss dazu und alle wissen, was sie tun müssen? Also wir haben, also wir arbeiten zum Beispiel ja sehr eng mit Gropius zusammen, was ja glaube ich auch jeder weiß, die sind ja heute hier aufgetreten. Was sind Sie beteiligt? Genau, und da ist es zum Beispiel ganz klar, das ist ein fester Partner, wo man sagt, man fängt praktisch gemeinsam an zu planen, schon ab der Leistungsphase Null im Endeffekt und setzt das Projekt auch so auf, dass man optimiert durchplanen kann. Und dann ist es aber auch ganz klar, dass bei solchen Projekten zum Beispiel eben keine Sonderwünsche passieren, sondern das muss alles vorher schon einfließen. Die Varianzen müssen vorher einfließen und wenn ich auf den Knopf drücke und sage, jetzt will ich anfangen zu bauen, dann ist es für uns tatsächlich ein riesen Effizienzschritt zu sagen, okay, ich baue dann aber auch halt ein Jahr kürzer. Die Planungsphase, die Vorlaufphase ist wesentlich länger, aber sobald ich einmal soweit bin, dass ich feste Systeme habe und feste Haustypen habe und Wohnungstypen und Badmodule und ähnliches, dann bin ich sehr, sehr viel schneller und kann dann zum Beispiel und jetzt rede ich mal aus der Sicht als Vonovia-Deutsche Wohnen Nachverdichtungen im Bestand, dann sitze ich da natürlich und sage, ich habe nicht anderthalb oder zwei Jahre lang eine Baustelle im Innenhof von irgendeinem Bestandsgebäude, sondern dann habe ich dort einfach mal nur vier, fünf Monate lang eine Baustelle dort, die irgendwie die Mieter belästigt. Und das ist auch ein riesen Effizienzschritt und das ist letztendlich bares Geld, weil je schneller ich fertig bin, umso schneller kann ich Mieten generieren. Das ist schon ein Thema, aber das funktioniert tatsächlich nur im systemischen Bau. Torsten, jetzt hast du vorhin angesprochen, du bist mit Partnern viel, viel günstiger als wie europaweite Ausschreibung. Wie kriegst du dieses Modell hin, dass du mit Partnern dauerhaft zusammenarbeiten kannst? Also als öffentlicher Auftraggeber, gibt es da ein Modell zu sagen, hey, pass mal auf, wir schreiben das jetzt aus und versuchen das immer wieder gleich zu halten oder welche Möglichkeit hättest du da? Es gibt ja auch IPA und andere Modelle, wo man solche Wege findet. Wir haben, ich meine, Vorzeit bei AK, das habe ich mal für die Hovogi sowas entwickelt, wo man partnerschaftliches Bauen, ja, zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon mit der Entwurfsfassung sich Unternehmen bewerben und danach ist man mit diesem Unternehmen über einen Rahmenvertrag gebunden und wird mit diesem Unternehmen diesen Prozess begleiten. Und das hat da sehr gut funktioniert. Ich weiß, dass es bei der Hovogi immer noch gut funktioniert. Hat sich bei uns, bei der Gebo-Wack, ich arbeite daran, wird sich auch noch da finden. Wir merken aber auch, dass es bestimmte Partner gibt, die dann doch lieber mit uns zusammenarbeiten, weil sie sagen, die kennen wir, da wissen wir, was die wollen, wir wissen, wie die ticken, da bieten wir wieder an. Und so gibt es einfach auf ganz natürlichem Wege, auch bei europaweiten Ausschreibungen, oh Wunder, immer wieder eigentlich Firmen, die wiederkehrend auftauchen, das ist auch gut für uns, weil dann wissen beide Partner, was man erwartet, das erleichtert das. Hindert uns aber daran, in diesem frühzeitigen Planungsprozess, der auch in meinen Augen elementar ist, um Effekte zu erzeugen, die dann eine Kostenrelevanz entwickeln, das hindert uns daran. Wir müssen also schon in dieses partnerschaftliche Modell kommen oder wir haben ja das Glück, noch diesen zweiten Weg, neben dem europaweiten Ausschreibungen, haben wir so ein Joint-Venture-Modell entwickelt, wo wir eben mit einem Partner zusammen als Minderheitsgesellschafter Grundstücke erwerben und dann haben wir, muss das halt unser Partner machen mit den Baufirmen. Das hat sehr viele positive Effekte, merken wir dann. In der öffentlichen Vergabe spricht man dann von Vorbefasstheit und allem, was so da eine Rolle spielt. Also das ist einfach nur mal so die Schattenseite. Ich habe euch jetzt lang genug vom Mittagessen abgehalten. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht und möchte mich bei euch bedanken für die kurzweilige Diskussion. Fragen lasse ich keine mehr zu. Bilateral beim Mittagessen. Genau. Guten Appetit wünsche ich. Ja, und wir sind pünktlich um 14 Uhr. Ja, gleich. Gleich so. Ja, bitte. Bund und Länder. Das Bauen wird über das Baugesetzbuch im Bund auch vorgegeben, aber gebaut wird vor Ort in den Ländern. Deswegen wollen wir jetzt noch mal eine kurze Diskussion Bund und Land, Länder, in dem Fall NRW, wie die Baupolitik dort sich widerspiegelt oder eben auch umgesetzt wird. Wir haben dafür noch mal Lothar Fehn-Kresters vom Bundesbauministerium mit auf der Bühne. Wir setzen uns gerne auf die Bühne, auf die Sessel. Und Alexander Richter, er ist der Verbandsdirektor und Vorstand, Verbandsdirektor, ich setze mich ruhig hier an die Seite, dann kann ich beide gut angucken. Muss nicht immer nach links und rechts gucken. Vorstand vom VdW Rheinland-Westfalen, das ist der größte Landesverband vom GdW, also dem Gesamtverband für die Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsbaugenossenschaften, unter anderem eben auch die LEG, die Bonhovia sitzt ja auch in Bochum und so weiter. Also die größten sind, die GRG ist dort auch versammelt und wird politisch von Alexander Richter auch mit vertreten. So, mal eine Eingangsfrage auch gleich, weil wir hatten ja vorhin schon Bund besprochen, ein paar Zahlen wurden auch genannt. Wie ist denn die Bautätigkeit in NRW? Der Verbandsdirektor Axel Gedaschko hatte eben gestern auch beim Wohnungsbautag gesagt, dass in den letzten zwei Jahren die Investitionen um 50 Prozent zurückgegangen sind. Wie sieht es denn in NRW damit aus? Also die Werte gehen auch zurück, aber nicht so stark. Also wir hatten einen Rückgang von etwa 26 Prozent. Wir hatten Fertigstellungszahlen mal 58.000 Einheiten im Jahr, liegen jetzt bei etwa 43.000 Einheiten. Das ist, das ist im Zehnjahresvergleich ist das schon eher schlechter wert, aber das Abschmelzen ist deutlich schwächer, führen wir im Wesentlichen auf die Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfalen zurück. Aber auch in NRW geht es leider zurück. Trotzdem jetzt ein Punkt nur für Herrn Richter. noch mal, NRW hat jetzt gerade noch mal zehn Millionen bekommen aus anderen Bundesländern, die von dem sozialen Wohnungs, die soziale Wohnungsbauförderung, zehn Millionen, weil die anderen Länder das nicht ausgegeben haben. Vorher hattest du im Gespräch gesagt, das braucht ihr auch dringend. Naja, wir merken, also wir merken seit gut zwei Jahren, also eigentlich mit Beginn der Krisensituation, dass auch Investoren, Bauträger, Projektentwickler ihr Herz für den geförderten Mietwohnungsbau entdeckt haben, die mir in den letzten Jahren in dieser Marktgruppe etwas weniger aufgefallen sind, aber aufgrund eben einfach der Fördersystematik, Fördersystematik, auch der Konditionen in unserem Bundesland. Wir machen auch noch Rheinland-Pfalz mit. Ich sitze da im Verwaltungsrat der dortigen Landesförderbank ISB. Da gibt es eine spiegelbildliche Entwicklung, die auch auf dieses Marktsegment, damit diese Programmmittel eben gehen. Und die Situation sieht bei uns eigentlich gut aus, aber die Decke wird jetzt einfach knapper. Und die Entscheidung des Bundes, sei es mal, den Länderanteil zu erhöhen, hat dazu geführt, dass das eine oder andere Bundesland sagt, ja, da können wir nicht mitgehen und Bundesmittel, die die Länder nicht abgreifen können. Wann dann die anderen Bundesländer in Nordrhein-Westfalen ist das der Fall? Da habe ich kein Problem mit. Genau, wir kommen nochmal auf die Fördermittel. Das ist heute ein bisschen ein Werbeblock für den GdW, aber wir reden hier über den bezahlbaren Wohnraum, ist nun mal der größte Auftraggeber auch dafür. Herr Axel-Gedaschow sagte gestern dann auch, wir bauen Armbedarf vorbei und zielt dabei auf die Effizienz aus 40 Förderung über das QNG ab. Das KNN-Förderprogramm, Lorenz Nagel erwähnte das kurz, klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment mit einer Milliarde in diesem und nächsten Jahr, das ist ja noch zusätzlich gekommen, was sehr positiv ist. Wann kommt das? Und da ist ja auch die Diskussion nicht, der Effizienz aus 40 Standard zu setzen, sondern es ist eher den 55er, weil eben der Mehrwert ja gar nicht gegeben ist und wie er jetzt auch mehrfach erwähnt worden ist. Ist da eine Aussicht drauf? Können Sie das sagen, Herr Feenkresters? Ja, also wir sind da, ist das an? Ja. Wir sind da heftig dran. Da steht ja auch, da gibt es so ein Deckblatt vom Haushaltsausschuss, ich weiß nicht, dass der eine oder andere vielleicht kennt, was ich ja vorhin auch schon in meinem Beitrag so angedeutet habe. Da steht drin, ich habe es jetzt nicht wörtlich, dass man EH40 im Lebenszyklus, die gleiche CO2-Einsparung im Lebenszyklus erreichen wolle. Das ist ja eigentlich mehr oder minder das, was ich versucht habe vorhin zu sagen, dass man das auf der längeren Zeitschiene adressiert. Wir sind gerade dabei, im Einzelnen diese Bedingungen zu konzeptionieren. Das ist nicht ganz einfach, weil es gibt ja auch so Hürden wie Beihilferecht zum Beispiel. Auch die Zuständigkeit des Bundes ist da endlich. Also das ist nicht ganz simpel. Trotzdem haben wir da, spüren wir natürlich einen oder haben auch selber einen Wahnsinns-Ehrgeiz, das schnell an den Markt zu kriegen. Aber ein Datum kann ich Ihnen jetzt so ganz präzise nicht sagen, auch weil der Haushaltsausschuss sich ja vorbehalten hat, ein Konzept dann auch endgültig freizugeben. Also wir sind es gar nicht nur allein selber, sondern der Haushaltsausschuss sagt dann am Ende, so machen wir das. Auch da sind wir schon in den Gesprächen, wo die da mitgehen und wo nicht. Tendenz vor der Sommerpause eher nach der Sommerpause, oder? Sie haben gute Ohren. Naja, nein, nur realistisch. Ich meine, die Sommerpause ist ja weit. Ich kann Ihnen da keine feste Aussage machen. Und wenn ich jetzt nach der Sommerpause sage, denken alle Weihnachten und das ist es nicht. Wir wünschen uns das so Weihnachten, mindestens. Okay. Aber jetzt ist ja die Diskussion entstanden, ob es eine Flächenbegrenzung geben wird für das KNN. Ist da was dran? Das ist ja nur eine Diskussion. Da ist ja, glaube ich, noch nichts festgestellt. Das steht schon da auch mit auf dem Zettel. Und wenn wir über Wohnungen reden... Verstehen alle, was wir meinen? Nicht, dass wir hier so ein Zwiegespräch führen und Sie wissen gar nicht, was gemeint ist. Also vielleicht mache ich noch mal eine kleine Einordnung, ja? Ja. Also KNN, der Haushaltsausschuss hat beschlossen, neben dem KFN, also dem Förderprogramm für klimafreundliche Neubauten, ein zweites Programm aufzusetzen mit einer Milliarde auszustatten für auch klimafreundliche Wohnungen, aber im Niedrigpreissegment. Also die Idee ist die, dass es eine Lücke gibt zwischen dem sozialen Wohnungsbau auf der einen Seite, der natürlich auf ein deutlich niedriges Preisniveau die Dinge subventioniert und dem allgemeinen Markt, ja? Der allgemeine Markt wird durch das KFN adressiert. Das KFN hat ja keine Orientierung auf eine, sagen wir mal, begrenzte Miethöhe. Diese Lücke versucht man jetzt zu adressieren, indem man bestimmte Randbedingungen auch im Klimaschutz nicht ganz so hart abfasst, also nicht das EH40 da drin hat, trotzdem über den Lebenszyklus. Sie können sich ja vorstellen, Sie wissen ja, wer die Koalition gebildet hat, wie schwierig dann auch so eine Diskussion ist, dass man also trotzdem den Klimaschutz adressiert und genau diese Lücke, wo man dann eben nicht Mietpreise erreichen wird des sozialen Wohnungsmarkts, der Sozialwohnungen, aber trotzdem nicht gleich auf dem Niveau landet, wo der allgemeine Markt ist, dazwischen was zu adressieren. Das, was Thorsten Schulte auch sagt, und übrigens, was Hamburg jetzt ja gemacht hat mit diesem Förderweg extra für 12 Euro. Das ist nochmal ein anderes Programm, aber immerhin... Im Bund ist doch Hamburg immer gar nicht so weit. Nein, oder eigentlich ist Hamburg immer voraus. Speziell im Wohnungsbau, na gut. Gut, gehen wir wieder zur NRW zurück. 9 Milliarden Euro Fördermittel, Spitzensatz in der ganzen Republik und das schon seit ewigen Jahrzehnten. Hohe Förderung, da sind jetzt gerade, weil wir hatten ja letztes Jahr im September auch gesprochen, da sind jetzt gerade die Mieten nochmal angepasst worden für die Förderprogramme. Kannst du das kurz sagen, wie die jetzt dastehen? Es war eine schwierige Debatte und im letzten Jahr sind alleine 2,1 Milliarden Fördermittel ausgereicht worden, zwei Drittel haben unsere Verbandsmitglieder verbaut und bei der Summe hätte ich die Landespolitik auch verstanden, wenn die gesagt hat, warum sollen wir an den Konditionen irgendwie was drehen? Der Markt nimmt das Geld doch ab, aber im Eingangsstatement ist das völlig zu Recht ausgeführt worden. Unser Hauptproblem wird das Delta zwischen den Fördermieten und den Freifinanzierten Mieten immer größer und das dagegen zu fördern, wird irgendwann einfach zu einem Umdingen und ist haushalterisch, wird auch schwierig. Und vor dem Hintergrund und vor dem Umstand, dass irgendwie bei allen landespolitischen Möglichkeiten die Bäume irgendwann dann auch einen Deckel haben, haben wir dann sehr mit der Landesbauministerin Ina Scharrenbach gerungen und gesagt, dreh bitte an den Bewilligungsmieten. Das ist dann in der Tat auch geschehen. Im ersten Aufschlag wollte sie noch ein bisschen mehr, ist dann aber von einer fröhlichen Koalition aus Sozialverbänden, Mieterbund und Kommunalen Spitzenverbänden verprügelt worden. Letztere, weil ihnen die Abstände zu den KDU-Sätzen zu groß wurden. Was für uns eigentlich der viel größere Kick ist, wir haben jetzt ein dynamisches Mieterhöhungssystem, das heißt also den Zinseszinseffekt und das hat in der Politik draußen kaum einer mitbekommen. Für die Verbandsmitglieder ist das der deutlich attraktivere Hebel, aber insgesamt sind die Konditionen auch für dieses Jahr, finde ich, sehr attraktiv. Wir werden im September zu unserer parlamentarischen Fachtagung auch nochmal die Bauministerin Ina Scharrenbach hier haben, das hatten wir letztes Jahr auch schon, aber sie wird auch darüber nochmal berichten, auch nochmal über ein Pilotprojekt, was jetzt anlaufen will. Willst du kurz was dazu sagen? Das könnten die Bonovia-Kollegen eigentlich besser, aber sie werden sich ja gleich noch über das Thema KI und Digitalisierung austauschen. Und wir haben das Glück, dass unsere Landesbauministerin gleichzeitig Kommunalministerin ist und Digitalisierungsministerin. Das heißt also, sie ist nah an den Bauprozessen dran. Sie kann den nötigen Druck auf die kommunale Seite ausüben und in der Tat auch, was das Thema Digitalisierung betrifft. Und mein größtes Mitgliedsunternehmen ist, wie gesagt, Bonovia, sitzt in Bochum. Der dortige Oberbürgermeister ist auch relativ innovativ unterwegs und die werden jetzt in der Tat, wenn die so eine Portallösung aufbauen, also wie KI-gestützt eben Baugenehmigungsprozesse abgebildet werden können, weil da einfach so viele Dinge drin sind, für die man keine Menschen braucht. Und wenn Baukosten, auch das haben wir heute Vormittag schon aus, wenn Baukosten neben der Zinsseite unser Hauptproblem sind, dann muss ich auch an diesen Stellen ran. Wir werden perspektivisch immer weniger Menschen haben, die man für Bauverwaltung gewinnen kann. Die müssen kein Papier überprüfen. Das kann KI besser. Und da wird es, denke ich, nicht allzu fern in der Zukunft was geben. Gott sei Dank. Jetzt hat der Bund auch was gemacht, aus dem Koalitionsvertrag heraus, nämlich die digitale Bauakte in zehn Bundesländer gebracht. Modellregion war Mecklenburg-Vorpommern. Gibt es da jetzt noch einen aktuellen Stand, Herr Feenkrastas? Also ich glaube, es ist mein digitaler Bauantrag. Naja, geht ja auch zur Akte über, oder? Ja, da gibt es diese Plattform. Ich glaube, das ist dann das, was vielleicht da als Stichwort hängen geblieben ist. Also diese Lösung aus Mecklenburg-Vorpommern hat vor allem als Kernelement, das ist ziemlich innovativ, eine Austauschplattform, über die die ganzen Prozesse laufen. Und das ist sehr weit gediehen. Es haben mittlerweile in die 400 Baugenehmigungsbehörden das Commitment übernommen, das auch tatsächlich anzuwenden. Also die Idee war ja mal, es flächig hinzubekommen. Da wird schon noch eine Bauverwaltung irgendwo, jetzt stellt sich einer was ganz hinten, ich darf ja gar nicht sagen, welches Bundesland jetzt ganz hinten sein könnte. Aber irgendwo wird es schon einen geben, der halt nicht mitmacht oder die. Aber, und es ist, die Idee ist ja auch, der Bund hat ja da so eine Wurst in den Raum gehängt und hat gesagt, diese Zuschüsse gibt es nur dann, wenn acht Bundesländer mitmachen. Und die haben wir jetzt. Aber das war kein Selbstläufer. Der Bund bezahlt was, was die Länder, was die Länderzuständigkeit ist und die Länder tun sich schwer, dementsprechend was zu tun. Ganz was ich gesagt habe, der Bund zahlt das. Kritik, ja. Und jetzt sind einfach auch die Länder dran. Die Länder, weiß ich, haben natürlich auch wieder Probleme, gerade da, wo sie Flächenländer sind, haben sie eine ganze Masse an Bauaufsichtsbehörden und die sind ja dann wiederum Teil des Landkreises beziehungsweise der Kommune und haben dann da auch so ihre Kämpfe. Ja. Aber ich denke, der eigentliche Hebel wird sein, dieses OZG ist ja eigentlich das Frontend zum Planer und zum Bauherrn. Und da wird ein Standard gesetzt über das OZG und wenn die Software auf der Seite der Planenden und Baueinreichenden systematisch dieses Frontend bedient und da kompatibel ist, ja, im ersten auf der Ebene der Informationen in den Antragsformularen, sage ich jetzt mal, und im zweiten dann auch auf der Ebene von BIM. Da gibt es eine nächste Innovationswelle sozusagen, die haben die Länder schon angeleiert, das dann BIM-fähig zu machen und dann ist dann durch der nächste logische Schritt das Backend sozusagen, da sind auch überall Softwaeren in den Kommunen, da gibt es quasi keine, die keine Software hat, aber die dann auch noch KI-fähig zu machen. Und dann bin ich gespannt, ob alle begeistert sind, wenn dann eine KI-generierte Genehmigung erteilt wird und dann sagen, weil es die KI war, kann es ja nur richtig sein und ich lege jetzt keinen Widerspruch mehr ein. Das wird jetzt gleich Andreas Schulten auch diskutieren in seiner Runde und ich bin da auch total gespannt, weil die Vorabstimmung, die war schon sehr, sehr spannend. Ich habe aber noch eine Frage, eine letzte Frage, die haben wir auch noch in eigener Sache und zwar geht es um die Musterholzbaurichtlinie, nicht um die Holzbauinitiative der Bundesregierung, das schaffen wir jetzt nicht mehr, da kommen wir nochmal direkt auf sie zu, aber die Musterholzbaurichtlinie, die ist ja jetzt in der Novellierung, die Bauminister haben, das war ja gerade im Ausschuss auch gewesen, im Bauausschuss des Bundestages, dass die Länder auch gesagt haben, sie möchten das am 24. September in der Bauministerkonferenz präsentiert haben. Wir hoffen, dass es damit dann fertig ist, da sind viele Stellungnahmen wohl eingeflossen, wurde uns gesagt, wir haben selber natürlich auch mehrere Stellungnahmen sogar abgegeben, auch unsere Partnerunternehmen, aber eins ist uns extrem wichtig und das möchten wir Ihnen mitgeben, dass mit der Novellierung, mit der neuen Herausgabe auch transparent, kommunikativ umgegangen wird. In der Holzbauinitiative der Bundesregierung ist in allen acht Handlungsfeldern das Thema Weiterbildung, also wie schwierig das ist, dass man im Prinzip für dieses moderne, neue Bauen, nachhaltige Bauen auch das Wissen mitvermittelt und dazu gehört auch die Novellierung der Muster-Holzbau-Richtlinie. Die muss nämlich auch in den Ländern dann umgesetzt werden, was nicht ganz einfach ist und deswegen würden wir gerne, dass da eine Offenheit in der Kommunikation der Novellierung erfolgt, also dass das nicht nur über Bezahlseminare, ich sage das mal so direkt über Bezahlseminare läuft oder über ein Buch, was veröffentlicht wird, sondern dass der Bund da ganz bewusst auch appelliert, dass es da eine Transparenz gibt. Das brauchen die Kommunen, das haben wir in NRW immer wieder gehört, 40 Prozent Krankenstände oder eben Personalmangel in den Genehmigungsbehörden, das zieht sich ja durch das ganze Land durch, ja auch im Bundesministerium sind nicht genügend Arbeitskapazitäten da, also insofern ist die große Appellation, dass da eben auch eine Transparenz und vor allem die Weiterbildung von da erfolgt, was eben auch neu in dieser Novellierung ist. Da werden gute Dinge drin sein, aber die müssen auch kommuniziert werden. Jetzt freut mich ja erstmal, dass Sie sagen, da werden gute Dinge drin sein, weil die letzte ist ja nun sehr in den Verruf geraten. Es ist Länderzuständigkeit und da ist immer so eine Frage, wenn der Bund kommt, dann gibt es gewisse Bundesländer, die stellen immer erstmal die Frage, ob wir die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland und Frage stellen, wenn wir irgendwas auch nur zu bemerken meinen, was Landeszuständigkeit im Bauordnungsrecht ist. Also wir haben mittlerweile auch unsere Verpackungstechnik dann für solche Sachen, wir adressieren die Sachen natürlich und irgendwo unter vier Augen redet man natürlich auch über diese Dinge, aber es ist so, die Bauordnungen und die auch die Muster, Sie sprechen ja von der Musterholzbaurichtlinie, die Musterholzbaurichtlinie ist damit noch nicht Landesrecht, weil sie jeden der 16 Länder eingeführt werden muss und das ist ja der eigentliche Punkt, damit sie zurecht wird, dass sie dann anwenden können. Und dann ist natürlich auch immer das Problem, man hat am einen Ende jemanden, der ist sehr innovativ und dann sagt man schön, ja, schön, bist innovativ und auf der anderen Sende appelliert man, bleibt einheitlich. Dann ist der Innovative ja eigentlich einer, der abweicht. Also das ist so ein Zielkonflikt, aber wir sind da sehr intensiv mit den Ländern im Gespräch, wir müssen immer den richtigen Ton finden an der Stelle und unsere Interessenslage ist letztlich genau die, die Sie auch beschreiben. Alexander, du steckst jetzt in dem Thema nicht so sehr drin. Aber wir haben sie ja mit, also bei uns ist zum 1. Januar ist die neue LWO und die entsprechenden technischen Baubestimmungen in Kraft getreten. Besagte Richtlinie ist Teil der technischen Baubestimmungen und hat, was das Thema Holzbau betrifft, also eigentlich ist unsere Ministerin bei dem Thema auch echt Fan, hat bis zur vierten Gebäudeklasse deutlich mehr Spielräume jetzt eröffnet, auch was, was bestimmte Bauteile betrifft, die eigentlich bestimmte Brennbarkeiten und Schutzfunktionen erfüllen müssen, aber jetzt eben auch über Holz ausgeführt werden können. Also da sind mit der jetzigen Novelle mehr drin und wir sitzen gerade schon an der Überarbeitung der nächsten technischen Baubestimmungen. Ah, das klingt gut. Okay, so, das war nochmal in eigener Sache. Und ansonsten erstmal herzlichen Dank für den kurzen, knappen, aber guten Austausch. Und dann wünsche ich allen jetzt erstmal noch einen guten Nachmittag und dir einen guten Heimdruck. Danke, Herr Finkress. Auf bald. Vorsicht. Ja, gut. Okay. So, jetzt wird es spannend auch. Kommst du hoch, Eva? Nein. Na gut. Andreas Schulten. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass ich, oh, ich habe den Zettel gar nicht hier, aber das ist auch egal. Komm ruhig hoch. Und du bist zwar auch groß, aber das bin ich ja gewollt. Das war sehr nett, Wolfgang. Ne? Ja. Wolfgang ist aber noch größer als du. So. Jetzt wird es wirklich spannend, weil ich glaube ja an KI. Da gibt es aber unterschiedliche Meinungen offensichtlich zu in der Runde, die jetzt kommt. Aber auch BIM. Da wird doch natürlich nochmal BIM, weil BIM ist die Vorstufe von KI. Ohne Daten geht es nicht. Und ich und, ja, du stellst jetzt deine Diskutanten vor und ich verlasse die Bühne und bin sehr gespannt. Jeder weiß, wie er hochkommen soll. Dann habe ich auch ein Mikro. Sehr schön. Ja, liebe Verbliebene am Nachmittag. Die Frage ist wirklich, wie wir das technologisch, also diese vielen Fragestellungen, die heute auch so kamen, technologisch eventuell in den Griff bekommen. Nämlich Thema BIM, fangen wir mal einfach an. Und dann KI. Also die Frage, ob diese Prozestträgheit, die wir immer wieder über Gesetze oder neue Produkte auch überwinden wollen, ob das nicht auch technologisch besser geht. Wir haben heute hier, ich fange an, neben mir, Anne Keilholz, Ihnen wahrscheinlich noch bekannt früher von Stadt und Land, Welcome back to Berlin, für heute zumindest. Anne Keilholz ist jetzt Geschäftsführerin bei der GAG in Köln, also eine der großen nordrhein-westfälischen Wohnungsgesellschaften. Du kanntest das wahrscheinlich, was Alexander Richter so sprach, von Ina Scharrenbach und so weiter. Das ist so dein täglich Brot wahrscheinlich. Aber war ja gut zu hören, fand ich. Also dass da wirklich auch NRW eigentlich meiner Meinung nach einen recht guten Job macht in der Phase, in der wir uns gerade im Immobilienmarkt befinden. Vielleicht haben wir da den einen oder anderen Nebensatz. Neben alle, Anne Keilholz, haben wir Roland Pechmann. Ach nee, erst mal den Holger Fiesler, sorry, von Wulf, eigentlich aus Hamburg, aber eben auch hier jetzt mittlerweile Norddeutschland an verschiedenen Stellen. Hamburg, Berlin, Leipzig. Hamburg, Berlin, Leipzig. Leipzig ist ja schon Sachsen. Ist Sachsen noch Norddeutschland? Ist so die Frage. Deswegen habe ich so ein bisschen kuriert Hamburg und Leipzig. Vielen Dank, genau. Also so eher die Nord-Ost-Schiene runter, nennen wir das mal so. Holger Fiesler ist zuständig bei Wulf für operatives und auch technologisches Umsetzen der Bauprojekte und hat unter anderem mit Stadt und Land mal, da werden Sie wahrscheinlich auch gleich drüber sprechen, in Senftenberger Straße ein Projekt, wo tatsächlich das WIM-Thema, wie wir in der Vorbesprechung gehört haben, recht gut umgesetzt wurde. Aber Sie wissen, ich werde fragen, und wo wurde es dann schlecht umgesetzt? Also die Frage, woran hakt es denn dann am Ende auch? Und dann haben wir, also in meinen Augen sind Sie, Herr Pechmann, der große Verfechter hier auf unserem Podium von, jetzt steht das hier auf meinem Zettel nicht, Sobeck, genau. Und zwar sind Sie derjenige, der das dann eben auch im Vorstand dort tätig, aber der wirklich auch das, ich sage mal, das Geschäft von Sobeck auch weiterträgt. Und wir haben in der Vorbesprechung eben auch über viele Details gesprochen. Sie sind aber derjenige, der sagt, das geht schon weiter. Ja, müssen Sie aber auch sein, denn das ist ja Ihr Geschäftsmodell. Genau, da kommen wir ja gleich zu. Ich glaube, dass die vielen Probleme, die wir haben oder die vielen Herausforderungen wirklich damit einfacher zu lösen sind. Kommen wir gleich drauf. Also wie packen wir es an? So, und dann mein geschätzter langjähriger Rabauke, Thomas Herr, der schon in der Vorbesprechung der war, der sich wirklich extrem gut auskennt, muss man schon sagen, in allen technologieorientierten Dingen in unserer Branche. Also wir kennen ihn alle noch, auch als Vorstand von Evana, früher mal auch mit eigener Projektsteuerungsgesellschaft. Aber du hast lange Jahre jetzt eigentlich dich über verschiedene Plattformen als erwiesener Kenner der digitalen Szene uns bekannt gemacht. Und ich verrate mal nicht zu viel, aber in der Vorbesprechung hast du dann die philosophischen Geschichten nochmal erzählt und gesagt, das könnte auch wöses Auge gehen in unserer Branche. Also von daher ein extrem buntes, also Dankesund, also für ein total gutes Panel. Und wir fangen einfach mal wirklich auch mit der ersten schnellen Runde an. Wie hoch ist denn eigentlich der Kenntnisstand von jedem Einzelnen bei uns in unseren praktischen Arbeiten? Wo schätzt ihr, wo schätzen Sie sich ein? Wo ist, ich sage mal, 100% ist totaler BIM-Profi und 0% ist, nee, ich mache lieber Bilder oder Aquarelle. Wo stehen Sie da? Wo steht ihr da? Alle? Boah, das ist immer schwierig. Also wenn man überlegt, wie wenig wir eigentlich auch von unseren Office-Produkten nutzen und so. Also ich würde mal sagen, wir sind wirklich noch ganz am Anfang. Ich will jetzt nicht, dass in irgendwelche Prozentzahlen kippen, aber wir sehen zumindest die Möglichkeiten, die damit verbunden sind. Aber als Unternehmen sind wir da wirklich noch am Anfang. Also unter 20%. Um die 20% würde ich mal sagen. Ja, ich mache mal weiter. Also die Firma Otto-Wulff, wir versuchen sehr innovativ zu sein. Wir haben uns vor vielen Jahren schon mit BIM angefangen zu beschäftigen. Seit, ich glaube, sechs Jahren haben wir inzwischen eine BIM-Abteilung. Wir haben alle Infrastruktur geschaffen, fühlen uns aufgestellt, suchen immer Projekte wie das, das wir mit Stadt und Land abgewickelt haben, stellen aber fest, Anwesende ausgeschlossen. In der Planerschaft greifen wir immer wieder in Lücken. Wir müssen Planer überzeugen, macht mal mit. Wir haben IFC-Schnittstelle definiert, alles gemacht, aber es klingt uns in nur einer untergeordneten Anzahl von Projekten konsequent mit BIM zu arbeiten, weil einfach die Marktdurchdringung noch nicht so ist, wie wir es uns wünschen. Und auch die Wertschöpfungskette, weil die spielt eine wichtige Rolle, nicht überall darauf ausgerichtet ist, dass man mit BIM arbeiten kann. Was muss man sich als Zuhörer unter Marktdurchdringung vorstellen? Ist das die Frage, es gibt nicht genügend gute BIM-Serviceanbieter oder sind die Kunden, die BIM anwenden wollen, nicht geschult genug? Was heißt Marktdurchdringung? Also die eine Seite ist die Planerschaft. Die Planerschaft ist häufig noch nicht so ausgerichtet, dass sie mit Open BIM agieren kann. Also viele haben in ihren Büros ihre Software, können die bedienen, können auch dreidimensional planen. Aber ein echtes Open BIM mit einer offenen Schnittstelle können die wenigsten bedienen, sondern sagen, dann lass uns mal üben. Es kostet dann vielleicht aber auch mehr als das HWAI-Honorar und so weiter. Und die andere Seite ist eben der Kunde. Wie gesagt, wir sind Projektentwickler, Bauunternehmer. Wir können selber sozusagen unseren Kunden abbilden und bedienen. Aber der Endkunde, dem fehlt häufig die Fantasie dafür, zu welchem Zeitpunkt er Voraussetzungen schaffen muss. Also der Bauherr und die dann auch durchhalten muss, damit BIM sinnvoll angewendet werden kann. Wir haben die 20 Prozent, habe ich rausgekitzelt, sagst du eine Prozentzahl. Also wir sind aufgestellt. Also deswegen lege ich mich mal auf die 70, weil wir im Grunde alle Infrastruktur geschaffen haben und immer die richtigen Anwendungsfälle brauchen, die richtigen Kunden brauchen und auch die richtige Planerschaft uns zusammensuchen. Ich wollte nämlich schon als Kommunikationsmensch, der ich mich sehe, man soll nie sagen, man versucht etwas, sondern man ist schon recht weit gekommen. Es ist immer viel besser. 70 Prozent hört sich gut an. Also Selbsteinschätzung ist ja immer schwierig, aber wir sind ein Planungsbüro. Wir machen Tragwerksplanung, Fassadenplanung, Nachhaltigkeitsberatung und das seit vielen Jahren auch schon im Ausland, seit 20, 25 Jahren intensiv im Ausland, wo BIM ein bisschen früher war. Dadurch waren wir schneller. Wir haben ein paar geometrische Herausforderungen, zum Beispiel auch Projekte wie Mercedes-Benz Museum schon vor 15 Jahren bei uns in Stuttgart gehabt, die nur mit einer komplexen 3D-Planung zu lösen waren, aber auch in Fragen wie Design to Production oder wir haben auch ein sehr schönes Holzmodul-Bau-Element, das Aktivhaus bei uns entwickelt, was direkt in die Produktion quasi reingeplant wird. Insofern sehen wir uns in dem, was die Planungswelt ermöglicht, schon ganz gut aufgestellt und ich würde uns selber 90 Prozent attestieren. Ja, sagen wir 95, geben wir Ihnen. So, jetzt Thomas, meine Lorbeeren hast du gehört. Bist du bei 100 Prozent? Das muss ich jetzt gleich erfüllen, indem ich Sokrates bemühe und sage, ich weiß genug, um zu wissen, dass ich nichts weiß. Also das ist ein, ich sage mal, das fällt es so weit und ich würde jedem misstrauen, der behauptet, dass er wirklich alles abdeckt, zu sagen, jetzt wie, Herr Welchmann, ich habe meine Planungsprozesse im Griff und kann die abbilden und kann mich bedienen. Ich habe irgendwie 87 angefangen in einem Architekturbüro, da gab es eine Mail-Line und ein Telefon und das war es. Also es ist auch eine extrem schnelle Entwicklung und weil sie so schnell ist, ist es schwer, wirklich zu sagen, man beherrscht es, man macht es, aber wenn man es nicht anfängt, wird man nie weiterkommen. Sie hatten, Herr Welchmann, schon gesagt, Ausland. Danach bist du dran. Ja, ich als Laie, ich bin, was das angeht, wirklich ganz weit entfernt. Ich habe aber gehört, in Großbritannien läuft es besser. Können Sie dazu, Herr Welchmann, was sagen? Kannst du dazu was sagen, Thomas? Warum tut sich Deutschland möglicherweise schwerer mit BIM als andere Kulturen, andere Länder? Also ob es jetzt in Großbritannien wirklich besser läuft, ich glaube, man kann, also ich, Großbritannien, der ganze amerikanische Raum, die haben einen Staatvorsprung gehabt. Die haben einen Staatvorsprung von circa sieben Jahren, muss man ehrlicherweise gehabt. Also das ist die Zeit, in der wir im Ausland schon im BIM geplant haben und in Deutschland drüber geredet haben. Aber die Themen, die auch längst noch nicht gelöst sind, wie geht eine zerklüftete Industrie, wo Planer und Baufirmen unabhängig voneinander sind, wir keine durchgehenden Produktionsketten haben, wo es ungeklärt ist, wie es ins Facility Management geht, wo man die Personen, die es betreiben beim Planen noch gar nicht kennt, die soll es auch in England geben. Es gibt eine große Korrelation von dem Konzentrationsgrad einer Branche und dem Digitalisierungsgrad einer Branche. Also Digitalisierung braucht Größe und wir haben die großen Planungsbüros, die großen Immobilieneigentümer, die großen Bauunternehmen sehr viel stärker in den angelsächsischen Ländern, als wir sie in Deutschland in der klassischen mittelständischen Kultur haben, die im Übrigen da vielleicht einen Nachteil, aber an vielen anderen Stellen den Vorteil hat. Hatten wir heute Morgen schon, es kommt auch die Skalierung an. Das ist am Ende das, was den Rubel oder überhaupt den Prozess auch in Gang bringt. Anne, du wolltest noch mal was kommen. Ja, ich wollte jetzt noch mal zu den, also es klingt jetzt so schlecht, 20 Prozent, 80, 90. Also was würde das für uns heißen als Bauherr und Bestandshalter, wenn wir da besser wären? Das würde für uns heißen und da sind wir dran und deshalb sage ich, wir sind noch so weit weg eigentlich. Was machen wir denn mit den BIM-Daten? Für uns ist ja nicht nur der Planungsprozess wichtig, da werden wir gleich vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen, aber für uns ist natürlich die gesamte Lebensdauer wichtig und sind wir in der Lage, mit dem quasi digitalen Zwilling auch entsprechende Einsparen über die Lebensdauer zu realisieren und dann vielleicht auch über KI, Predictive Maintenance und so weiter zu machen. Und ich glaube, das sind Gedanken, die wir uns jetzt in der Wohnungswirtschaft machen müssen. Da haben wir auch angefangen, aber deshalb nur noch mal zu der sehr bescheidenen Einschätzung. Ja, also wir kommen dann auch so langsam eben von BIM zu KI, das hatten wir auch im Vorgespräch schon. Du bist in deiner Funktion ja sowieso, du bist ja keine Baumenschin auch in der GHG, sondern du machst Wirtschaftsplanung. Also für dich ist am Ende sogar diese Frage KI. Schätze ich mal gerade, was ist gerade relevanter? Kannst du das eigentlich sagen? Also wirklich ganz konkret im Arbeitsalltag ist es auch schwierig. Also wir haben, natürlich haben wir KI, also das ist ja dann auch nochmal, Thomas, immer die Definitionsfrage, was heißt eigentlich KI? Also das ist ja auch eine riesengroße Bandbreite. Also ich würde aber mal sagen, was die Wirtschaftsplanung, Forecasting angeht und so, da gibt es schon ganz gute Tools. Natürlich bei der Bearbeitung von Dokumenten, keine Ahnung, da gibt es glaube ich schon ganz gute Sachen. Wo ich mir in der Zukunft auch noch sehr viele Anwendungsbeispiele vorstellen könnte, ist, wenn wir Sensorik verbauen und wir verbauen sehr viel Sensorik, muss immer noch jemand mit den Daten was machen und es gibt natürlich auch immer tollere und bessere Tools, die dann jemandem sagen, weil vielleicht die Ausbildung nicht mehr da ist, die Expertise nicht mehr da ist, was er genau machen muss. Also ich glaube auch in der Bewirtschaftung, insbesondere im Bereich TGA, da wird sich noch sehr viel tun. Das ist gut, wir müssen ein bisschen positiver sein. Ein Sohn guckt so ein bisschen und sagt, wir machen ja dieses Panel und zu sagen, da ist noch Potenzial. Also vielen Dank für ein Donnerndes in diese Richtung. Klasse. Was ist denn an der Sänfenlager Straße gut gelaufen, Herr Fiesler? Ich meine, da kommen wir weg von der Wirtschaftsplanung, wir kommen wirklich in die Bauplanung rein. Was sind denn die Vorteile da oder was ist gut gelaufen? Und da merkt man, BIM ist nämlich kein Mittel zum Zweck, sondern eigentlich geht es um den Prozess und die Inhalte. Und der Prozess ist erst mal an der Stelle gut gelaufen, dass sich Stadt und Land überlegt hat, wir wollen eigentlich vorne effizient einsteigen. Wir wollen also von vornherein. Ganz kurz mal, wie viele Wohnheilheit war das? Es war in ihrer, also ich sage mal circa 150, so eine Größenordnung. Und das ist, ich meine so irgendwie 146. Es kommt nur so rüber da um. Rüber da um. Und Stadt und Land hat sich überlegt, wir wollen, also es klang vorhin auch schon mal an, wir wollen effizient bauen. Das hat häufig damit zu tun, wie bewerte ich meine Ausschreibungsergebnisse. Also plane ich bis hinten zum Anschlag und gehe dann über den Markt, hat Vorteile, dass ich den Markt voll ausschöpfe und erreiche, hat Nachteile, dass ich einen relativ langen Planungszeitraum habe und vor allen Dingen die Spezifika eines einzelnen Unternehmens in den Prozess gar nicht wertschöpfend einbringen kann. Und das ist an der Stelle richtig gemacht worden, dass ich vorne entschieden wurde, mit einem Generalübernehmer, mit der Firma Otto Wulff zusammenzuarbeiten und die Anwendungsfälle von vornherein richtig zu setzen. Das ist nämlich die Voraussetzung, dass man auch in der Planung bereit ist, genügend Geld auszugeben. Ich muss nämlich vorne das Geld in der Planung investieren, dass ich hinten in der Bauphase die Wertschöpfung aus einer BIM-Investition raushole. Da frage ich auch gleich Herrn Wechmann nochmal, ob das alle verstanden haben. Und das ist nämlich genau, wenn diese automatische Schnittstelle ist, ich mache eine harte Ausschreibung, dann geht dieser wertschöpfende Vorteil, der geht erstens verloren und zweitens, ich kann die zeitlichen Vorteile, die haben wir heute schon mehrfach gelernt, Zeit ist wieder Geld, die irrsinnig wertvoll sind, die zeitlichen Vorteile, die zu einer ganz großen Kostenersparnis am Ende führen, weil ich Zinskosten spare, weil ich Personal spare, Baustellen, Gemeindenkosten spare und so weiter, die überhaupt erschöpfen kann, wenn ich im Partnering-Modell ganz vorne früh einsteige. Wer sind die Kunden, die Ihr Angebot von der SOWEG-Gruppe gut anwenden können und wo, sagen Sie, arbeiten Sie in den nächsten zwei, drei, vier Jahren dran, dass Sie sich neue Kundengruppen erschließen, Herr Wechmann? Ja, also das für uns ist es ehrlicherweise so, dass wir das ganz stark zur Optimierung der eigenen Prozesse nutzen, zur Optimierung von Arbeitsschritten, auch KI, wenn wir heute die Diskussion heute gerade vorhin gehört haben, Nutzflächen optimieren, das kann natürlich eine KI tatsächlich schneller als auch ein guter Architekt, kann man als Hilfsmittel nutzen, wo es aber bei uns auch, insofern sind auch die 90 Prozent immer zu relativieren, mangelt es, was übernehmen denn eigentlich unsere Bauherren von dem sehr guten BIM-Produkt, was wir geschaffen haben, die wenigsten bestellen es eigentlich wirklich, sondern wir als Planer benutzen das und unsere ja doch sehr komplexen Abstimmungsprozesse untereinander zu vermitteln, aber der Wunsch, dass es wirklich, und dann schaffen wir es damit in der Bauphase, denke ich, auch Geld zu sparen, das wird dann indirekt von dem Bauherrn genutzt, aber in den wenigsten Fällen geht es wirklich ins Facility Management über und wenn wir dann überlegen, dass es auch eigentlich ja in einen Ressourcenpass übergehen sollte, dass wir bereits im Planungsprozess wirklich Emissionen minimieren, dafür nutzen wir das, aber dass die Bauherren das weiterführen können und dass wir da eine durchgehende Kette haben, da gibt es ehrlicherweise ganz wenige und da ist es mit jedem und jeder Bauherren ein neues Austesten, wie weit die gehen, also da gibt es sehr viel Optimierungsbedarf. Als Sie heute Morgen gehört haben, den Thorsten Schulte auf der einen Seite von der GEWUWAG und Eva Weiß, WUWAG auf der anderen Seite, ist Thorsten Schulte schon ihr liebgewonnenerer Kunde wahrscheinlich, also Eva Weiß hat ja dann schon auch darauf hingewiesen, was man dann alles auch wirklich in einem, ich sag mal, auf eine Zielgruppe hin orientierten Wohnanlage noch alles wieder verändern könnte und dann mit Bautoleranzen und so weiter, das wollen Sie doch wahrscheinlich gar nicht haben oder kann man das mittlerweile auch in WIM abbilden? Also das kann man, also erstmal habe ich natürlich alle Kundinnen und Kunden lieb, da würde ich gar nicht differenzieren und zweitens, gerade wenn die Anforderungen komplex werden, brauchen wir die Digitalisierung, also ich würde sagen, den einfachen systemischen Bau, den können wir ja mit einfachen Regeln machen, sondern wo uns die Digitalisierung hilft, ist diesen Skalierungseffekt eben auch in komplexere Baugeometrien zu überführen, eben auch in die Frage, wo ich Vor- und Rücksprünge habe und trotzdem die Standarddetails benutzen kann, wo ich nicht mehr mit genau den gleichen Bauelementen, aber den gleichen Verbindungstypen arbeiten kann. Also ich würde sagen, das Potenzial ist natürlich eigentlich umso komplexer, es wird umso größer, weil da mehr zu heben ist durch eine Systematisierung, die uns die digitalen Werkzeuge bringen. Thomas, du hast in unserer Vorbesprechung so, wir haben Blockchain gesagt, also wie ist das gelaufen, wie ist sowas wie das Dokumentenmanagement gelaufen, also da warst du selber auch sehr aktiv drin. Das waren ja alles Dinge, ich weiß noch, wie ich vor, wann war das, sieben, acht Jahren mal das erste Mal Maurice Grassau gehört hatte hier, der eben sagt, das ist ja ein Wahnsinn, dass wir eben nicht wirklich alle Dokumente einfach einlesen und dann verwalten, sondern dass wir das alles noch händisch machen, das muss digitalisiert werden. Da habe ich damals gelernt, ah, das ist Digitalisierung, ja, hört sich ganz gut an. Jetzt gucke ich mir die Unternehmen an und sage, so richtig weit sind die noch nicht gekommen. Woran liegt das? Oder könnte beim BIM-KI, wie siehst du so in dieser Gesamtschau auf eine digitale Welt und in einer Erfahrung jetzt die möglichen Entwicklungen bei BIM und KI? Also natürlich grundsätzlich positiv, weil man ein zukunftsoptimistischer Mensch ist, ja, also das einzige Problem ist nur, dass es sich halt bisher nicht rechnet. Und wenn es ein obvious case wäre, wenn du sozusagen sofort zeigen könntest, ich spare damit 10%, 15%, 20%, dann würden wir hier nicht sitzen und darüber diskutieren. Dann wäre das ein Selbstläufer, weil die Technik ist eigentlich da. Die Technik ist da, aber wenn die Technik uns nichts nutzt, also jetzt mal am Ende des Tages betriebswirtschaftlich nichts nutzt oder nicht genügend nutzt, dann müssen wir uns fragen, ah, ist die Technik vielleicht noch nicht so weit? Also da denke ich mal, wird mit KI, weil KI, wo unterscheidet sich KI definitorisch von anderen, sagen wir mal, Instrumenten der Digitalisierung ist, dass sie lernfähig ist und dass sie anpassungsfähig ist. Und deswegen mimikt oder fühlt sie nach, das was den Menschen immer noch stärker macht. Digital ist bisher da super, wo ich repetitive Prozesse habe. Ja, dieses ganze Robotic Process Automation und so weiter. Ich brauche eine hinlängliche Anzahl von wiederkehrenden Prozessen, um die Stärke der Digitalisierung auszuspielen. Mit der KI kommen wir jetzt in einen Bereich, wo die Technik sich möglicherweise bestimmte Elemente abguckt, was zum Beispiel bei einer Hausverwaltung, ein Hausverwalter, so trivial wie dieser Job von außen gesehen ist, ist ein total komplexer Beruf, weil der am Tag ungefähr 300, 400 verschiedene Tätigkeiten ausübt. Wenn ich einen Computer darauf ausbilden würde, das zu tun, dann wäre das ein Hightech-Ding. Da würden wir hier einen riesen Rechner und riesen Programme und so weiter brauchen. Aber wenn wir jetzt sozusagen durch KI dahin kommen, dass dieses sehr häufige Wechseln, was muss ich denn jetzt als nächstes, welchen Prozess als nächstes machen und so weiter und dieses Lernen, da sehe ich eine große Chance, dass wir eben auch in so einer Branche wie der Immobilienbranche oder dem Bauen vorankomme und eben nicht mehr sozusagen bei uns ist momentan, das ist ja dieses Thema WBS 70, ist ein paar Mal angesprochen worden. Ich oute mich als Aussie, ich habe in den letzten Phasen der DDR Architektur studiert und was wir in den letzten beiden Studienjahren gemacht haben, waren die Kataloge von WBS 70 und SKBS 75 auswendig zu lernen und optimal auf unsere Diplomarbeiten anzuwenden. Und das ist sozusagen, man hat mit der Technik, man hat die Technik optimiert, aber damit die Freiheit eingeschränkt. Und ich sehe, dass wir mit den neuen Technologien, gerade mit KI dahin kommen können, dass wir eine Freiheit beibehalten und trotzdem effizienter arbeiten können. Du hast gesagt, das muss weniger kosten. Wenn ich jetzt diese ganzen Disruption-Dinge hier, Booking, Com oder so sehe, manchmal war ja nicht der Kostenvorteil das Interessante, sondern die Praktikabilität für den Anwender. Und sind unsere ganzen WIM-Produkte für den Anwender noch nicht attraktiv genug? Also ist es das? Ich wollte gerade sagen, das ist Steilvorlage für Herrn Bechmann und Herrn Fiesler. Also ich würde sagen, diese Kosten sind so schwer zu verorten, weil die hängen so stark am Prozess. Ich sage immer, ein Liter Milch kostet das, was er kostet. Ich sage mal 1,15 Euro, ich weiß nicht, was im Moment ist. Wenn ich unterwegs aber noch einen halben Liter verschütte, muss ich anderthalb Liter kaufen. Und das ist eigentlich das, was wir in unserem Prozess verplempern. Und dass ich effizient arbeite, mit BIM effizient arbeiten kann, erfordert, dass ich Prozessstrengenz habe. Und weil das so schwer auseinanderzuhalten ist, wie viel habe ich eigentlich unterwegs verloren, weil ich meinen Prozess nicht gut im Griff habe? Und wie viel kostet das Produkt eigentlich erst mal im Supermarkt, bevor ich nach Hause gehe? Das macht es so schwer einzuordnen, wo ich eigentlich am Ende preislich gelegen hinkomme. Und das macht es dann so verführerisch, zu sagen, ich unterbreche die Prozesskette und stelle irgendwann das Ergebnis mal in Wettbewerb, weil da kriege ich ein vermeintlich klares Ergebnis. Wie viel Geld ich vorher und hinterher noch verliere, weil ich nicht stringent bin. Und das Digitalisieren erfordert große Prozessstringenz. Und ich glaube, weil wir das nicht gewohnt sind, sondern eher verlernt haben, es hat ja alles nicht so die Rolle gespielt, wenn die Zinsen unter einem Prozent waren, ob es noch mal ein Weilchen dauert oder ein Euro mehr kostet, fällt es uns heute so schwer, die Vorteile zu erkennen und zu aktivieren. Wen würden wir fünf denn eigentlich, wir wollen hier für die Koalition für Holzfrau, ja, wir wollen, dass KI und BIM stark wird. Wir wollen sagen, ja, das könnte Kostenvorteile und auch Qualitätsvorteile bringen, vor allem auch in der Lebenszyklusphase. Wem würden wir denn mal Feuer machen? Sind es die Planungsbüros selber? Das sagten Sie, Herr Bechmann, dass das auch manchmal noch hakt. Sind es die Softwareanbieter? Also, dass man sagt, das muss einfach leichter handelbar sein. Oder ist es die Politik? Wir hatten gerade noch mal über den digitalen Bauantrag und so weiter gesprochen. Ich habe gestern übrigens gelernt, dass dieses E-Siegel, also dass das am Ende auch ein amtliches Dokument ist, tatsächlich vom Bund jetzt gerade wieder eingestellt wurde, dass das Land Berlin an dieser Stelle Vorreiter werden könnte, dass das eben auch am Ende realisiert wird. Wer ist es in Ihrer Meinung nach, Planungsbüros, Softwareanbieter oder Genehmigungspolitik und Förderpolitik? Ich glaube, das gibt es halt im systemischen Zusammenhang, gibt es nicht den einen Auslöser. Das ist ja genau das Thema, dass in diesem extrem systemischen Prozess, in dem wir sind, alle mit stecken, alle das machen müssten und auch alle einen Profit oder Nutzen von haben sollten. Und wenn es diesen einen Stakeholder-Akteur geben würde, wäre es, glaube ich, leichter, weil der würde dafür dann eine starke Politik machen. Ich glaube, es ist eigentlich, dass das ganze System an sich besser werden würde. Nur es leben ja auch alle unter den jetzigen Randbedingungen gut. Also für mich wäre das ja im Übrigen auch nie ein Selbstzweck. Ich will nicht unbedingt, dass KI oder BIM besser wird, sondern ich will, dass wir unsere Planungsziele wie wirtschaftlich, wie eben nachhaltig, wie Reduktion von Treibhausgasen einhalten. Und da sehen wir das als das beste Mittel. Und ich glaube, weil das eigentlich gesellschaftliche Ziele sind, um die es da ja geht, müssen wir uns auch überlegen, ob wir uns das nicht eher als gesellschaftliche Aufgabe mitnehmen, diesen Prozess auch zu optimieren. Ich glaube, wir können nicht einfach nur gucken, wo ist mein kleiner Vorteil. Weil für mich als Planungsbüro, ich kann da natürlich vielleicht effizienter mit planen. Aber wenn es eigentlich sonst auch keiner macht, verkaufe ich Dienstleistung. Und wenn die länger dauert, verkaufe ich die länger, könnte man auch sagen. Also es wäre jetzt nicht unbedingt von vornherein der Vorteil, immer für Planungsbüros das zu machen, wenn es denn keiner macht. Sondern es ist ja eigentlich nur ein kleiner Wettbewerb. Also Sie sagen, alle drei müssen sich gegenseitig räuberleiter gehen. Und wir müssen über die Ziele gucken und dann die Mittel nutzen. Also ich habe eine relativ klare Überzeugung an der Stelle. Und die heißt, dass wir in einer evolutionären Weiterentwicklung des derzeitigen Planbauens und Betreibens nicht zu einer Lösung kommen werden, wenn wir es nicht schaffen, diese Wertschöpfungszyklen dichter aneinander zu bringen. Wir brauchen eigentlich so eine Art Apple-Modell fürs Bauen oder Tesla-Modell, kannst du sagen, dass du die Hardware und die Software und den Betrieb sozusagen zusammenbringst. Und da gibt es ja ein paar Leute in dem Saal hier, wie Gropius zum Beispiel, die ja genau diesen Ansatz haben, zu sagen, ich möchte als der Ersteller auch später in der Nutzungsphase über Software-Updates und weiß der Teufel das Projekt immer weiter und interessanter machen. Und wenn man das noch weiter deckt in Cradle-to-Cradle oder Circular Economy, ich möchte dann auch der sein, der, wenn das Ding nicht mehr den Nutzungsanforderungen entspricht, weil ich genau die Daten habe, das weiterzubringen und so weiter. Und wir müssen auf der anderen Seite, vielleicht ein etwas anderer Gedanke, auch uns mal genau überlegen, müssen wir denn wirklich alles zentral über so ein Haus wissen? Oder, weil die Immobilienbranche ist eine transaktionsorientierte Branche. Wir sammeln bisher Dateninformationen zum Zeitpunkt der Bauübergabe oder zum Zeitpunkt der Ausschreibung oder zum Zeitpunkt der Vermietung oder der Finanzierung oder des Verkaufs. For reasons, ja, wir machen das deswegen, weil wir genau wissen, es gibt eine Entropie und Informationen gehen einfach verloren. Jetzt würde ich mal die These aufstellen, dass noch nicht endgültig bewiesen ist, ob eine Strategie, die darauf baut, zum Zeitpunkt der Transaktion die Informationen zusammenzusuchen, effektiv und effizient, ob die am Ende mehr kostet oder weniger kostet als die Idee des digitalen Zwillings, die darauf baut, dass der Zwilling darf sich ja von seinem Original nicht entfernen, der darf sich ja nicht entfremden. Und die Aufwände in einem Lebenszyklus von 100 Jahren, die Daten permanent up-to-date zu halten. Ich rede nicht über Betriebsdaten. Oder zu sagen, welchen Set von Daten muss ich eigentlich haben? Was bedeutet Realtime? Bedeutet Realtime im Bruchteil einer Sekunde? Oder bedeutet Realtime, dass ich alle zehn Jahre meine Inventur mache? Also das sind so Themen, die sind, glaube ich, nicht abschließend beantwortet. Ich bremse dich auch. Du bist schon gebucht als Fieker hier in unserer Freundin der Schenkelschen Bauakademie. Da muss ich mir auch noch als Förderverein überlegen, was ist denn eigentlich die Deutsche Bauakademie? Also was soll sie denn auch in den nächsten 20, 30 Jahren nach vorne tragen, wo ich immer wieder sage, überlass das nicht allein den Architekten. Da gibt es noch ein paar mehr, die im Bau und Relevanz haben. Vielen Dank. Anne, von dir noch mal Kommentar, sonst gehen wir in die letzte Runde. Also so ein Jens ist uns dankbar. Also ich denke, du hast eben drei Beteiligte aufgezählt. Also die Bauherren gehören sicherlich auch noch mit dazu. Danke. Die darf man nicht vergessen. Ich bin im Übrigen auch der Meinung von Thomas, ist das tatsächlich dann die wirtschaftliche Alternative der digitale Zwilling. Aber wenn ich sehe, was wir manchmal tatsächlich im Bestand an Daten zusammensuchen müssen oder der Gutachter, wenn wir eine Modernisierung planen oder so. Also egal, wie wir es nennen, die Daten müssen irgendwo herkommen und die müssen da sein. Und dann macht es meines Erachtens auch Sinn, wenn man die vom Planungsprozess dann gleich übernehmen kann. Ja, also da muss ich mal kurz rein und das wirklich genau bestätigen. Die große Aufgabe, die wir doch jetzt auch zum Beispiel haben, ist die energetische Sanierung des Bestandes. Wie viel leichter würde die uns denn jetzt fallen, wenn wir wirklich gute Daten über all die Objekte hätten? Und solche Aufgaben geben sich immer weiter. Daten haben und das fand ich heute von Thorsten Schultes ja noch da. Das muss in der Küche blinken, wenn man gerade Energie verbraucht. Das würde ich mir gerne, also wenn ich das weiter zitieren darf, das war ein guter Spruch. Also es muss einfach sichtbar sein. Also da kann ich auch noch einen Tipp geben. Wir haben auch so eine App entwickelt und die erleichtert auch die Übergabe an den Mieter und die Mängeldiskussion. Weil wenn man dann bei der Übergabe an den Mieter tatsächlich das ganze Energiesystem zeigt, wird gar nicht mehr über jeden Farbtupfer auf der Tapete so genau diskutiert, weil alle davon begeistert sind, wie sie die Solaranlage ansteuern können. Danke. Letzte Runde. Wir haben in der vorherigen Diskussion heute Morgen auch gehört, es gibt einen Unterschied zwischen Effizienz. Und ich grinse auch immer, wenn Architekten sagen, sie machen jetzt gerade wieder mal einen effizienten Grundriss. Dass ich sage, Kinder, die Leute wollen gar keine effizienten Grundrisse. Also das Dilemma, was will denn unsere Zielgruppe? Und das einfach mal die Runde. Trauen wir, traut euch, ihnen, trauen wir einer KI zu, dass sie die Wünsche, die wir an Architektur und Gebäude haben, schneller in BIM reinlegen kann, als es bisher Menschen können. Da glaube ich schon, dass da ein Hebel drin ist. Also ein Beispiel. Eva Weiß sagte ja heute Morgen, auf einmal sind die halben Zimmer wieder da, weil Corona war. Also wie kriegen wir das in unseren Prozessen eigentlich hin? Und ich könnte da KI nicht wirklich ganz schnell sagen, ja, von einem Jahr auf das andere haben sich Bedürfnisse in die Gebäude geändert. Was glauben wir? Kommt das? Oder kommt das nicht? Ist das ein Wunsch der Vater des Gedanken? Wer möchte zuerst? Ist die Abschlussfrage. Richtig schon ein schönes Statement. Ich mache mal den Vorstoß. Ich glaube, das kommt. Aber ich glaube, die Professionalität wird weitergebracht. Also festzustellen, okay, ein halbes Zimmer mehr macht wieder Sinn. Also ich muss meine Parameter erst mal selber verdammt gut kennen. KI ist noch nicht so weit, dass sie auf der Ebene den Markt filtern kann und dann auf der Ebene die Grundriskonfiguration macht. Um es auch heute zu sehen, wir gucken uns Chat-GPT an und verändern es noch ein bisschen. So auf der Ebene. Da ist noch ein relativ weiter Weg, sondern ich würde als nächsten Schritt sehen, ich gebe meine Parameter vor und die KI hilft mir, das kann sie schon, da sind wir eigentlich an der Ecke, hilft mir, die Grundrisse zu konfigurieren. Und die letzten 20 Prozent, die mache ich aber dann nochmal selber, weil die Parameter, selbst wenn die das kann, die Parameter müssen so klar und so gut sein, dass man sie gar nicht alle erfassen kann. Deswegen glaube ich, ja, aber schrittweise und die Schritte müssen dann jeweils zusammengeführt werden. Danke. Next. Also ich bin 100 Prozent positiv, dass wir mit KI nicht nur bei der Bedienung von BIM, sondern auch von anderen komplexen Digital-Tools einen Riesensprung machen werden, weil das ein absoluter Support von etwas ist, was wir ja schon länger als Trend sehen, dass wir im Prinzip zu Low-Code- und No-Code-Lösungen kommen, dass wir also zunehmend nicht Experten in die Lage versetzen, mit digitalen Tools umzugehen. Also mit so einem heutigen KI kannst du, obwohl du keine Ahnung vom Programmieren hast, eigentlich programmieren, weil du dem Ding sagen kannst, okay, schreib mal einen Code, der das und das kann und dann macht der das und das. Und das wird noch viel einfacher werden und es wird auch viel einfacher werden, weil ich finde nach wie vor immer noch, vielleicht war ich lange nicht mehr genug am Rechner, aber ich finde immer noch spröde, die Dinger zu bedienen. Du musst, um da effektiv zu sein oder effizient zu sein, musst du schon noch Shortcuts kennen und alles Mögliche und die vergisst du halt einfach, wenn du es drei Monate nicht gemacht hast. Ich sehe schon, es kommt Schwung in die Bude, ja, da ist so ein bisschen Hoffnung. Ja, also das wäre aus meiner Sicht jetzt eine klassische Aufgabe, die KI besser kann. Die wird den Zielkonflikt nicht lösen, dass ich irgendwie 300.000 für meine Wohnung ausgeben will, aber trotzdem einen großen Flur, lichtdurchflutete Zimmer, ein riesen Badezimmer, das kann die KI ja nicht wegzaubern. Aber in der Aufgabe, die definiert wird, kann sie bestimmt drei, vier Prozent viel schneller rausholen und dabei auch Optionen angucken. Insofern ist es da ein Hilfsmittel, aber dass wir den Grundriss finden müssen oder dass wir auch an unseren Ansprüchen arbeiten müssen, das kann sie uns ja nicht abnehmen. Die KI kann aber, jetzt komme ich auch noch mal mit meiner Meinung, die kann so schnell rechnen, dass sie sagt, 23,3 Prozent wollen im Zielkonflikt in diese Richtung, 24 Prozent so und die anderen so. Das ist eigentlich Aufgabe auch von unseren Analysen, von Wolfgang Geser immer gewesen. Wenn ihr jetzt eine Gruppe habt, in welches soziale Milieu geht ihr denn eigentlich rein und was könnte am schnellsten die Bauabschnitte dann auch wirklich zum Ende führen? Und da glaube ich schon, dass KI wirklich hilfreich wird. Aber jetzt Anne. Ja, also das glaube ich auch. Ich glaube, in Teilen können wir uns auch gar nicht vorstellen, was mit KI alles möglich ist. Eine Verschlankung, nicht Verschlankung, aber eine Prozessbeschleunigung kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich glaube auch, dass wir anfänglich wahrscheinlich da noch ein bisschen unterstützen müssen. Aber ich glaube, in Zukunft lässt sich so viel technisch, digital und mit KI auch in der noch nicht so weiten Wohnungswirtschaft machen. Also da ist noch wirklich sehr viel Potenzial. So, und jetzt denken wir noch mal KI und Holz und dann sind wir fertig. Genau. Danke, Anne Keilholz, Holger Fiesler, Roland Bechmann, Thomas Herr für eine gute Diskussion. Ich glaube, wir müssen auf die andere Seite gehen und uns sagt der Kameramann, wir machen was verkehrt. Komm mal her. Bitte. Habe ich Mikro? Ja, ich habe Mikro. Ich habe das mal vor Jahren gemacht. Ich habe immer geschaut, wie viel sind eine Städte wert? Also Berlin ist zum Beispiel 450 Milliarden Euro wert und Stuttgart nur 70. Wirklich? Ja. Wenn man alle Immobilien zusammen nimmt, also inklusive der Doppelgericht, Gerichte, Schulen, Straßenräume und so weiter. Und das Interessante ist, wie viel Infrastrukturinvestitionen wollen wir denn irgendwo leisten? Und diese 25 Milliarden, die gerade in Stuttgart investiert werden, sind halt relativ viel, viel mehr als die 19 Milliarden in den BR hier in Berlin. Also solche Relationen finde ich eigentlich noch mal für unsere Lebenswelten relativ wichtig. Und da sind Immobilienwerte einfach Kenngrößen für, was sollen wir denn mit unseren Städten machen? Was hättest du da hier auch schon einbringen können, weil Roland Bechmann ja schon sagte, wie er jetzt noch im 2D arbeiten muss für Stuttgart 21. Dankeschön für deine Moderation und gerne auch noch mal Applaus. Axel Schmidt, gerne einfach schon mal hochkommen auch. Wir reden jetzt, er macht jetzt eine Replik auf den Modulbau, auf den Holzmodulbau. Axel Schmidt, also der Titel heißt Holzschachteln, wettbewerbsfähige Architektur versus Industrialisierung. Das ist natürlich dieses ganze Thema Modulbau, wo wir ja heute schon mehrfach drüber geredet haben, über die Akzeptanz, den es auch braucht. So, Axel Schmidt ist in der Geschäftsführung von Arnold und Gladisch Objekt, Planung und Generalplanung. Sie bauen seit x Jahren schon für die Wohnungsbaugesellschaften, jetzt eben auch für in Holz. Und er wird uns auch ein Projekt vorstellen. Drei? Oh, super. Drei sogar. Seit 2011 ist er als Architekt eben bei Arnold und Gladisch Objektplanung und Generalplanung, was für ein langer Name, und verantwortet da auch den Wohnungsbau. So, na dann, vielen Dank. Bin ich zu hören? Ja, wunderbar. Erstmal vielen Dank für die schöne Einführung. Dann muss ich gar nicht mehr viel zu meiner Person sagen, sondern kann direkt auf das Vortragsthema zu sprechen kommen. Holzschachteln heißt der Vortrag. Holz ist klar, wir sind ja bei der Koalition für Holzbau, oder soll es auch irgendwie um Holz gehen. Schachteln. Warum Schachteln? Wir sehen ja hier Schachteln, die ganz offensichtlich seriell elementiert auch industriell gefertigt wurden. Das ist bei Alltagsgegenständen gang und gäbe. Und jetzt ist die spannende Frage, lässt sich dieses Prinzip ohne weiteres auf die Architektur übertragen? Und man sieht es ja im Untertitel, das ist im Grunde der Kern des Vortrages oder das Thema wettbewerbsfähige Architektur versus Industrialisierung. Und ich habe das mal für mich in folgende Fragestellungen übersetzt. Wie stellen wir, also wir als Architekturschaffende sicher, dass bei der erforderlichen Industrialisierung im kostengünstigen Wohnungsbau die architektonische Vielfalt, die architektonische Qualität nicht verloren geht? Und ich denke, oder auch wir als Büro denken, entscheidend ist das richtige Maß zwischen Standardisierung auf der einen Seite und Flexibilität auf der anderen. Und dass sich diese drei Pole nicht ausschließen müssen, will ich Ihnen anhand dreier Projekte aus unserem Hause vorstellen. Ich kann jetzt schon fast sagen, drei Horrorprojekte anschließend an die Diskussion von heute Vormittag. Denn wir versuchen natürlich genau das, möglichst kostengünstig zu sein. Und hier sehen Sie mal das erste Beispiel, das ist das Typenhaus Plus für die Stadt und Land, das wir in Berlin in der Schkeuditzer Straße realisiert haben. Beziehungsweise hier konkret sehen Sie jetzt den Prototypen dieses Typenhauses. Und im Anschluss an die Fertigstellung dieses Prototypens haben wir dann für die Stadt und Land einen sogenannten Typenhaus Plus Katalog entwickelt. Das heißt, ein breiter Katalog mit einer Vielzahl an Grundrissen war gefragt, um eben die Potenziale des typisierten Bauens auch ausschöpfen zu können. Das heißt, möglichst schnell, möglichst günstig und möglichst viel bauen zu können. Das ist es ja, was man sich vom typisierten Bauen verspricht. Wir sind da ein bisschen anders vorgegangen, als man es vielleicht vermuten könnte. Wir haben jetzt nicht das ein oder zwei, drei prototypische, ideale Hausgrundrisse entwickelt, sondern wir sind hergegangen und haben eine Vielzahl unterschiedlicher Haushälften entwickelt. Insgesamt zehn Stück, zehn unterschiedliche Haushälften mit unterschiedlichem Wohnungsschlüssel und auch leicht variierenden Formaten. Und die Kombination zweier Haushälften plus ein Treppenhaus ergibt dann sozusagen den jeweiligen Gebäudegrundriss. Und durch die zehn Haushälften, die wir entwickelt haben, plus einem Eckmodul, was es auch gibt, haben Sie im Grunde die Möglichkeit, über 90 unterschiedliche Grundrisse zusammenzustellen. Und hier sehen Sie mal auf der rechten Seite so einen exemplarischen Grundriss, so eine Haushälfte, wie wir sie dann eben in diesem Katalog aufbereitet haben. Dann auf der jeweiligen Seite eines Types gibt es dann eben auch schon einen Vorschlag, wie man das eben mit anderen Haushälften kombinieren kann. Und bei der Realisierung dieses gerade gezeigten Prototypens oder auch der Fortschreibung dann im Rahmen dieses Typenhaus-Plus-Konzeptes haben sich dann für uns, ich nenne es immer so vier Essentials rausgebildet, die es eben braucht, um generell kostengünstig bauen zu können. Und ich glaube, das ist jetzt auch in gewisser Weise eine Wiederholung. Vieles von dem haben Sie eben auch heute Morgen in der Diskussion mit Frau Weiß und Herrn Schulte und so weiter gehört. Es geht natürlich um Effizienz in gewisser Weise. Also erster Punkt, typisieren. Der Begriff steckt ja auch schon sozusagen im Typenhaus-Plus-Konzept. Also klar, dass man damit irgendwie arbeiten möchte und arbeiten muss. Es geht also um größtmögliche Wiederholung im einzelnen Projekt. Wiederholen Sie, wenn möglich, einzelne Wohnungsgrundrisse, ganze Aufgänge. Arbeiten Sie mit einem Regelgeschoss und typisieren Sie auch möglichst einzelne Bauelemente, wie zum Beispiel Fenster, Treppenläufe, Balkone, Bäder. All das haben wir heute Vormittag schon gehört und das muss man eben auch konsequent beherzigen. Zweiter Punkt, einfache Konstruktion, also ganz einfacher Lastabtrag durch alle Etagen. Man kann vereinfacht sagen, alles, was kompliziert ist, ist auch teuer. Man kann das zwar alles statisch hinbekommen, aber sollte man möglichst vermeiden. Dritter Punkt, Flächeneffizienz. Auch das klang heute Vormittag schon an mit diesem berühmten Verhältniswert von Wohnfläche zu BGF. Also erhöhen Sie möglichst die Wohn- und Nutzfläche, damit verdienen Sie Geld. Die können Sie vermieten oder verkaufen und minimieren Sie im Umkehrschluss eben alles andere, sprich Erschließungsfläche, Nebenflächen und auch Konstruktionsflächen und auch möglichst wenige Schächte spielen da natürlich eine Rolle. Und auch da habe ich mal ein Beispiel mitgebracht. Wenn Sie im selben Volumen eben mit weniger Treppenkernen auskommen, mit nur drei statt vier haben Sie also im Umkehrschluss im gleichen Volumen eben mehr Wohn- und Nutzfläche. Darum geht es. Und vierter Punkt, auch das gehört zur Wahrheit dazu, angemessener Standard oder kostengünstiger Standard, um es auch konkret zu sagen. Wir haben ja das Phänomen, dass wir unabhängig davon, ob es ein kostengünstiges oder ein sehr hochwertiges Projekt ist, schon sehr, sehr hohe bauordnungsrechtliche Vorschriften haben, was Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz und auch barrierefrei mittlerweile angeht. Das heißt, da bleibt ihm im Grunde als Stellschraube nur die architektonische Qualität oder eben der Gebäudestandard an sich, um an der Preisschraube drehen zu können. Und das müssen wir dann eben auch nutzen, wobei da auch durchaus unser Anspruch ist, auch mit einfachen Mitteln eben gut gestaltete Gebäude zu machen. Und dass das unserer Ansicht nach auch gelingen kann, beziehungsweise eine gewisse Vielfalt möglich ist, will ich Ihnen mal mit diesen drei Bildern zeigen. Das sind eben drei Projekte für die Stadt und Land, die wir auf Basis dieses Kataloges entwickelt haben. Mittlerweile sind sogar noch ein paar mehr geworden und man sieht unterschiedliche Körnung im Hinblick auf die Größe der Baukörper ist möglich, unterschiedliche Akzentsetzungen mit variierenden Details, Farbigkeit und so weiter. Also man bringt da schon eine gewisse Vielfalt in die Projekte rein. Auf die Vielfältigkeit oder die Flexibilität gehe ich aber gleich nochmal ein. Ich will aber direkt das nächste Projekt mit anschließen, nämlich das Typenhaus ECO und behandle dann für beide zusammen nochmal die Flexibilitätspotenziale. Typenhaus ECO eben sozusagen die Fortschreibung des gerade gezeigten Typenhaus Plus, also auch ein Katalog für die Stadt und Land hier in Berlin. Und wie der Name schon suggeriert, ECO, hier geht es also auch ergänzend zum typisierten, kostengünstigen Bauen, um die Komponente ökologisches Bauen, ressourcenschonendes Bauen. Und wir sind gerade dabei, das erste Projekt zu realisieren, den ersten Prototyp. Das heißt, auch wie beim Typenhaus Plus machen wir da jetzt erstmal einen Prototyp und hoffen dann eben einen umfangreicheren Katalog. Das Projekt entsteht im Rahmen eines größeren Projektes, was wir gerade für die Stadt und Land realisieren, nämlich die Bukua-Felder, wo wir insgesamt 15 Typenhäuser planen und realisieren. Und eben eines dieser 15 wird nun das Typenhaus ECO, was dann in Summe 15 Wohnungen beherbergen wird von den insgesamt 377 Wohnungen, die wir dort planen als Typenhaus. Jetzt kann man sagen, das sind ja nur 15 Wohnungen, also ein relativ kleiner Baustein. Man sieht es hier unten im Schwarzplan, dieser grüne Punkt, das wird eben das Typenhaus ECO werden. Es hat aber dennoch den Anspruch, ein Leuchtturmprojekt zu sein und ist auch tatsächlich der Senatsverwaltung für Umwelt ein sehr, sehr großes Anliegen, die darin so ein Stück weit ein Leuchtturmprojekt für die Ressourcenschutzwende im kommunalen Wohnungsbau sieht und deswegen auch dieses Projekt fördert und unterstützt mit 500.000 Euro. Sie sehen schon auf dem Foto, es ist im Werden, das, was Sie bisher sehen, ist nur Beton. Der Holz kommt, der Holzbau kommt noch, es geht am Montag los. Das heißt, wenn ich den Vortrag eine Woche später gehalten hätte, hätte ich Ihnen vielleicht schon das ein oder andere Holzmodul vor Ort abfotografieren können. Ja, ich habe Ihnen mal die Grundrisse dieses Hauses mitgebracht. Hier sehen Sie hier, es ist ein Vierspänner, das heißt vier Wohnungen pro Etage, die sich um ein zentrales, in dem Fall außenliegendes Treppenhaus kopieren. Im Piktogramm ganz gut zu erkennen, zwei Zweizimmerwohnungen, zwei Dreizimmerwohnungen. Und ich habe Ihnen deswegen nochmal das Piktogramm mitgebracht, weil tatsächlich im Grundriss erkennt man jetzt die Wohnungsstruktur gar nicht so deutlich. Da steht jetzt eher die Tragwerkstruktur im Vordergrund. Und das ist auch wichtig im Holzbau, da spielt sozusagen das materialgerechte stringente Tragwerk noch eine größere Rolle als im Massivbau, um eben die Vorfertigungspotenziale und damit eben auch die Kostenvorteile voll ausschöpfen zu können. Das heißt, wir haben eine ganz regelmäßige klare Schottenstruktur mit einheitlichen Längen, sodass man da eben auch die Wandelemente in kleinere Einheiten elementieren kann. Wir haben einheitliche Spannweiten zwischen den Achsen, dass eben auch die Deckenelemente dann standardisiert sein können. Und das, wie gesagt, ist im Holzbau sehr, sehr wichtig, um da eben annähernd die Chance zu haben, kostengünstig und wettbewerbsfähig gegenüber dem Massivbau sein zu können. Dann habe ich Ihnen hier mal sozusagen als Explosionszeichnung den konstruktiven Aufbau dieses Hauses mitgebracht. Da sehen Sie jetzt auch den Betonanteil nochmal ganz deutlich. Es ist also kein ganz reiner Holzbau, einen gewissen Betonanteil in Form des massiven Treppenhauskernes gibt es. Aber alles ringsherum ist dann tatsächlich Holzbauweise. Das heißt, wir haben tragende Innen- und Außenwände in Holzständerbauweise und die Decken sind dann als Massivholzdecken in CLT-Bauweise geplant. Und deswegen auch hier nochmal das Foto, was uns sehr freut, dass es eben auch nach außen dann als Holzhaus zu erkennen ist. Stichwort Leuchtturmprojekt. Da war uns das schon wichtig und das hat uns auch gefreut, dass wir da den Bauherrn von überzeugen konnten, das dann eben auch Hölzern zu verkleiden. Das ist jetzt sozusagen unsere Holzschachtel, unsere erste. Ja, dann zu den eben schon angekündigten Flexibilitätspotenzialen, die in diesen beiden Konzepten Typenhaus Plus und Typenhaus Eco stecken. Es geht ja natürlich im Sinne der Wirtschaftlichkeit darum, Typisierung, Standardisierung, Elementierung im größtmöglichen Umfang in dieses Konzept zu integrieren. Aber wir wollen eben auch eine gewisse Flexibilität und Individualität wahren, um eben kontextuelle und eben auch lebenswerte Projekte zu schaffen, die auch von den Nutzenden angenommen werden und zum jeweiligen Ort passen. Und die Flexibilität innerhalb der Konzepte erreichen wir eben durch diese unterschiedlichen städtebaulichen Lösungen, die vor allem eben auch durch das Eckmodul möglich sind. Sie sehen, Sie können damit dann eben auch einen kompletten Block errichten. Zeilenbauweise oder auch einzelne Solitäre wären möglich. Aber da haben wir ja vorhin schon gelernt, das ist nicht das kostengünstigste, was man machen kann wegen des gesteigerten Höhlflächenanteils. Wir haben natürlich durch dieses Baukastenprinzip eine wahnsinnige Bandbreite und Flexibilität hinsichtlich des Wohnungsschlüssels. Das heißt, Sie können quasi ganz zugeschnitten auf den jeweiligen Bedarf am jeweiligen Ort eben Ihren erforderlichen Wohnungsschlüssel abbilden. Und dritter Punkt, sozusagen nochmal eingehend auf den Ortsbezug. Hier und da, zumindest erleben wir das in Berlin, wird es zunehmend schwerer, sich mit der Feuerwehr zu einigen, den zweiten Rettungsweg übers Anleitern zu gewährleisten. Deswegen war es uns wichtig, eben auch eine Lösung zu entwickeln, wo man um diesen zweiten Rettungsweg per Anleitern herumkommt und haben deswegen sozusagen im gleichen Achsmaß auch nochmal ein Sicherheitstreppenhaus für dieses Konzept entwickelt. Hier in dem Fall ist es jetzt ein innenliegendes. Es gibt sogar theoretisch auch noch ein außenliegendes, aber das nur informativ. Und dann komme ich noch ergänzend zu diesen Flexibilitätsparametern, die dem Konzept sozusagen schon innenwohnen, noch zu den sogenannten Individualitätsparametern, die Sie eben dann als Bauherr für das jeweilige Projekt noch selbst entwickeln oder entscheiden müssen. Zum Beispiel sind Sie völlig frei und individuell in der Höhenlage des Gebäudes. Binden Sie das ebenerdig an die Straße, an das Erdgeschoss oder sehen Sie eine Hochparterre-Situation vor, was natürlich dann auch wieder eine Unterkellerung nach sich zieht. Sie sind flexibel in der Anzahl der Geschossigkeit und auch in der Ausformulierung des Daches. Bilden Sie das auch als Vollgeschoss noch aus oder arbeiten Sie da mit einem Schrägdach, wie auch immer. Also das sind eben auch noch Stellschrauben, die Sie haben. Und da will ich auch nochmal darauf hinweisen, theoretisch sind Sie auch, oder nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Es ist ja in erster Linie ein Planungskatalog. Sie sind auch noch frei in der Materialwahl, vor allem beim Typenhaus Plus. Bei dem Erstgezeigten war das das Ansinnen, dass die jeweiligen Generalunternehmer, die dann zum Beispiel über einen Rahmenvertrag gebunden werden, frei darin sind, welche Material, welche Bauweise sie anbieten. Die jeweilige, die eben für sie die günstigste ist. Beim Typenhaus Eco ist das natürlich ein bisschen eingeschränkter, weil da wollen wir ganz klar eine Holzbauweise abfragen, wobei Sie auch innerhalb der Holzbauweise noch eine gewisse Flexibilität haben. Machen Sie das massiv mit Brettsperrholz, CLT-Elementen oder Holzständerbauweise. Also auch da gibt es noch Spielräume. Und dann komme ich noch zu unserem dritten Projekt, was ich zeigen möchte, nämlich unser Beitrag für das Rahmenvertragsverfahren des GDW, was ja heute auch schon mehrfach Thema war. Unser Modellgebäude SMB, also serielles und modulares Bauen 2.0, wo wir uns eben auch daran beteiligt haben mit BARTEC und eben erfreulicherweise auch einen Zuschlag bekommen haben. Hier sehen Sie mal unseren Beitrag. Und da habe ich Ihnen auch mal die Grundrisse mitgebracht. Gefragt war ja, ein Modellgebäude zu entwickeln und zu verpreisen. Das sehen Sie hier. Es ist nicht gesagt, dass dieses Modellgebäude so eins zu eins jemals gebaut wird, weil das Konzept soll ja auch eine gewisse Flexibilität mitbringen, sodass man das ortsbezogen anwenden kann. Deswegen kann ich Ihnen jetzt auch hier noch gar keinen konkreten Projektkontext zeigen, sondern gehe direkt auf die Grundrisse ein. Auch hier nochmal das Piktogramm, was eben wieder ganz schön zeigt, welcher Wohnungsmix dort möglich ist. In dem Fall ist jetzt das Haus als Sechsspender organisiert. Gewünscht war eben ein viergeschossiges Haus mit 24 Wohnungen. Da sind Sie dann eben automatisch beim Sechsspender, auch wieder mitten im zentralen Treppenhaus. Aber Sie kommen natürlich bei einem Sechsspender nicht um eine Mittelgangerschließung, eine ergänzende herum. Das haben wir dann eben ja auch entsprechend vorgesehen, die auch sehr klar und deutlich im Grundriss natürlich zu erkennen ist. Die Abgrenzung der Wohnung erkennen Sie hier wieder nicht so wahnsinnig gut, eben vielleicht mithilfe des Piktogramms, weil auch hier steht natürlich jetzt wieder diese klare Tragstruktur im Vordergrund, diese Schottenbauweise. Wobei Sie werden jetzt sofort merken, die ist ja nicht ganz so regelmäßig wie bei dem eben gezeigten Beispiel. Hier haben wir unterschiedliche Spannweiten. Das wirkt vielleicht erst mal ein bisschen unaufgeräumter, hat aber den Hintergrund, dass wir hier im Grunde noch modularer gedacht haben. Wir haben nämlich Folgendes gemacht. Wir haben einzelne Raummodule entwickelt mit klarer Nutzungszuweisung. Bei dem vorherigen Konzept haben wir noch in Grundriss-Typen gedacht. Hier denken wir in Raumtypen. Und jetzt muss ich mal ein bisschen rübergehen. Sie sehen, die Raumtypen wiederholen sich. Wenn Sie sich zum Beispiel mal das anschauen, dieses Schmale, was immer den Eingangsbereich und ein kleines Zimmer aufnimmt, das finden Sie auch hier wieder hier in der Vierzimmerwohnung. Oder dieses ganz große Modul, bestehend aus Badezimmer und Schlafzimmer. Auch das taucht in fast jeder Wohnung auf. Also ein sehr, sehr hoher Wiederholungsfaktor über die Wohnungstypen hinweg. Und etwas konkreter sehen Sie das jetzt hier nochmal in dieser Aufbereitung. Also hier sehen Sie diese drei unterschiedlichen Grundmodule mit ihrer unterschiedlichen Breite, die wir entsprechend ihrer Größe eben mit S, M und L betitelt haben. Und wenn Sie jetzt eben das Modul M und S kombinieren, erzeugen Sie eine Zweizimmerwohnung. Wenn Sie zwei M-Module, ein S und ein L kombinieren, können Sie eine Vierzimmerwohnung daraus bauen. Und theoretisch wären sogar noch größere Wohnungen mit diesem Konzept denkbar. Auch hier nochmal die Explosionszeichnung der Konstruktion. Das Projekt ist im Grunde eher ein Hybridbau, muss man sagen. Es hat einen etwas höheren Betonanteil als das eben gezeigte. Na klar, wieder die Sohle und der Kern. Aber auch die Decken sind jetzt in dem Falle als hohl dienen Decken geplant. Die tragenden Innenwände als Brettsperrholz-CLT-Elemente und die Außenhülle ist eine Holzständerbauweisende, nicht tragende, die dann mit einer variierenden Fassade belegt werden kann. In dem Fall jetzt mal hier eine Vorhangfassade vorgeschlagen. Das kann aber auch eine Holzfassade oder Sonstiges sein. Und auch hier will ich nochmal auf die Flexibilitätsparameter eingehen. Ich halte mich aber kurz, weil es sind im Wesentlichen dieselben wie bei dem vorherigen Konzept, was ich gezeigt habe. Ich will nur nochmal auf die zwei fettgedruckten kurz eingehen. Nämlich zum einen eben darauf hinweisen, dass wir hier auch es geschafft haben, ein Eckmodul zu entwickeln, sodass wir da eben auch im Städtebau sehr flexibel sein können. Vom Einzelhaus über die Zeile bis hin zur Ecke, beziehungsweise die wir dann eben auch zum Block erweitern können. Und auch hier haben wir zwei unterschiedliche Treppenhäuser aus dem gerade schon erwähnten Grund entwickelt. Also wieder ein Standardtreppenhaus und dem Fall jetzt ein außenliegendes Sicherheitstreppenhaus, um gegebenenfalls das Anleitern zu ersparen. So, damit bin ich im Grunde durch und will nochmal ganz kurz an die Eingangsfrage oder These erinnern. Entscheidend ist das Maß zwischen Standardisierung und Flexibilisierung. Die Standardisierung brauchen wir, um wirtschaftlich zu sein. Das, denke ich, ist allen klar. Und diese Wirtschaftlichkeit erreichen wir jetzt persönlich zum Beispiel durch die Typisierung der Planung, wie am Beispiel Typenhaus Plus gezeigt. Durch die ergänzende Elementierung der Ausführung, Typmaus Eco ist da das Beispiel, oder eben modulare Planung und Ausführung wie beim Modellgebäude SMB. Und trotz aller Standardisierung ist aber Vielfalt und Kontext möglich, eben durch diese Anpassungsfähigkeit des Städtebaus, die flexible Grundrissgestaltung, flexibler Wohnungsmix und eben individuelle Fassadengestaltung im Hinblick auf Materialfarbigkeit und Gliederung. Damit bin ich am Ende und sage herzlichen Dank und hier nochmal ein kleiner Überblick über die drei Konzepte. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Thorsten, Schulter, hm? Ihr baut nicht mit Arnold und Gladisch. Doch nicht. Das solltest du jetzt gar nicht sagen. Keine Frage? Nein. Ich bin ja hier für die Horror-Themen zuständig. Ich habe hier keine Frage. Gut, das ist doch ein schönes Lob, oder? Vielen Dank. Also ganz herzlichen Dank. Wir stellen übrigens, das habe ich eingangs gar nicht erwähnt, wir haben die gesamte Veranstaltung heute aufgenommen. Die wird in unseren YouTube-Kanal gestellt von der Koalition Holzbau. Heißt, dort kann man auch immer vorklicken und dann entsprechend die Beiträge sich nochmal anschauen. Vorträge werden wir auch rumschicken. So, last but not least, Cornelia Sorge wird jetzt nochmal in die Prozesse reingehen. Skalierbar, effizient, komm, wir gehen mal hier hoch auf die Bühne. Skalierbar, effizient und nachhaltig, Faktencheck, Bedarfe und Prozesse, genau die hast du auch auf der Bühne, die Diskutanten dazu und vielleicht noch zu dir. Wer kann das besser diskutieren als eine Projektentwicklerin selber? Cornelia Sorge kommt von Saxo-Wendt, ist dort Geschäftsführerin für den Real Estate-Bereich und haben im Prinzip auch einen Planungskonfigurator entwickelt für den bezahlbaren und vor allem nachhaltigen Bau, Wohnungsbau, Wohnungsbau und das natürlich aus Holz. Und sie wird jetzt die Herren, die Herren, die Herren, die Herren wieder, ja, einmal dann auch Abfragen dazu. Mikro-mäßig bin ich ausgestattet, kann ich mir einfach eins nehmen? Ja, genau, einfach eins nehmen und sind genügend da für alle. Ja, dann bitte ich auf die Bühne, einmal Philipp Erler von Gropius, dann Jan Eitel von im Prinzip, ah ja, freut mich, das erste Mal in live, dann Helmut Spies von B-Solutions und Levin Fricke von Drick Bricks. Levin? Ah ja, möchtest du auf die Bühne kommen? Wie bitte? Ah, okay, gut, da sind wir durcheinander gekommen, wir saßen, da nehmen Platz. Ja, ich freue mich, ich freue mich, dass ihr da seid, vor allem, dass wir so unterschiedliche Diskutanten haben heute, die an ganz unterschiedlichen Stellen auch an der Wertschöpfungskette ansetzen. Wenn ich mal durchgehe, einmal bei Philipp Gropius, ihr seid ein Unternehmen mit einem sehr ganzheitlichen Digitalisierungsansatz, sehr technologieaffin und disruptiv. Die Gründer kommen aus ganz unterschiedlichen Branchen, also nicht aus der Immobilienbranche, bringen da ein ganz anderes Setting mit, Jan Eitel, an und für sich Standort- und Projektentwickler, der, ja, die Dinge dann eigentlich von der gesamten wirtschaftlichen Verwertung auch schon betrachtet und dem es gelungen ist, mit seinem Unternehmen im Prinzip auch in Holzbauweise bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, in vielfacher Serie schon. Sehr spannend und schön, dass Sie da sind und Helmut Spies von B-Solutions, das Tochterunternehmen von Binderholz, einem sehr großen Sägewerksunternehmen, ich glaube, das siebtgrößte, das drittgrößte, ich habe die alte Statistik heute nochmal aufgerufen, von 2020 wohl nur gefunden, das drittgrößte Sägewerksunternehmen der Welt inzwischen, natürlich ganz tief in der Wertschöpfungskette drin, also sehr unterschiedliche Ansätze, sich dem Thema bezahlbaren Wohnen zu nähern und ich freue mich, dass ihr da seid. Das Thema ist hoch relevant, ich denke, es wurde heute auch schon vielfach erwähnt, wir haben einen ganz enormen Wohnungsmangel, es ist wirklich bedrohlich nahezu, die Institute haben aus den demografischen Daten berechnet, wir haben einen Wohnungsbedarf von 360.000 bis 410.000 Wohnungen pro Jahr und im letzten Jahr wurde davon gerade mal gut die Hälfte erstellt, es kumuliert sich ein gewaltiger Mangel zusammen, der Ende 2027 dann sich fast auf eine Million belaufen wird und es ist Druck im Markt, der muss aufgefangen werden und schreit eigentlich nach schnellem Bauen und nach neuen Lösungen, nach Serienbauen und meine erste Frage an euch wäre jetzt auch der Reihe nach, was tut euer Unternehmen dafür, einen Beitrag für zum bezahlbaren Wohnen zu leisten, vielleicht gerne auch in ein, zwei Sätzen dabei den Leistungsumfang, das Geschäftsmodell des Unternehmens mal beschreiben. Wenn ich mal bei dir starte, Philipp. Ja, wir beschäftigen uns damit die ganze Wertschöpfungskette von Anfang, also für einen Immobilienentwickler, für einen Bestandshalter, die ganze Wertschöpfungskette des Bauens bis in den Betrieb hauptsächlich zu organisieren, bis das Gebäude übergeben wird und ab da zu unterstützen. Immer mit dem Kernziel zu sagen, wir stellen den individuellen Grundriss mit industrieller Effizienz her. Ja, wir bauen mit unserer im Prinzip ausschließlich geförderten Wohnungsbau, meist in Holzbauweise oder Holz-Hybridbauweise, das ist der Beitrag auf die Frage, wie wir dazu kommen oder wie wir das machen. Ich würde sagen, wir versuchen, Betonung liegt immer auf den Versuch, smarter zu bauen und wenn wir fertig gebaut haben, beim nächsten Mal wieder ein bisschen aus dem Learning smarter zu bauen und smarter heißt halt, vieles von dem, was wir heute schon gehört haben, zum einen geht es natürlich um Kostenoptimierung, das heißt Effizienz, Effizienz und Effizienz. Brauche ich alles nicht wiederholen, das haben wir gehört, was die Tiefgaragen und die Treppenhäuser angeht und diese ganzen Dinge, Fertigbäder etc., das spielt natürlich eine Rolle, wobei ich sagen würde, man kann sehr wohl auch Treppenhäuser sehr optimiert bauen mit einer sehr hohen, über plus 80% Quote und sie sind trotzdem attraktiv, das ist aber nur am Rande. Ich denke, das ist auch unsere Aufgabe, bei der Kostenoptimierung geht es aber weiter darüber hinaus, einiges haben wir von Herrn Schmidt schon gehört, das sollte ja eigentlich den Architekten schon im zweiten Semester gelehrt werden, dass das Prinzipien sein müssen, aber es geht eben auch darum, Dinge wieder einfacher zu machen, also keep it simple and smart, back to the basics, das heißt, wir leben sehr stark vom Weglassen, das ist ein Graubereich, das ist nicht immer Blaupause, wir haben viele Normen, an die wir uns nicht unbedingt halten wollen, weil wir es wieder Quatsch halten, damit haben wir Themen, die wir besprechen müssen mit unseren Bauherren bzw. mit unseren Investorinnen und Investoren und es geht eben aber auch darum, die Einnahmen zu erhöhen, das ist ganz wichtig und das geht auch um bezahlbaren Wohnraum, das haben wir heute auch schon gehört, da war ich sehr dankbar, dass das irgendjemand gesagt hat, wir generieren einfach deutlich mehr Fläche durch den Holzfabrikbau und das ist das, womit wir es schon vor Jahren geschafft haben, 2016 haben wir angefangen, die Mehrkosten, die wir nicht immer hier wegdiskutieren dürfen, die halt einfach zum Großteil noch da sind, zu kompensieren und das war der Start eben durch die Erhöhung von Einnahmen am Ende des Tages, was jetzt nenne ich ja auch eine Effizienz ist, diese Kosten, Nachteile auszugleichen. Dann geht es darum, noch zwei Sachen, zum einen rund um Sorglos-Pakete für unsere Investoren, ganz entscheidend, die meisten kaufen Rendite und keine Gebäude und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir als Generalunternehmer oder als Bauträger lernen, dass wir mehr machen müssen, als Steine oder Bretter übereinander zu stapeln, da geht es insbesondere auch um das Kümmern der Mieter und es geht natürlich darum, um Zeit und da hilft uns der Holzbau enorm, Zeit ist das Allerwichtigste, da war ich heute Vormittag verwundert, dass irgendjemand gesagt hat, naja, so wichtig sei das nicht mit der Zeit, wobei ich verstanden habe, worum es da ging, also Zeit ist eine ganz effektive, ganz wichtige Maßnahme und natürlich last but not least die Fördermittel. Ohne Fördermittel funktioniert das noch nicht. Ja, fast schon ein vollständiger Überblick, also danke für die Zusammenstellung auch, die ganzen Aspekte. Helmut, wie geht B-Solutions, wie nähert ihr euch dem Thema bezahlbarer Wohnraum, was macht euer Produkt da aus? Wie du richtig sagst, wir kommen nicht aus der Industrie, wir kommen nicht von der Bauecke, wir sind klassische Holzindustrie und die haben wir jetzt eine gewisse Größe entwickelt und wir haben mit B-Solution eine Systembauweise entwickelt, die auf konfigurierbare Standardkomponenten setzt, die komplett durchzertifiziert sind, katalogisiert sind, typisiert sind, hoch digitalisiert sind und die bieten wir als Massivholzbauweise, sowohl Baufirmen an als Bausatzlösung, aber auch als Schlüsselfertiglösung für Konsumenten, wenn man so sagt, für die Wohnungswirtschaft. Der Vorteil liegt eben darin, dass im Endeffekt das System sämtliche Hürden, die dem Holzbau immer wieder so auferlegt werden, gelöst sind. Das ist der Erfahrung unseres Unternehmens geschuldet und wir haben die Baugesetze und die Richtlinien der einzelnen Bundesländer in Deutschland und in Österreich der Entwicklung zugrunde gelegt. Und man kann sagen, ihr seid als Teil GU, als ein Holzbau-GU und begreift dich als Produktionsunternehmen. Habe ich das richtig verstanden? Arbeitet ihr da mit Partnern zusammen? Genau, also wir sind keine Baufirma. Wir wollten gar nie ins Bauen einsteigen, war nie die Grundidee von Binderholz. B-Solution ist so entwickelt worden, das kommt aus einer Zeit, wo die Holzbaubetriebe drei Jahre Auslastung gehabt haben und wir unsere Kunden gefragt haben, wie sieht es aus mit eurer Auslastung und die Kunden haben gesagt, drei Jahre können wir nichts mehr tun, wir sind voll ausgelastet. Und dann hat die Eigentümerfamilie von Binderholz gesagt, naja, wie wollen wir dann wachsen als Unternehmen, wenn unsere Kunden ausgelastet sind und dann haben wir die Idee geboren mit B-Solution, wie können wir Baufirmen eine Fertigbaulösung in die Hand gegeben, dass ein Bauunternehmen, ein herkömmliches Bauunternehmen, sofort ohne jegliche Zusatzinvestition mit Holz beginnen kann. Und so ist es entstanden. Das Geschäftsmodell ist uns anfänglich nicht aufgegangen, die Baufirmen haben wir nicht gefunden, die hier mitgegangen sind. Jetzt haben wir die Baufirmen und deswegen haben wir die Erstprojekte selbst errichten lassen und treten als Teil und Generalunternehmer auf, war ursächlich nicht gedacht. Weil wir kommen, wie gesagt, nicht aus der Bauecke, aber das können wir jetzt auch mittlerweile gar nicht so schlecht. Verstehe. Philipp, ihr habt, glaube ich, einen anderen Ansatz, ihr habt wirklich ein schlüsselfertiges Produkt und geht schon ganz früh auch mit dem Kunden in die Planung. Ist das richtig? Genau, also wir bieten das wirklich voll schlüsselfertig an, idealerweise. Eva hat es ja vorhin auch schon gesagt, wenn man systematisch richtig bauen möchte, dann muss man sehr früh gemeinsam einsteigen, damit man eben die Restriktionen, die so ein System typischerweise immer noch hat, früh einfließen kann, den richtigen Grundröst, das richtige Gebäude für das hierherlige Grundstück in dem System zu machen. Deswegen steigen wir ganz früh ein, idealerweise wirklich ganz vorne in der Leistungsphase 0,1. Wir haben das ein paar Mal heute gehört, dass es ganz wichtig ist, sich früher festzulegen, wenn man wirklich diese Kostenvorteile heben will und die Ineffizienzen aus der Prozesskette der Industrie rausnehmen möchte. Deswegen ganz früh rein und dann bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Je nach Kunden kümmern wir uns dann auch um die Außenanlagen, aber das wird dann nur Fremdwerk geben. Ist das bei B-Solutions ebenso? Also das Thema früh in der Planung einsteigen ist ein ganz wesentlicher Punkt, um Kosten zu sparen? Genau, also wir bieten ja jetzt schlüsselfertig an. Das heißt, man kann bei uns auch die Option Teil-GU, Holz-GU schlüsselfertig ziehen. Steigen wir meistens Leistungsphase 1, Leistungsphase 2 ein. Wir haben jetzt das Modell so ausgearbeitet. Ende Leistungsphase 2 kriegt der Kunde am Preis plus minus 5%. Ende Leistungsphase 3 gibt der Fixpreisangebot für die gesamte Bauzeit. Wenn die Bauzeit nicht länger als zwei Jahre ist, ohne Indexbindung, das bringt uns Aufträge zur Zeit, weil damit ist es absolut exakt kalkulierbar. Welche Rolle spielt bei Ihnen drei das Thema Digitalisierung? Es war ja Thema in der vorherigen Diskussionsrunde. Ich weiß von Zweien in der Runde, dass Sie einen Konfigurator selbst entwickelt haben, unterschiedlicher Art. Helmut, wie funktioniert der bei Binderholz? Also bei uns funktioniert es so, du musst das so sehen wie ein Mobiltelefon. Also wir haben unser System, solange wir in unserem Gehäuse und in dem Mobiltelefon bleiben, komplett digitalisiert. Also wir bauen alles auf einen digitalen Zwilling auf. Wir haben eine Fertigung am Laufen. Wir produzieren seit drei Jahren. Und wir steuern die Fertigung voll digital an Materialbeschaffung, Baustellenlogistik, Baustellenabwicklung, Baustellentagebücher komplett digitalisiert. Die große Herausforderung ist der USB-C-Stecker. Das heißt, wie binden wir unsere Kunden an uns und umgekehrt an? Alles andere haben wir mittlerweile gelöst, aber das ist nicht einfach. Das heißt, wie kriegen wir die Planung des Kunden? Weil wir planen ja nicht. Also es braucht nach wie vor einen Architekten. Wie kriegen wir die Planung des Architekten ohne Datenverlust in unser CAD-Programm? Da ist noch ein bisschen was zu tun. Sind wir nicht schlecht am Weg, weil ja natürlich die Architekten mit unterschiedlicher Software arbeiten. und hier ist die AFC-Schnittstelle ganz gut und man kann dann diverse Programme zwischenschalten, aber dann immer wieder Datenverlust. Also da braucht es dann schon noch die Zuarbeit von Plausibilitätsprüfern im eigenen Unternehmen. Okay, also unterschiedliche Parteien arbeiten mit dem Planungskonfigurator und müssen dann wahrscheinlich so eine Art Training machen. Genau, genau. Und damit, okay. Und ihr macht das alles in-house, Philipp, richtig? Die Planer sind bei euch sozusagen an Bord. Genau, genau. Also das ist ein relativ breiter, ziemlich proprietärer Software-Stack. Also bis sie die Datenhaltung in den, muss ich ein bisschen aufpassen, mein Hintergrund zu einer Softwareentwicklung, nicht zu sehr abnerden. Grafenbasiertes Ontologie-Modell, was halt die gesamten Daten wirklich über die gesamte Lebenskette zusammenhält. Und dazu gibt es dann die entsprechenden Softwarelösungen, dass auch Menschen damit arbeiten können. Gerade in der Planungsphase haben wir ein kleines Architektur-Team, was von der Entwurfsplanung dann, also was die Entwurfsplanung macht, der ganze Rest, Ausführungsplanung, alles dahinter passiert dann automatisch. Mit ersten Ansätzen, die ganz vielversprechend sind, die aus der Planungsarbeit unserer Kollegen dann sukzessive immer weiter auch die Entwurfsplanung automatisieren. Also dieses klassische Generative AI-Thema. Genau, und der ganze Rest ist dann wirklich durch die ganze Kette auf unserem eigenen Stack. Ist es so, dass ihr kommt ja aus unterschiedlichen Branchen, ich nenne es jetzt mal Distributionsbranchen, ihr nennt es, glaube ich, auch Boxmanagement. Du bist dann einer der Mitgründer von Zalando. Habt ihr da Impulse mitgebracht aus den anderen Branchen, die ihr jetzt wertvoll einbringen könnt? Genau, ich bin nicht Mitgründer, das wäre zu viel der Ehre. Ich bin ein bisschen später dazu gekommen. Ja klar, da ist natürlich viel mit drin. Also die, das weiß man nicht so sehr, bei Zalando werden die Klobrillen auch selber getöpfert. Das ist so ein bisschen ein Hauptansatz dort. Das ist bei uns ja ähnlich, also dass wir sehr, sehr zielgerichtet wirklich viele Sachen selber machen und gerade dieses Thema, wie bereite ich, das ist so ein bisschen die Gnade der späten Geburt, wie bereite ich eine gesamte Wertschöpfungskette, also aus einer Business-Sicht gedacht, komplett dafür vor von Anfang an, dass ich sie eben automatisieren kann, dass ich KI, Statistik auf großen Datenmengen darüber legen kann. Okay. Herr Eitel, genau mal zu Ihnen zurückzukommen. Wir hatten es im Vorgespräch auch kurz angesprochen. Sie planen noch herkömmlich und haben mir eben gerade schon so einen Ausblick gegeben auf die verschiedenen Aspekte, die Sie eben einbringen, die Sie natürlich als Projektentwickler auch sehr gut koordinieren können, da Sie selbst so ein Stück weit auch eben Bauherr sind auf Zeit. Wo spielen bei Ihnen die Prozesse, sind Prozesse wichtig, um dieses kostengünstiges Bauen zu erreichen? Das ist eigentlich ein ganz entscheidender Prozess. Zu der Kostenoptimierung gehört, Klammer auf, leider Klammer zu, auch das Eliminieren von Planungskosten. Das ist ganz entscheidend. Das bedeutet, es geht eigentlich so los, dass wir schon starten mit einer sehr strengen funktionalen Baubeschreibung, die eben aus dem Learning kommt. Das heißt, wir arbeiten ähnlich, wie wir das eben gesehen haben bei der Präsentation vorher, auch auf klaren Rastern. Die Firma Imprinzip heißt nicht ohne Grund, das im Prinzip, weil es eben ein Immobilienprinzip ist, was dahinter steckt, um entsprechend da eine Skalierbarkeit zu haben auf der einen Seite, aber eben kostenbewusst bauen zu können auf der anderen Seite. Das heißt, wir geben sehr klare Schranken vor, innerhalb dessen sich die Architektinnen und Architekten bewegen dürfen. Das mögen nicht alle, aber viele. Das heißt, es gibt eine Bande und dazwischen ist Kreativität erlaubt. Und damit geht es los. Und im nächsten Schritt ist es eben so, dass wir im Prinzip nach der, sehr klassisch, aber nach der Leistungsphase der Entwurfsplanung, Bauantragsplanung dann selbst übernehmen. Das machen wir alles in-house. Das ist auch ein ganz entscheidender Prozess, weil wir, wenn Sie Planungskosten eliminieren wollen, heißt das, andere Leute müssen planen. Bei uns sind das in der Regel die Gewerke selbst, die Handwerker selbst, mit denen wir die Details entwickeln. Und vorhin schon mal gesagt, das lebt vom Weglassen auch, um Dinge zu optimieren. Das können Sie sehr gut mit Handwerkern machen und mit den Gewerken. Und deswegen ist der Prozess da einerseits klassisch, aber in klaren Banden. Sie hatten vorhin auch das Thema Schnelligkeit angesprochen, was ja absolut eben zum Thema Prozesse dazugehört. Wie schnell kommen Sie, sage ich mal, von der Leistungsphase, Phase 0, zu einer Fertigstellung? Angenommen, ich würde heute, ich meine, Sie sind ja selbst Projektentwickler, aber anrufen und sagen, ich habe ein Grundstück und meine Förderung läuft im März 2025 aus. Schaffen wir das noch, das bis dahin fertigzustellen? Ja, das kann man natürlich pauschal nicht sagen, weil die Planungsphase ist in der Tat nicht unbedingt die enge Stelle, sondern die Baurechtschaffung am Ende des Tages und die Genehmigungsphase. Das ist das, was uns nach wie vor an allen Ecken und Enden einfach Zeit kostet. Wenn wir mal loslegen können, haben wir mittlerweile vertretbare Bauzeiten von 14 Monaten. Wir wollen da noch besser werden. Das liegt aber an der Bauweise selbst. Da wir in fünf Bundesländern, nicht in Berlin unterwegs sind, kennen wir uns ganz gut aus mit den Förderrichtlinien. Das heißt, wir wissen, was die Landesbanken wollen. Wir wissen, wie man einen Förderantrag ausfüllt. Aber auch hier müssen Sie wissen, Beispiel Rheinland-Pfalz, wo wir unseren Hauptsitz haben, Bearbeitungszeiten zurzeit acht Monate von Antrag bis Genehmigung. Sie haben das richtig gesagt, als Projektentwickler sind Sie immer in der Vorleistung und sind im Risiko. Und alleine diese acht Monate müssen Sie einplanen. Insofern, da gibt es noch einigen Optimierungsbedarf. Ja, es ist ein Mischpult mit vielen Hebeln und Sie haben natürlich als Projektentwickler Zugang zu den meisten. Und das scheint mir so ein bisschen Erfolgsrezept zu sein. Wie ist das bei B-Solutions? Spricht man euch direkt an? Kommt der Kunde zu euch? Und mit seiner Bauaufgabe? Jetzt schon, ja. Ja, also es hat wirklich lange gebraucht, bis wir eine gewisse Marktdurchdringung und Marktbekanntheit, Binderholz als Gruppe ist sehr bekannt, aber für das Zersägen von Bäumen und für sonst wenig, obwohl wir viel, viel mehr machen. Das heißt, das war für uns eine große Herausforderung, in der Branche der Wohnbaugenossenschaften, der Wohnungswirtschaft bekannt zu werden. Jetzt werden wir direkt angesprochen, ganz genau, und hier schon sehr früh. Das heißt, wir sind auch, wenn man jetzt die Entwicklung, wie Philipp gesagt hat, er kommt aus der IT-Branche, wir sehen das auch ein bisschen wie eine Entwicklung einer App bei uns. Das heißt, da gibt es ja immer dann die Version 2.1 und 7.3 und ich würde sagen, wir sind jetzt bei B-Solutions 6.4 und mit 1.0 sind wir nahezu gescheitert, viel zu wenig flexibel, viel zu wenig anpassbar. Das, was Sie gesagt haben, Architekten dürfen sich in einem gewissen Rahmen bewegen. Das klingt so leicht, also hier haben wir mittlerweile enorm unser System flexibilisiert, trotzdem müssen wir in der Lage sein, seriell zu fertigen. Wir sind ja auch bei GdW angetreten, um auch einen Rahmenvertrag, aber wir sagen, wir fertigen seriell und bauen individuell. Also wir bauen nicht seriell. Es wird nicht so viele Bauplätze geben, wo man seriell bauen kann. Das heißt, man muss seriell fertigen und trotzdem so flexibel diese Losgröße 1 im Griff haben in der Fertigung, dass man möglichst den Bauwunsch des Bauern abbilden kann. Das ist bei uns 7.4 und das wird noch 11.3 auch kommen. Das wissen wir jetzt auch schon. Ja, seriell muss ja auch nicht starr heißen, sondern seriell kann eben auch sehr flexibel sein. Also seriell wird einmal jemand erklärt, was Industrie 4.0 heißt. Der Schuster, der den Einzelschuh gefertigt hat mit den Leisten, das war Industrie 1.0. Dann ist Nike gekommen, hat die Schuhgrößen quasi revolutioniert und hat dann 7.000 Schuhe von einem Typ gefertigt in einer Größe. Das war Industrialisierung und wenn ich diese Industrialisierung auf die Losgröße 1 des Schusters bringe, dann ist Industrie 4.0. Und das müssen wir hinkriegen. Ja, und wenn ich nochmal auf meine Frage zurückkomme, schaffen wir es bis März 25? Wir schaffen es schon. Das heißt, wir haben klare Vorgaben, ab wann wir loslegen und arbeiten. Wir bieten mittlerweile Fachplanungsprozesse mit an. Wir mischen uns nicht in die Architektur ein. Wir greifen den Betonbau nicht ein. Aber über Genehmigungszeiten sind wir natürlich auch nicht erhaben. Sonst gibt es klare Durchlaufzeiten. Wie sind die Durchlaufzeiten bei euch? Ja, also März 25. Ich sage mal, wenn du jetzt irgendwie so 6.000 Quadratmeter mitbringst und das Bauamt bezirzt, dass wir so nur maximal vier Monate brauchen, dann kriegen wir das hin. Weil das ist ja tatsächlich ein ganz großes Argument, dass das Holzbau ist, die Schnelligkeit. Wir haben uns tatsächlich auch oft verständigt, dass wir mal transparent auch über Preise sprechen wollen. Deswegen kommen wir jetzt auch mal zum Thema Kosten, weil ohne günstiges Bauen geht natürlich auch ein bezahlbares Bauen am Ende nicht. Wenn ich mal fragen darf in die Runde eben, was ist, wie hoch sind eure Baukosten mit Bezugsgröße BGF, Kostengruppe 300, 400 brutto? Und wie kommt ihr da hin? Also was ist da das Erfolgsrezept? Soll ich anfangen? Okay. Also Kostengruppe 300 und 400 wären so zwischen 2.600 und 2.800 Quadratmeter brutto. Also Euro auf Quadratmeter brutto Geschäftsfläche. Wenn du uns die 700 noch mitgibst, dann reden wir so über 2.200 bis 2.400 Quadratmeter. Weniger. Korrekt. Aber das ist genau der Punkt. Eva hat es vorhin gesagt, und wir haben es an ein paar anderen Stellen gehört. Wenn wir die 700 komplett mitmachen und das auf das System planen, dann ist es viel, viel günstiger. Weil man eben zwar, wir können damit sehr, und das ist ja genau das, was Helmut auch gerade gesagt hat, wenn man weiß, was dieses System kann und im System plant, kann man sehr individuell arbeiten und die Kosten sind viel niedriger. Und deswegen ist eben diese 700er, die ist für uns wirklich wichtig. Wir weisen die nie aus. Es gibt immer nur den, ähnlich wie bei B-Solutions, es gibt einen Fixpreis, da ist alles mit drin. Gartenanlagen nicht, die kommen dann später. Energieerzeugungsanlagen? Ja. Auch, hm? Ja, Leute. Herr Eitel? Also ich habe es mal abgefragt, das ist genau berechnet auf das letzte Projekt, was wir realisiert haben, das muss man erklären, das sind sechs Spenner-Punkthäuser, die wir ja nicht so gerne bauen. Hüllfläche haben wir heute auch schon drüber gesprochen. Bauen wir aber ausschließlich, muss ich dazu sagen, mit einem einfachen Erschließungstreppenhaus, da haben wir für die Kostengruppen 300 und 400, vielleicht noch die Wohneinheiten, müssen wir auch noch dazu sagen, das waren pro Gebäude vier Geschosse, sechs Wohnungen mal drei, drei Gebäude, waren wir bei Kostengruppe 300 und 400 tatsächlich bei 1.840 Euro. Das müssen wir aber auch sein, weil wir sind im Segment geförderter Wohnungsbau, wir vermieten dafür sechs Euro und 40 auf den Quadratmeter, das ist natürlich nicht Berlin und das ist auch keine PIC-7-Stadt, das Objekt Kastel und Matthäus, von dem ich jetzt spreche, ist in Trier realisiert worden, aber dennoch ist das natürlich eine knappe Kiste, so dass man mit den Baukosten sehr vorsichtig sein muss, aber ich bin dankbar nochmal über den Hinweis, was Philipp Erder gesagt hat, weil eigentlich sagt das überhaupt nichts aus. Ich finde, man muss auch vorsichtig sein, gerade wenn Politik im Raum ist oder Presse, wenn man mit solchen Zahlen arbeitet, weil es geht um die Gesamtgestehungskosten und da gibt es unglaublich viel Verwechslung. Wenn Sie in die Presse reingucken, es wird immer Äpfel mit Birnen verwechselt und deswegen ist es viel interessanter darüber zu sprechen, was hat die Bude wirklich gekostet. Und bei uns Gestehungskosten für die gleichen Gebäude, ohne Grundstück, aber mit Außenanlage, inklusive Planungskosten, vielleicht nur ein Satz für die Profis, wenn ich sage 300, 400, für 18, 140 Euro, wir arbeiten mit Contracting. Das muss man dazu sagen, sonst wäre das nicht zu schaffen. Sonst würde ich jetzt hier falsche Zahlen sagen. Aber die Gesamtbude, was hat sie gekostet, ohne Grundstück, ohne Projektentwicklungskosten, ohne Finanzierungskosten, ohne Vertriebskosten, muss man immer sagen, sind ja alles Kosten, die wir noch haben. hat sie uns knapp 3.400, 3.500 Euro gekostet, was auch gut ist, was noch besser geht. Aber ich finde, man muss immer aufpassen, mit welchen Zahlen man operiert. Ja, und Sie haben, glaube ich, auch starke Nerven, was das Thema Normen angeht. Das hatten Sie angedeutet. Ja, muss man aufpassen. Es gibt die sogenannten anerkannten Regeln der Technik und auf die werden wir festgenagelt. Und auch wir sind nicht davor gefeit, dass mal jemand kommt und sagt, das hättet ihr aber so nicht bauen dürfen. Wir versuchen es in einer engen Zusammenarbeit. Jetzt muss man dazu sagen, also wir haben bisher 600 Wohnungen im Bereich des geförderten Wohnungsbaus realisiert. Wir machen im Jahr, wir sind kein großer Bauträger, wir machen im Jahr, ich sage mal, um die 100 bis 150, manchmal sind es auch ein bisschen mehr, Wohnungen. Insofern haben wir ein sehr enges Verhältnis zu unseren Käufern, Investoren und Investoren und wir erklären denen, was wir machen oder nicht. Heute Vormittag hat irgendjemand in der Diskussion gesagt, da ging es um die Schallschutzrichtlinie. Sinngemäß die neue totaler Unsinn, die alte war schon gut und genau so ist es und deswegen bauen wir die neue einfach auch nicht. Das sind so Themen, wo wir tatsächlich nicht jeden Normenquatsch mitmachen. Da könnte ich viele weitere Beispiele bringen. Das hängt auch zusammen, dass wir versuchen, Details mal neu zu entwickeln. Wir bauen zum Beispiel die Gebäude, wenn wir Flachdach bauen, wir bauen auch oft Zatteldach, aber wenn wir Flachdach bauen, ohne Attica. Das sind Dinge, wenn Sie dann versuchen, Flachdachrichtlinie zusammenzubringen, mit einigen anderen Normen, die wirklich schwierig sind, aber es macht einfach Sinn. Und es macht auch im Lifecycle, in der Unterhaltung von dem Gebäude Sinn. Da könnten wir uns jetzt ewig drüber reden und da haben wir, glaube ich, als schlagkräftiges Unternehmen Inhaber geführt, vielleicht auch andere Möglichkeiten als eine Deutsche Wohnen oder andere Unternehmungen, die da ein bisschen genauer aufpassen müssen, was sie machen. Philipp, du wolltest was ergänzen? Ja, was mir eben noch durch den Kopf ging, weil Sie das gerade sagten, das Absurdere ist ja dann auch noch, dass wenn ich sage, ich baue dann irgendwie, wenn ich die 700er mitmachen kann, inklusive der 700er für 2,2 bis 2,4, dass meine Effizienz noch besser, das heißt, der Wert, der unterm Strich rauskommt, für unsere Kunden, der relevant ist, die Wohn-Nutzfläche, der ist viel, viel besser als auf den 2,8. Und nur dann funktioniert es. Und ich habe noch kein Projekt für 2,8 verkauft, weil es einfach gar keinen Sinn hat. Also man muss auch ein bisschen nach der Wohnfläche fragen können. Ja, eben. Dann hat man nämlich die Information gleich. Es hat in dem Moment einfach gar keinen Sinn mehr. Wie ist es, Herr Helmut, spielt bei euch vielleicht auch Masse eine Rolle, könnte ich mir vorstellen, bei so einem großen Sägewerksbetrieb, also auch der Zugriff auf die Lieferketten und entsprechend auch, ne? Natürlich sind wir, was das Holz betrifft, in-house versorgt. Da hast du vollkommen recht. Also vom Baum weg bis über die gesamte Wertschöpfungstiefe. Das spielt natürlich eine Rolle. Also ein Versorgungsproblem habe ich nie, was das Holz betrifft. Wir haben aber eine Schlüsselfertiglösung inklusive Haustechnik fixfertig. Das heißt, da sind wir nicht nur vom Holz abhängig. Und wenn du vorhin die Preise gefragt hast, ich kann es bei unserem System nur immer abgeben, ab Oberkante, zum Beispiel Kellerdecke, Tiefgarage, was auch immer, oder Erdgeschoss betoniert, weil wir ja den Betonbau nicht mitliefern, da liegen wir so zwischen 1600 und 1800 Euro pro Quadratmeter BGF, Effizienz aus 40 Standard. Und ja, das ist von unterschiedlichen Randbedingungen abhängig. In der Range liegen wir, je nachdem. Und dann kommt eben die Erschließung, Betonbau, das muss dazukommen. Und da ist von uns die anteilige 700er-Kostengruppe dabei, die bitten wir immer gleich mit an. Das heißt, diese Holzbaustatik, Haustechnikplanung, Ausführungsplanung ist in dem Preis inkludiert. Das sind rund 60, 70 Euro BGF noch. Wenn man das rausrechnen wollte, müsste man das noch weggeben, um wirklich die 300er, 400er Kostengruppe zu bekommen. Ja, wobei das eben ein Teil-GU-Leistung ist, muss man sagen. Das ist ja die Vergleichbarkeit etwas schwierig. Genau, das ist jetzt schwer vergleichbar. Aber das ist, glaube ich, ganz oft das Problem. Genau, aber man müsste sagen, so eine Bodenplatte müsste halt noch betoniert werden. Aber ab dann nach oben ist es der Preis schlüsselfertig. Treppenhaus, alles dabei. Im Grunde, wie die Fertighausindustrie denkt. Die denkt ja oft so, die sagt, den Keller musst du selbst machen. Und dann kommen wir und bauen unser Fertighaus hin. Und so ist es bei uns zu sehen. Fundament, mischen wir uns nicht ein. Okay. Also unser Titel lautet ja Skalierbar, effizient und nachhaltig. Es geht eben ein Stück weit, wie können wir die großen Bedarfe decken, die großen Bedarfe im Wohnungsbau. Kann der Holzbau da auch einen Beitrag leisten? Es gibt in Berlin große Projekte. In Tegel zum Beispiel. 5.000 Wohnungen sind dort geplant. In Holzbauweise. Wie können wir das schaffen? Kann der Holzbau das leisten? Und was muss geschehen, damit der Holzbau das leisten kann? Wer möchte die Frage beantworten? Ja, dann beginne ich vielleicht. Der Holzbau kann es technisch sicher leisten. Also da bin ich mir ganz sicher. Wenn man natürlich über so riesengroße Bebauungen spricht mit 5.000 Wohnungen und die noch dazu in einem gewissen Zeitraum, da muss man schauen, sind die Kapazitäten A an Fertigungen hier. Und es wird in diesem Fall an einer industriellen Fertigung, automatisierten Fertigung, gar kein Weg dran vorbeiführen. Und das Zweite ist, sind die Kapazitäten da, um das Ganze zu montieren. Das heißt, die Fertigungskapazitäten entstehen jetzt eh an vielen Ecken und Kanten. Da zerbreche ich immer wenig den Kopf. Die Frage ist, wie schaffen wir die Montagen? Und wir arbeiten bei B-Solution hier etwas ungewöhnlich. Wir lassen jetzt teilweise unsere Gebäude von wirklich schon etwas fremden Baustellen, fremden Personen montieren. Vorne hier einige Versuche mit montierenden Betrieben aus der Papierindustrie, die Papierindustrie in Bauden und andere Großindustrie Bauden. Also klassische Montagetrupps, weil das einfach mit einem klassischen Holzbau ja in dem Sinn, was wir machen, von der Montage nichts mehr zu tun hat. Ist ja alles vorgefertigt. Das heißt, wir müssen uns den Kopf darüber zerbrechen, wer kann denn dann am Ende des Tages das bauen. Unsere Anlage leistet rund 2000 Wohnungen im Jahr, aber wer kann 2000 Wohnungen im Jahr bauen? Ich habe keine akustischen Probleme. Wer leistet 2000 Wohnungen? 2000 Wohnungen im Jahr leistet unsere Anlage. Also das kann unsere Anlage fertigen pro Jahr. Also sehr kleine, modulare Anlage, die kann man recht zentrumnahe dann oder stadtnahe montieren, wenn man will. Mehrere Fertigungen, aber also das Fertigen ist die einfachere Aufgabe, wenn man einmal so eine Anlage hat, die dann Copy-Based, also wir haben die sehr modular entwickelt, die Anlage. Es geht eher darum, wer baut es dann am Ende des Tages. Ja, paar Wohnungsbauunternehmen sitzen im Publikum. Ja. Philipp, eure Antwort? Ja, ich glaube, ganz ähnlich. Die Fertigungskapazitäten entstehen links und rechts. Wenn man das effizient durchplant, ist das machbar. Bei uns sind es dann sogar Messebauer, die das aufbauen. Die können mit Zeitplänen umgehen und mit Akkuschraubern, das reicht. Möglich ist das schon. Das ist, glaube ich, dann eher die Frage, kriegt man die Rahmenbedingungen hin, kriegt man auch die Genehmigungsprozesse hin. An solchen Denken hängt es ja dann. Wenn ich irgendwie mit jedem Deckenmodul meine vorhabenbezogene Einzelgenehmigung brauche, dann dauert es einfach ewig. Da sind wir beim Thema politische Rahmenbedingungen. Das haben Sie auch schon gestreift, Herr Eitel. Ist das auch ein Thema? Also auf jeden Fall. Es ist in jedem Fall ein Thema. Also ich würde mir das Unternehmen genau angucken, weil das Geschäftsmodell scheint ja daran zu liegen, dass es auf die verschiedenen Landesbauordnungen quasi schon durchdekliniert ist. Das wäre eine Sensation, wenn das so funktioniert. Also wir bauen sehr gerne mit Holz und wir haben da sehr viel experimentiert. Wir müssen überhaupt erst mal klären, wenn wir sagen, wir bauen mit Holz, was wir eigentlich meinen. Reden wir von einer CLT-Bauweise, reden wir von einer Holzrahmenbauweise, reden wir von einer Holzhybrid-Bauweise und wenn ja, was heißt denn Hybrid? Das versteht ja auch jeder unterschiedlich. Da müssen wir auch wieder ein bisschen aufpassen mit der Begrifflichkeit. Aber ich glaube, wir sind uns einig vor dem Hintergrund der Klimadiskussion und der Nachhaltigkeitsdiskussion, dass es richtig ist, mit Holz zu bauen. Wir haben festgestellt, in unserem Lebenszyklus, also wir haben 2015 angefangen, mit Holz zu bauen und ich habe vorhin von den Learnings gesprochen, dass wir eigentlich wieder einen Rückschritt gemacht haben. Wir haben kürzlich in Mannheim fertiggestellt, am Buga-Gelände ein Sechsgeschosse und ein Fünfgeschosse. Also wir müssen ja auch sehr stark differenzieren, was die Gebäudeklassen angeht. In CLT-Bauweise, ich sage es ganz offen, würde ich nie wieder machen. Nicht nur, weil es in Mannheim anders brennt als anderswo und nicht nur wegen den vielen einzelnen Zertifikaten und Genehmigungen, die wir dann über Münchner Institute und Professoren haben bekommen müssen und nicht nur wegen den ganzen Perversitäten, dass wir am Ende des Tages Trockenbau auf Holzdecken geklebt haben, etc. pp. Könnte ich jetzt ewig weitermachen. Das ist einfach noch nicht so weit, dass es in der Gebäudeklasse Sinn macht. Außer es ist jetzt ein System entwickelt worden, wo das in den Bundesländern geht, in der Gebäudeklasse. Das kann ich nicht beurteilen. Wir sind wieder einen Schritt zurück. Unser Vorteil liegt da drin im Holzreprietbau, dass wir eben keine Holzrahmenbauweise machen. Das heißt, das nicht statisch nutzen. Das ist der große Trick und damit sind wir hoch individuell, weil unsere Erfahrung, jetzt sind wir nur in fünf Bundesländern unterwegs, aber ich habe es noch nicht einmal geschafft, in 20 Jahren, nicht einmal geschafft, ein Baugrundstück zu kriegen, wo ich ein Projekt hätte kopieren können, weil die Anforderungen von jedem Gemeinderat, von jedem Stadtrat, von jeder Bürgerinitiative, von jeder Auslegung von Paragraf 34, whatever, immer anders ist, immer individuelle Wünsche da sind und deswegen haben wir uns davon so ein bisschen verabschiedet. Okay, ja, genau, das ist das Plädoyer des Expertenbauherrens. Sie haben sich das quasi ja angeeignet und beherrschen jetzt die Kunst des Holzbaus. Ich glaube, was geschehen muss, ist, dass man den Holzbau aber zugänglicher macht, denn nicht jeder Bauherr kann wie Sie sich da derart tief einarbeiten. Man muss es zugänglicher machen und einfacher machen, wirklich Systemanbieter sein, um diese großen Nachfragen bedienen zu können, die ja da sind und hoffentlich auch bald kommen. Ich würde mich da sehr freuen, wenn es in Berlin auch bald losgeht. Ich würde gerne noch mal ans Publikum übergeben, die Zeit neigt sich dem Ende. Gibt es Fragen, die Sie an die Panelisten haben? Haben wir noch ein Mikrofon? Nein. Hat jemand Fragen? Mikrofon kann kommen. Herr Bechmann. Nein? Gut, ja, dann schließe ich die Runde und bedanke mich für die Diskussion und die Einblicke. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte schön. So, ganz herzlichen Dank. Das war jetzt auch noch mal sehr konkret von den Zahlen her. War spannend. Insofern, und er ist sowieso eine Überraschung, Herr Eitel, weil er tolle Projekte macht. Das war es für heute. Unsere nächste Veranstaltung, also erst mal noch mal ganz herzlichen Dank an alle Referenten, an alle Moderatoren vor allem auch, an Conny, Cornelia Sorge, Wolfgang Moderecker und Andreas Schulten. Wir haben unsere nächste Veranstaltung am 19. Juni hier wieder in Berlin, gehen diesmal aber in ein lebendes Projekt rein, nämlich in die Seifenhöfe der GSG. Das ist ein ganz interessantes Gebäude, das ist ein Bestandsgebäude, da ist durch den Krieg eine Lücke entstanden, die jetzt geschlossen worden ist. Eben mit Holz, also aufgestoppt und eben mit Holz ergänzt. Da gehen wir rein und werden bautechnische Lösungen diskutieren und zwar in fünf Workshops, ganz unterschiedliche Ausrichtungen. Es war auch Wunsch von einigen Herren, die da in der Vorbesprechung mit dabei waren. Lebenszyklus, Kostenberechnungsanalyse, Auswahl der Baukonstruktionsarten, baufysikalische Lösungen, professionelles Bauen unter Einbindung von Lehm und Stroh, Einfaches Bauen, Anwendung von Low-Tech, Zirkularität mitdenken, kommt natürlich auch und bautechnische Planungsprozesse beim nachhaltigen Bauen, die essentiellen Schnittstellen, also das, was eben auch nochmal diskutiert worden ist. Wir wollen aus der heutigen Veranstaltung und aus der im Juni, das alles in den 9. September, zu unserer parlamentarischen Fachtagung, genau, wollen wir das einfließen lassen, die Ergebnisse von heute und dann eben auch im Juni. Lorenz, möchtest du vielleicht noch mit hochkommen und auf Wiedersehen sagen? Es gibt jetzt natürlich noch Süßes, es gibt auch ein bisschen was Herzhaftes, es gibt Rosé Prosecco, für die, die jetzt noch was, und natürlich auch Kaffee und ich freue mich, wenn jetzt einfach noch ein bisschen Networking stattfinden kann, weil das war leider ja vorhin etwas kurz. Stimmt's? Ja, also auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für das ganze Engagement, für das Sitzfleisch auch, durch ja sehr detaillierte Sachen, aber ich glaube, das, was wir am Anfang oder was ich eingangs gesagt habe, wir wollen richtig tief reingehen in das Thema, das haben wir heute bewiesen und auch aus allen Blickwinkeln betrachten und ich glaube, wenn wir so mit den kommenden Veranstaltungen oder den Runden im Juni weitermachen, dann haben wir dann für die parlamentarische Fachtagung, glaube ich, ein ganz schönes Bündel an Informationen, die auch die Politik dann mal bekommen kann und wo sie sich dann zu auch äußern kann. Ja, vielen lieben Dank auch von meiner Seite. Alles Gute.